Wo, wo, wo ist? So, holy moly, schönen guten Abend, Emily. Im Freund, frische, die Teacher wieder hier, Dues. Ich hoffe, es geht euch gut, Herr Müllis. Es ist sehr komisch, an deine Kamera zu gucken. Es fühlt sich richtig komisch an, Leute. Schau mal, ich hoffe, ihr erkennt mich gut. Ansonsten müssen wir ein bisschen mehr Licht anmachen. Geht auch mal ruhig, futziger, irgendwie. Dann läuft der Stream, jetzt nicht mal eine Minute. Neck mal eine One Minute, Dude. Schönen guten Abend. Hallo, hallo. Wenn wir den Stream rüberholen, zumindest die Kommentare, ihr Lieben. Wenn ich eure Kommentare bläsen kann, Herr Müllis. Das sind Üblichkeiten her. Ja, zeig mal her. Ja, Mutti, zeig mal her. Ja, Snaggy, Grüße. Patrick, mein Lieber. Steven, Markus, Michi, Florian, Philipp, Nils. Grüß dich, Alex, Christi, André, Alexander. Welcome, Dude. Welcome, Guys. Hallo, hallo. Ich hoffe, nicht so lange zu sprechen. Mein Team jetzt oben. Ich weiß nicht, wie das ist, ob der mich hört oder nicht. Erstmal schönen guten Abend, ihr Lieben. Grüße, Gina, Jesse, Grandios, Michi, Jamie, Neustadt. Neustadt erfordert Neustadt, Dudes. Wie geht's euch, ihr Lieben? Wie geht es euch? Schön, euch zu sehen, schön, euch zu hören. Zumindest, was ich meine. In der Chat, Bros. Ich glaube, ihr versteht mich so wie immer. Ich hoffe, ihr seht mich auch so wie immer. Nicht schlechter zumindest. Oder die Mikrofonqualität auch genauso ist, weil ich habe schon keine Dämmmatten mehr dran. Aber Danachin meinte schon, die ist vom Mikrofon genauso wie immer. Ich hoffe, bei euch auch. Marcel, mein Lieber, vielen lieben Dank. Rudi, vielen Dank für deine 500 Sterne. Schön, dass ihr wieder da seid, ihr Lieben, heute. Auch Erik, einen fetten Dank für deine 50 Sterne. Man, oh, hello, hello. Jungs, vielen, vielen lieben Dank. Schönen guten Abend. Jaja, erholt, ja, nein. Mir geht es besser als die letzten Tage. Meine Stimme ist irgendwie immer noch komisch, wenn ich rumschreibe, und ich lauter rede, als ob ich heißer bin. Das ist seit 11 Tagen so. Ich weiß nicht, was los ist. Und, ja, so geht es mir erstmal wieder besser, Leute. Besser, besser als die letzte Woche. Wie geht es euch denn, liebe? Schön, dass ihr wieder da seid. Danke schön, Patrick, auch, mein Lieber. Schönen guten Abend, Family. Schönen guten Abend, schön, dass ihr da seid. Danke schön, Patrick, bei den 150 Sterne, mein Lieber. Auf euch geht es auch gut. Auf euch geht es auch gut, ihr Süßen. So, jetzt sind wir überhaupt jetzt zuerst mal kicken. Also, das Licht blendet mir voll in die Fresse rein. Das haben wir jetzt überhaupt. So. Game Start, ich bin gespannt, Leute. Eine Woche war so eine Pause, war echt eigentlich an sich entspannt. Ich muss echt sagen, wenn es mir nicht so eklig gehen würde, hätte ich die Woche richtig genossen. Wir haben jetzt die letzten drei, vier Tage umgebaut. Habe ich euch ja die Bilder bei Facebook hochgeladen gehabt, da wir jetzt Timmy sein Kinderzimmer immerhin dringend brauchten. Und das war einfach, das war nix. Jetzt haben wir hier ein bisschen, geht da drumherum. Das ist halt jetzt das Wohnzimmer. Da haben wir halt so viel Platz gehabt, dass wir dann das noch ein bisschen splitten konnten, aufteilen konnten. Und, ja, jetzt haben wir quasi, dann will ich noch einen Monitor, da kann meine Frau neben mir sitzen. Und kann ich mit ihr langsam ein bisschen Call of Duty üben, dann bauen wir die Xbox dran. Und den kann ich abends im Stream mit 1,20 Uhr ausgeben, meiner Frau noch ein bisschen aufs Stream zocken und üben. Oder generell, wenn gar noch mal zu Besuch kommen. Auf jeden Fall viel, viel mehr Platz. Viel besser, viel größer, viel schöner alles gemacht. Die Zeit sinnvoll genutzt. Und ich muss jetzt abwarten, bis ich meinen Magenspielungstermin da habe. Und dann weiß ich auch mehr, was da los war oder los ist. Bis dahin geht es aber weiter, Freunde. Bin gespannt, wie wir jetzt reingriden. Eine Woche tat echt schon mal gut, Leute. Ohne Kack. Alter. Wollen wir mal. Wollen wir mal. Wollen wir mal. Wollen wir mal. Vielen guten Abend. Geht denn da los für euch, ihr krankenschweine? Ja, bin ich wieder. Ey, Andreas. Und mich vermisst, wa? Ja, hässlich, Digga, älter Junge. Andreas, alter Grandios. Vielen, vielen lieben Dank für eure scheine, ihr krankenschweine. Digga, Glück auf, Freund Stefan, Alexander, Sonja. Vielen, vielen lieben Dank. Schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass ihr wieder zusammen seid, ihr Lieben. Ey, das war echt eine Woche, war echt heavy, Leute. Ohne Kack. Also zwei, drei Tage war schon heftig. Eine ganze Woche, ey. Dann, Digga, zerfiegt man sich den Kopf, ehrlich. Und auch echt schwierig gewesen, Leute. Der Mittelkontill hat sich nicht erledigt. Nein, nein, das ist erstmal jetzt... Also, das ist jetzt erledigt. Ich bin jetzt mit einer Baufirma wieder an Anbau tätigen. Aber, Digga, ich hab jetzt erstmal provisorisch umgebaut. Das sieht richtig, richtig mega aus. Unser Wohnzimmer ist trotzdem jetzt in dem Sinne nicht so schrumpft. Der Echte steht noch da, wo er steht. Wenn jetzt halt Familienbesuch kommen sollte, dann wird einfach der Greenscreen. Das ist ja einfach bloß so ein Mobiler. Den kannst du ja runterfahren und dann wegtragen. Echt bis vorgezogen und dann ist fertig. Also, ist jetzt hier eigentlich... Ey, es ist echt... Glaub mir, wenn das live, dann sieht es richtig, richtig, richtig krank aus. Ich freu mich selber, hier richtig reinzukommen ins Wohnzimmer. Das sieht unnormal heftig krass aus, Leute. Ohne Kack. Viel krank als auf den Bildern. Und wie gesagt, wir haben daneben im Schreibtisch stehen, der identisch ist. Da kommt Xbox hin, äh, Boxen hin. Und dann kann man da auch meinen Stuhl wieder aufbauen und den Autorennspiele ballern. Oder halt auch, wenn keiner darf, halt die Leute da zocken nebeneinander. Die Schreibtisch sind extrem geil. In den Schreibtisch sind das Licht eingebaut. Richtig geil. Du hast ein Headset, du hast einen Getränke halt da drin. Du hast auch wieder die ganzen Schreibtisch voll mit einem Mauspad-Überzug. In Giftgrün halt, hab ich ja ausgewählt. Und das ist einfach schön, keine Ahnung, Leute. Das ist einfach geil. Da freut man sich vielmals auf dem Stream. Und generell, vielen Dank für eure ganze Stelle. Seid doch krank, Leute, Alter. Dankeschön, Thorsten, mein Lieber. Vielen, dass ihr wieder da seid. Vielen lieben Dank, Andreas, Kloppe, Daniel. Ey, Leute, ihr seid einfach krank. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Schönen guten Abend, Family. Danke, danke schön für eure Sterne. Freue ich mich sehr, sehr doll drüber. Irgendwie ist die Stimme immer noch nicht richtig geil, wie sie immer da los ist. Aber ja, ihr hört mich. Ich sehe euch, ich lese euch, das ist das Wichtigste überhaupt, Freunde. Vielen, vielen lieben Dank, Ambuddys, Alter. Und fetten Schmatzer, danke schön für eure ganzen Sterne, ja süßen Mäuse. Und jetzt geht's los. Du ist mit einem hässlichen, was ist denn jetzt hier los? Ach ja, so. Egal, das sieht erstmal alles schon ungewohnt aus. Was sieht das ungewohnt aus, mal noch erstmal rin kommen. Meine perfekte Zockerhaltung wieder untergehen. Dann werde ich morgen oder immer morgen noch ein Video hochladen für euch. Was sehr wichtig ist. Wo es um das Community-Turnier geht mit Martin zusammen. Da möchte ich euch jetzt überhaupt nichts zu sagen. Aber werde ich morgen ein Video hochladen übermorgen, Leute. Weil wichtig, ich finde, dass wir darüber reden. Dass ich als Ärztin mit euch darüber gesprochen habe, bevor ich mit Martin drüber spreche. Deswegen habe ich Martin auch die ganzen Tage nicht geantwortet. Ja. Aber das machen wir an den nächsten Tagen. Ich bin erstmal froh, wenn ich jetzt überhaupt hier streamen kann. Wenn ihr mich versteht, ihr mich so seht wie immer. Ist das Bild im Gesicht zu dunkel, zu hell. Ist die Mikrofonqualität hoffentlich genauso wie sonst immer. War es echt krass bemerkenswert. Weil ich kann mich an mein altes Mikrofon daran erinnern, wo ich mit dem Ganner den Schreibtisch oben angebaut habe. Da hat das Gehalt wie Ficker morgen, Alter, Digger. Jetzt mit dem Mikrofon von SMB, das ist echt unnormal gut, Alter. Was geht jetzt hier im Chat-Up? Seid ihr krank, oder was? Alter, Michael auch, 360 Sterne. Vielen, vielen lieben Dank, nukleer Hase. Und eine dicke Umarmung an jeden Einzelnen, der von euch wieder da ist. Dankeschön, dass ihr mich unterstützt habt, obwohl ich nicht live war, obwohl ich nicht quasi onspot war für euch. Ihr habt mich nicht gesehen, habt mich nicht gehört. Und trotzdem waren einige von euch, die mich supportet und unterstützt. Und das fand ich einfach mega. Da haben mir die Worte gefehlt, ehrlich, Leute. Ich hätte es nicht gedacht, das ist einfach mega von euch gewesen. Vielen, vielen lieben Dank. Matti, doch nochmal eine dicke Umarmung, Digga. Und meinen kleinen, fetten Bauchkrautfreund, Matti, Alter. Fetten Dank für deine Gifte-Zaps. Freue ich mich sehr, sehr doll drüber, Matti, Alter. Vielen, vielen Dank für die ganze Sterne. Und schön, dass alle von euch wieder da sind. Ich habe mich echt richtig doll drüber gefreut, Leute. Ohne Kack. Das kann man euch gar nicht sagen. Ich sage auch nochmal, Stefan Büscher 50 Sterne, Thomas 200 Sterne, Andreas hat auch nochmal Gifte-Zaps raus. Seid ihr geil, Leute. Vielen, vielen lieben Dank, Leute. Vielen, vielen lieben Dank. Ehren, Andreas. Ehren, Matti. Ihr solltet, Ehrenfamilie. Es ist einfach unnormal. Ich freue mich richtig doll auf euch, dass wir wieder zusammen sind. Zusammen hier ein bisschen rumfluchen können. Richtig, richtig geil, Leute. Ehrlich. Aber hat mir das gefehlt, Leute. Hat mir das gefehlt. Also eine Woche, ey. Ohne Scheiße, wenn ich eine Woche, das ist jetzt auch nicht blöd gemeint. Wenn ich jetzt eine Woche überhaupt hätte haben können, ohne dass es mir schlecht geht, ohne dass ich umbauen müsste, würde eine Woche Urlaub einfach nur zu Hause sein und nix machen an Zocken, würde einem echt gut tun. Das tut einem echt gut, wenn man einfach mal abkommt von dem Scheiß-Wassern-Game. Ohne Scheiß, Leute, Digga. Das ist unnormal, Alter. Einfach mal nichts mit diesem Scheiß-Game zu tun haben, Alter. Das hat richtig gut getan, obwohl ich alles dann noch... Ihr hört ja meine Stimme. Die ist nur heiser vom Kotzen, Digga. Und das seit elf Tagen. Ich habe so viel Kotzen, so viel Bühne kotze ich noch nie in meinem Leben, Alter. Und die sagen die blöden Erste zu mir, wenn die mal angespielten wollen, dann müssen sie jetzt durch. Ich sage, ich möchte auch eine Scheiß-Ibsprinze kriegen. Sonst kotze ich die, aber die hacken voll. Wollten sie mir nicht geben, muss ich warten. So, Marcel Schnuckelhase, vielen Dank für eine 100 Sterne. Alexandra, meine Zähne, vielen lieben Dank für eine 500 Sterne. Und nochmal vielen Dank für die 10 Euro Spendung auf Paypal. Dicken, dicken Dank. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich richtig doll auf euch, ihr Süßen. Let's go, wir werden rein. Hässlich ist da. Beste Mann überhaupt ist. Hässlich und nicht ich, Freunde. Warte, man muss jetzt mal das Bild umstellen hier. Ich habe mich auch über dicken Gefreut, Junge. Wenn gar nicht den Fotzen, die Nahrung zusammen, Leute, hat mal über YouTube getan. Wo gibt's da raus? Oh, hier wohnt ihr unten zu zocken, Alter. Scheibt ja schön, jeder, aber klar. Maus kann ich eigentlich abstecken, die ist feierladen. Oh, jetzt geht's rund, Leute, jetzt geht rund. Alter, oh, hab ich mich erschrocken. Was jetzt, Ananas? Also nicht dreckig mal drunter, ne? Oh, Frauchen ist auch daneben. Begrüßt meine Frau, die ist auch nicht da runter. Aber das machst du die Kamera jetzt so gar nicht an. Du nidig. Du, kleine Olga. Ja, danke schön, mein Schatz. Wie, komm her. Ja. So. Guck mal, wie es hier abgeht, Alter. Bin ich echt gespannt. Meine Tastatur, die ich schon mal ab 90 Grad wieder, Alter. Ey, Digga. Irgendwas ist hier. Sag mal, irgendwie muss ich mich hier ein bisschen... ...monitor ein bisschen weiter hinter schieben, wenn es geht. Ich gehe hier auch ein bisschen weiter hinter schieben, wenn es hier geht. Die Tastatur brauche ich ihren Platz, Leute. Die brauche ich ja... Ihr wisst, dann will ich die Tastatur... Na, warum rutschen die hier so hin und her? Muss ich mal den kleinen Pipus hier runterklappen. Aha. Und den Pipus hier runterklappen. So. Sag ich mal her, ist das jetzt besser? Wir müssen erst mal wieder reinkommen, Leute. Ihr wisst ja, in der Woche spielen, wie Radfahren. Das dauert nicht lange, aber da bin ich mal drinnen. Aber jetzt, äh, ungewohnt ist das. Übelst ungewohnt, Leute. Aber die Lampen von der... Yo, habe ich auch gerade gesehen. Ich komme mir vor, wie ein absoluter Anfänger gerade. Wie laufe ich denn hier rum, Junge? Ja, ich muss auch wieder... Das ist aber auch gerade, äh... Leggy? Wirkt das hier leggy? Das ist hier echt meine Empfindlichkeit hier gerade, Alter. Bei mir Steps, glaube ich, das bist du, oder? Irgendwas läuft hier gerade richtig komisch an dem Game, Digga. Ist das an mir? Wir sind hier bei mir, Alter. Oh, Leggy, oh, shit, Bro. Das wäre so komisch vor, gerade das Game, Bro, Alter. Holy Crap, Mann. Hä? Ich kann doch niemals so zocken, Leute. Ich muss jetzt mal reinkommen. Seid mal nicht böse, Leute. Seid mal nicht böse. Ich komme gerade nicht fit, Alter. Vielen... Was ist das? Matthias, bauen noch 5000 Sterne. Da sind wir wieder. Beste Family. Aber das ist ein krankes Stück. Scheiße, Alter. Ist das... Du bist doch hässlich, Digga. Alter, du bist doch hässlich, Bro. Vielen lieben Dank, Matthi, Alter. Du mir nicht heim 200 Sterne. Jürgen Klaus 100 Sterne. Ihr seid doch geil, Alter. Ehrlich. Vielen lieben Dank, Leute. Ey, un... Digga. Das fiel mir die Worte. Vielen, vielen lieben Dank, Hamoudi. Ich muss jetzt mal wieder klarkommen jetzt hier gerade, Alter. Ey, Matthias, Alter. Vielen lieben Dank. Das ist ja unnormal, Alter. Das ist unnormal. Ey, Jockel ist mein Wort, du Hamoudi, Bro. Die, Alter. Irgendwie läuft das Spiel aber irgendwie komisch, Alter. 120 FPS wieder nur. Wir snipen von der Alli irgendwo. Zwei Kisten. Bist du? Warst du schon an der Kiste dran? Ne, ne. Das sieht doch irgendwie auch komisch aus, das Bild. War die auch so dunkel, oder was? Ja, das haben sie wieder dunkel gemacht. Auch wieder so eklig, ja. So irgendwie regenwettermäßig. Wie man jetzt hier überhaupt für Waffen, Alter. Mal gucken. Ja, aber dann bist du. Oh, ich hab'n Sniper, ich krieg, Bro, 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 Sniper. Oh, shit. Leute, Alter. Mach' kein Scheiß, Digga. Das game fühlt sich für mich ins Brokern, Leute, gerade. Guck mal, die Waffen war nicht immer so bei mir so außenverkriselt, Alter. Oh, was ist doch hier komisch, gerade. Wenn wir erstmal wieder klarkommen, weil eine Woche ist das hier schon echt heavy, Alter. Das ist schon echt heavy hier, gerade. Geht nicht wieder so eine Lobby, Alter. Oben eine Drohne holen, ne? Ja. Ja, was geht da los, Alter? Christian Kohler, vielen Dank für den giftigen Zap, mein Sonnenschein. Nils, vielen lieben Dank für deine 1000 Sterne. Moritz, vielen Dank für deine 50 Sterne. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich freue mich richtig, richtig doll auf euch, Familie, Alter. Das war unnormal, Alter. Und natürlich Riesendank an alle in der Zeit. Hab' ich gerade gesagt, Matthias, Alter, mega. Das war wirklich unnormal. Vielen lieben Dank, Schnucki, Putzi. Das sind so Sachen, damit rechnet man überhaupt nicht, Leute. Da hab' ich mich sehr, sehr doll drüber gefreut. Auch an die Leute, die die Idee überhaupt hatten. Ja, hier. Sind nicht bei uns im Haus? Sorry, Leute, ich muss mich grad'n bisschen konzentrieren, obwohl ich versuche, mit euch zu interagieren. Hier am Mutis, Schnuckis. Weil hier auch noch mal giftige Zapf's raus. Olli, Alter, du kleines, geiles Schwein, Alter. Vielen, vielen lieben Dank. Auch generell an jeden einzelnen Leute, der gewartet hat, der jetzt wieder eingeschaltet hat, nach der langen Zeit. Das ist für mich echt ne mega lange Zeit gewesen. Ich stelle euch mal vor, wenn ein Mensch des Weges der ganzen Tag mit euch sammelt, auf einmal gar nichts mehr sagt. Ich hab' gar nichts zu melden gehabt, Leute. Wollen wir hin, da welche Dings? Links unten, äh, ne, kommt's geflogen. Lass mal auf blau da, glaub' ich. Da freue ich mich sehr drüber. Ich freue mich richtig drüber, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid, da Mutis. Hier unten, unter uns? Ja, ich sehe schon. Ja, einer, ne, zwei. Der eine läuft hier hoch, Chris. Bro, bro, bro. Was mach ich denn da, Digger? Er hockt sich einfach in die Kackne Fuchsstellung. Die kommen nicht zu mir hoch, oder? Oh, die werfen Granaten und die Granaten sind gesessen. Wo sind die, Bro? Einer schon dran im Haus. Die kommen die zu mir hoch? Ja, ne, ich glaub' nicht. Ja, ich glaub' auch nicht. Und der andere ist wo? Er ist nicht geklettert, Bro. Er ist nach wie ein Lapp, Digger, Alter. Oh, Leute, ich kann schon mal durchdrehen, Alter. Ich krieg schon mal was. Mega, Alter. Es heißt, ey, Leute, was ist denn hier los überhaupt gerade? 3.000 von Moritz, Alter. Ihr seid doch krank. Ihr seid doch richtig kranke, geile Schweine, Alter. Ey, vielen, vielen lieben Dank, Moritz. Und jeden einzelnen von euch, Alter. Unnormale, geile Schweine, Alter. Schön, dass ihr wieder da seid, da Mutis. Vielen, vielen lieben Dank für so'n Mega-Support. Sorry, ich muss jetzt nicht hier durch ein bisschen, Digger. Ich muss erst mal labern. Tut mir leid, Leute. Aber vielen, vielen lieben Dank. Ehrlich, unnormal. Ich freue mich richtig doll. Das ist absolut krank, dass ihr für den Support rausballert hier schon wieder. Dennis auch noch mal giftet. Zapps, was geht da los, Alter, Leute? Häftiger Scheiß, Mann. Krank. Krank, Leute, ehrlich. Richtig, richtig krank. Vielen Dank. Schön, dass ihr wieder da seid, ihr Lieben, Leute. Vielen, vielen lieben Dank, dass jeder einzelne von euch da ist. Der zuschaut, Leute, der liked und teilt. Und vor allem auch sehr supportet. Zumal, dass ihr nicht live habt, dass ich krank war. Ich habe trotzdem mich unterstützt. Und das ist einfach sowas, das werde ich echt nicht vergessen. Und rechne ich sehr, sehr hoch an, Leute. Finde ich echt mega, dass Leute sich da Gedanken drüber machen. Obwohl ich halt keinen Content bringe. Krank, scheiße, Leute. Ehrlich, schön, dass ihr wieder da seid, ihr Lieben, Mäuse. Oder dass ich, wir, zusammen wieder... Oh, jetzt Gulag, Leute. Oh, erster Gulag. Nach einer Woche, Bro, bitte. Mach sie fertig. Mach sie fertig. Oh. Moment, so ein deutscher. Dennis Christos ist los, alter. Jenny auch noch mal 50 Sterne. Sebastian 50 Stern Christos giftet, Satz. Ehrenmänner, Ehren... Seid ihr schon, der hier drauf, alter. Vielen, vielen, vielen Dank, alter. Das Gas kommt näher. Ich muss mich ausdrucksweise, alter. Ich kann mich gerade nicht konzentrieren. Was, bei dir ist noch ein Haus? Du bist auch nachts so lange. Nein, nein, ich bin noch in der Luft oben, Digga. Wie gesagt, gerade eben muss ich das mal über den Klocken hier ein bisschen. Digga, guckst du Paper? Ich gucke gleich mal, mein Schnuckler. Auf dem Dach ist bei dir einer, Bro, ja, der kommt drunter. Nee, sind wir nach oben. Der wird angeschossen. Von mir anders geht runter, geht runter hier. Meine Waffen bestimmt nicht gesnackt. Die schießen von oben hoch. Ich komme runter zu dir, die haben keine Waffen. Ich gehe gleich los mit, Leute. Ich gucke gleich nach, ich gucke gleich nach, Süßemäuse. Ich will Gott hässlich helfen. Ich habe erstmal meine Waffen jetzt wieder. Der hat meine Waffen gesnackt gehabt. Von hier oben haben die geschossen, Digga. Ja, genau. In einem kleinen Haus hoch. Ungewohnt wieder zu zocken, Leute, alter. Das ist ein Los bei euch, Krankenschweine, alter. Vanessa auch noch mal 50 Sterne. Sebastian, Jenny. Vielen, vielen lieben Dank, Süßen. Lars hat noch mal giftet. Ey, ihr seid doch krank. Was geht los? Wir reden nach der Runde ganz kurz, was überhaupt Phase ist, Leute. Hört man, meine Stimme ist immer noch anders klingt, Alter. Ich habe das immer noch heißer. Das hört sich komisch an. Da müsst ihr euch mal vorstellen, wie krank man gekotzt hat, dass meine Stimme seit elf Tagen noch heißer ist, Alter. Die sind nicht mal heiß und nicht rumstrecken sollen, Leute. Schön, dass ihr da seid, Lars. Auch vielen lieben Dank für deine giftet Zapps. Vielen, vielen lieben Dank, Andreas, alter. Auch übelst unnormal. Pascal, Petri, Marco, vielen, vielen lieben Dank. Auf dem Dach oben bei uns, Chrissy. Auf dem Dach oben. Achso. Vielen, vielen lieben Dank, süßen Mäuse. Ey, unnormal. Wir müssen gleich mal wieder gucken, ob wir unser Mod... Warte mal kurz. Wohin? Kopfgeld. Wir machen nach der Runde erstmal wieder unser Mod-Programm fit, Alter. Damit wir am nächsten Mal ein bisschen ausatmen. Oh, der mobile Blanc. Ey, das fühlt sich richtig gut an, Leute. Das eine Woche wieder zusammen mit euch das Game. Ich bin hässlich, zusammen zu ballern. Das macht richtig Bock, Alter. Ohne Scheiße, ich werde das mindestens... Oh, was ist denn das? Digga, Flugzeug auf mich drauf, Bro. Ich bin gleich tot, Chris. Also, die sind vor uns. Hier, beide. Ich habe keine Platten, Bro. Ich habe keine Platten, Chris. Meiner Schildbreak. Ich habe ein K.O. Zwei weg. Bringt Platten, Digga. Ich habe nichts. Guck gleich drauf, mein Schokolade. Ich habe ja nicht vergessen, harte Pupsis. Ich habe mich nicht vergessen, Leute. Schön, dass ihr da seid, ihr lieben Mäuse. Schön, 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 Freunde der Nacht. Woher habe ich mich abgeknallt, Digga? Die lag da hinten. Na hier, Rucksack. Man, die Mods, die gerade da sind, Leute. Ihr wisst ja wahrscheinlich, um was es geht. Was ich der Familie sagen will. Zweckszimmer mit Martin. Meint, wie ich kann das jetzt hier im Stream sagen. Weil wir gerade so viele Zuschauer haben. Ich bin eigentlich am Herzen, wie das ich das loswerde, endlich. Das ist noch nach der Runde einfach mal. Lass hier unten. Sowieso nicht, jetzt sowieso nicht, Digga. Jetzt sowieso nicht. Natürlich, ich muss aber ein bisschen mit den Leuten erzählen. Ich war so lange nicht da, Schnuckelhase. Das ist gut, das ist gut. So lange nicht da, ich versuche mich zu konzentrieren für dich. Erik und Sonja, auch vielen Dank für eure Steine hier, Schnuckis. Leute, einen dicken Schwarzer nach der Runde. Quatsch, mal ein bisschen. Talk, mal ein bisschen. Wir können die Runde kaufen, Digga. Links am Shop, da oben. Bei mir, wo ich ein Rennen in die Ecke. Findest du, okay. Kann ich auch nebenbei kurz mal nach der Runde. Also nach der Runde machen, Leute. Nach der Runde gibt es eine kleine Info, die für euch wahrscheinlich eine große Info ist. Für mich auch eine Info, wo ich sehr darüber unterlegt habe, ob ich es mache oder nicht mache und wie ich es mache und wie ich es euch erkläre. Machen wir nach der Runde, Leute, okay? Und dann knudeln wir uns erstmal. Wir grüßen uns erstmal an, gucken wir mal in Ruhe. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, sehr, dass ihr da seid, Leute. Ich habe euch richtig, richtig doll vermisst, Herr Moody's. Komm her, kannst du einen Drohne raushauen, einen noch mitnimm, Digga. Ich werde vergessen zu trinken. Sebastian, mein Schnucki. Vielen Dank, kleine 100 Sterne, Bro. Vielen für dieben Dank, Digga. Die Frauen sind ja auch blue. Warum habe ich mich mit meiner Tastatur so komisch angewöhnt? Die liegt über 90 Grad, das ist voll eklig, weil die mal rutscht. Digga, so habe ich mich da dran gewöhnt, Alter. Simon Strassenmann, Alter, du bist ja auch ein krasses Schwein schon wieder. Digga, vielen vielen Dank für deine 2.000 Sterne, Leute. Ruhig mich richtig, Leute, danke schön für so einen verfickst, verrührt, geilen Kranken-Support, Leute. Ja, aber ich weiß, das ist immer ein bisschen asozial, aber rede ich nun mal. So bin ich auch hier wachsen. Die ziehen sich hoch, die ziehen sich hoch, die ziehen sich hoch, die sind über uns. Wenn man den Einen kann man gleich lasern. Die ziehen sich genau bei uns wieder hinten runter, die sind auf dem Dach drauf, die sind auf dem Ohr und Schmack, Alter. Die Wichser, Alter. Also jetzt auch die Woche nicht gezockt, oder nicht viel? Gar nicht, gar nicht. Gar nicht sogar. Ach was, okay, krass. Man merkt aber schon, dass man lange nicht unternehmen, weil man trifft die, ich triffe gerade nichts, egal. Oh, der läuft da hoch, gerade der Dude. Der Chill-Break hier. Warte, warte mal. Nee? Hier kommt ein anderes Team pushen, ein zweites Team. Der ist hier reingelaufen, der war Chill-Break und das andere Team ist hinten von hinten rangekommen. Du kriegst deine Waffen, glaube ich, wieder... Nee, da ist einer drinne. Ja, hab ich da unten, du kriegst bei deinen Waffen. Das ist der? Ja, ja, ja. Orange Marker down. Ja, da bist du gestorben. Möchte ich meinen. Oh, die schießen auch auf mich von oben. Die von da oben hier. Ohne Schmorker. Ey, Manu, auch vielen Dank für deine 100 Sterne, mein Kleiner. Vielen, vielen Dank. Hallo, hallo, Family. Schöne Finale Zeit. Oh, oh, oh. Da geht's rund. Runde, Digi. Drohne hau ich raus. Die sind wohl nur Haus bei uns dran, Digga. Digga, jetzt wäre er nie weg gewesen. Oh, oh. Ja, der Hingut ist eben drauf, Digga. Lass mich hoch da. Ehren, Patrick. Patrick, still hart, Alter. Was hat denn der für eine Bombe rausgekloppt? Hab ich gar nicht gesehen, was geht denn da los, Alter? Der Holy Crap, Dudes, Holy Crap. Warte mal, ich kann mich gar nicht konzentrieren, Digi. Ich kann mich gar nicht konzentrieren, ich komme zu dir, Chrissy. Der ist immer noch hinten. Patrick, mein lieber, warte kurz. Warte kurz, Patrick, du bist ja ein kranker. Ein kranker Sackbisky schon wieder. Alter, Patrick, still hart, Digga. Du bist ein krankes Schwein, Alter, Digga. Digga, ich bin vom Herzen wirklich vielen, vielen lieben Dank für so einen Mega-Support. An jeden einzelnen von euch. Patrick, Alter, unnormal. Freue ich mich richtig, richtig doll darüber, Leute. Ehren Patrick in den Chat rein. Eigentlich jeder von euch, gerade jeder von euch, der mich so unterstützt. Das ist unnormal. Dankeschön fürs Warten. Dankeschön für eure Unterstützung. Während ich nicht für euch live war. Aber dazu, wie gesagt, nach der Runde. Nach der Runde mehr. Okay, Leute, lasst uns nur noch kurz zu Ende ballern. Und dann gibt es ein paar Worte, die mir wichtig sind, die ihr wissen müsst, was ich loswerden möchte. Alter, unnormal. Und dann geht es gesundheitlich besser, so, dass ich streamen kann. Dann geht es nicht 100 Prozent, leider Gottes, weil die nicht wissen, was es liegt, dass ich Blutkotze. Und generell mein Tablet nicht drin behalte durch die ganzen Medikamente. Das sind noch Platten, Bro. Ich habe eine. Ja. Und, oh, das war ich aus Versehen. Daher muss ich meine Magenspielung abwarten. Wir wollen jetzt dahin das Ding annehmen, oder was? Ja, wir können hinfliegen, genau. Aber ich freue mich, richtig doll darüber, dass ihr da seid, Leute. Das fühlt sich richtig, richtig gut an, Alter. Unnormal gut. Ich hoffe, ich kann euch bald wieder meine volle Leistung ballern, Alter. Aber jetzt ist erstmal schon alles wieder stillig, Leute. Essen bleibt drin, das ist die Hauptsache. Somit geht es mir körperlich auch wesentlich besser. Manche werden hier rockt, Leute. Da wird gerockt. Morgen dann Sub-Games, Herr Mütis. Mach ich das bitte nie nach der Open Lobby. Dafür muss ich mir noch ein bisschen besser gehen, ihr Schnecken. Ihr süchen Schnecken. Wo sind denn die da oben? Das werden wir aber noch machen, Brian, definitiv. Vielen, die den so kennen, den kenne ich. Den besten Stüren, den ich kenne. Ey, meine Schnucke, Fristi. Vielen lieben Dank, ich komme. Der feindliche Drohne ist aktiv. Oh ja, oben auf dem Dach. Wieder auf. Oh, ne, hoch, Mann, Alter. Brie, Leute, ich kann mich gar nicht konzentrieren. Vielen, vielen lieben Dank, Schnucke. Vielen, vielen lieben Dank, Leute. Was ist da los gerade? Ich komme nicht mehr hinterher. Das ist echt unnormal, Leute, ohne Scheiß. Woher war es denn? Hast du Ghost? Ne. Da kommt noch zwei der geflogen. Gut sind die nicht gewesen, Alter. Da schießen die alle auf mich. Auf dem Dach sind doch fünf viele Leute, Mann. Wir haben den Krieg noch nicht verloren. Es macht keinen Sinn. Da sitzen zwei Leute auf dem Dach. Zwei Leute links um mich rum. Und alle schießen auf mich. Hey, macht mir gar keinen Sinn, Mann. Ne. Ey, vielen lieben Dank, Patrick, mein guter. Vielen, vielen lieben Dank. Ich weiß nicht, wirklich sehr doll zu schätzen, Patrick. Vielen, vielen lieben Dank für so einen mega Support, Bro, Alter. Freue ich mich sehr, sehr doll drüber. Schön, dass ihr da seid. Jetzt ein paar Worte, die mir wichtig sind. Und hört bitte genau zu, Leute. Hört bitte genau zu. Und akzeptiert bitte auch meine Entscheidung. Und das habe ich mir nicht von heute auf morgen überlegt. Ich habe da in den Tagen, wo es mir nicht gut ist, sehr lange drüber überlegt und auch mit den Mods drüber gesprochen. Das Community-Turnier mit Martin. Martin weiß es noch nicht. Werde ich absagen. Auf dem Grund, weil alleine vor dem Turnier schon, wo ich habe die Info von meinem Mods gekriegt und habe mir das auch nochmal angeguckt, wo Martin das Turnier bekannt gegeben hat und ich das Turnier bekannt gegeben habe, dass wir zusammen so ein Duo-Ding machen wollen zwischen Familie und Familie. Das Turnier geht nicht mal los. Das Turnier ist noch in der Planung. Und war in der Planung. Und das tut mir für Martin gerade leid. Aber, wenn ich es schon sehe und Leute, dass Leute schreiben, ja, die Community vom Teacher, die kann doch eh nicht zocken, die können doch nichts, die Familie vom Teacher. Sicker. Und das noch eine von einem alten Mod von uns, nämlich von Julia und noch vielen anderen Personen. Das Turnier sollte Sinn und Zweck sein, dass man die Communities, die Familien enger aneinander bringt und Spaß hat. Wenn schon das Turnier, bevor das überhaupt geplant wird, sind die Streitigkeiten losgegegeneinander und wer besser spielt, wer schlechter spielt. Darum geht es doch gar nicht. Dann will ich erst gar nicht wissen, was passiert denn mitten im Turnier? Was passiert danach? Wie krass wird denn beleidigt? Auf wen wird eins denn losgegangen? Das ist doch nicht so ein Zweck der Sache. Was ist denn los mit den Leuten? Verstehe ich nicht, Mann, Alter. Und deswegen mache ich das auch nicht. Ich wollte eigentlich gar keinen Duo-Stream machen. Habe ich euch ja erzählt. Mit gar keinem. Nun hat Martin aber so oft wieder gefragt und ich mag Martin vom Herzen. Ihr wisst das, Martin und ich, wir verstehen uns, seitdem wir streamen gut und haben auch guten Kontakt. Deswegen tut es mir umso mehr leid, dass ich das Martin heute noch absagen werde, das Turnier. Aber das ist nicht das, was ich will, Leute. Das ist nicht das, wo ich hinter euch stehe. Es gibt viele Sachen, wo ich nicht... Ihr wisst, ich bin normalerweise komplett unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Typen und das war für mich der ausschlaggebende Punkt, dass schon so viele Leute gegenseitig wieder Hass versucht haben zu verbreiten, obwohl das Turnier nicht mal losgeht. Und ich werde das Turnier nicht spielen. Ich werde auch weiterhin keine Duo-Streams machen, egal welchem Streamer. Und ob ihr denkt, dass das arrogant ist oder sonst was. Das ist nicht arrogant gar nichts. Ich möchte einfach mein Ding alleine machen, meinen eigenen Weg. Das hat das ja mit Arroganz zu tun, dass ich irgendwie dumm bin oder sonst was. Die Leute da geschrieben haben, der Martin unter die Kommentaren. T-Jaws arrogant. Der will bloß keine Follower abgeben oder ab... Was hat denn das damit zu tun? Das ist doch für mich nur positive Sinn mit Leuten Streamen, die mehr erreicht haben als ich und trotzdem mache ich es aber nicht. Ich möchte das einfach nicht, Leute. Ich möchte einfach das Turnier absagen, hiermit offiziell. Ich werde Martin... Maiset ist das. Maiset, ja. Maiset ist Martin. Werde ich auch noch Bescheid geben gleich. Und wie es ja mit ihr das wisst, ich wollte euch als erstes drüber informieren, bevor ich Martin informiere. Es tut mir für Martin wirklich sehr leid, wer sich ein Zeug gelegt hat und der viel versucht hat zu planen. Aber wenn ich sehe, dass die Community von Martin schon auf unsere Familie rumstichelt, obwohl das Turnier nicht mal losgeht, Digga, dann ist das komplett so einem Zweck. Fehl daran. Und klar sind es wahrscheinlich nicht der Großteil, sondern nur der kleine Teil. Aber wenn ich schon sehe, dass das so anfängt zu laufen, obwohl das Turnier nicht mal... Ihr könnt euch das vorstellen, wenn das Turnier losgeht, wenn er abgeschossen wird, dann sagt der eine zum anderen wieder, Wichser, Hurensohn oder die sind besser von ihrem Teacher, die sind besser von Martin. Digga, das ist genau das, was wir nicht erreichen wollten. Wir wollten, dass wir zusammen unsere Familien bringen. Und zumindest war das in der Community unsere Familie, dass es zusammen so ein bisschen alles, auch noch nicht, dass von den Tunisien die Ersten sagen, öh, die Familie kann doch eh nicht zocken, ich kann doch eh nichts. Was ist denn los mit den Leuten? Ja? Und das von der eigenen Moderatorin, die bei uns monatelang mod war, Digga. Warum muss man denn so sein, Digga? Warum? Was ist denn los, Alter? Man tut doch keinem was. Und das ist halt meine Entscheidung, das wollte ich euch sagen, das wäre mir wichtig. Thomas, vielen lieben Dank bei Matthias für eure Sterne. Das auch nochmal vorweg, Leute. Ich bedanke mich recht herzlich bei allen Leuten, die mich unterstützt haben, obwohl ich in der Zeit lang krank im Bett lag und nicht gestreamt habe. Und trotzdem habt ihr gespendet und habt bei Paypal überwiesen. Und da würde ich mich sehr doll drüber bedanken und da würde ich mich extrem doll drüber gefreut habe, an dem Tag heute zu sprechen, das ist ja eh komplett krank, Digga. Das ist komplett krank. Das ist eine komplette Bombe, was ihr rausgehauen habt, Leute. Vielen, vielen lieben Dank für so eine kranke Unterstützung. Ich freue mich wirklich richtig doll darüber. Ihr hört, dass es mir nicht 100% gut geht. Ich versuche aber, jetzt den Stream wieder durchzuballern, weil körperlich geht es eigentlich, wisst du, wie ich meine? Nur eben meine Stimme ist halt noch nicht am Start. Und Magen, Darm ist halt so ein bisschen squishy, aber das kriegen wir hin. Ich freue mich sehr, dass wir wieder zusammen sind, alle Mann. Und ich hoffe, ihr akzeptiert meine Entscheidung mit Martin und Maze in deiner Community. Es tut mir wirklich sehr leid, wenn vielleicht mal irgendwann kann ja zum Beispiel so etwas wie ich und mein Stammteam gegen Martin und sein Stammteam zocken oder so ein Kill Race, ich und Gunner gegen Martin und sein hier Pit, wie Peter heißt er? Das wäre eine coole Sache, da würde ich machen. Wisst ihr, wie ich meine? So ich und Martin sich ein bisschen gegnerlich so duilieren oder sowas, aber dass die Community so aufeinander losging, obwohl das Turnier nicht mal losgegangen ist, das ist nicht Sinn und Zweck der Sache, Digga. Und ich weiß genau, wie das kommen wird, wenn das Turnier erst mal gestartet ist. Und ich hoffe, ihr versteht mich da. Einige werden es wahrscheinlich nicht. Das ist auch nicht so schlimm, weil ich habe euch erklärt, was das Wichtige ist, die Entscheidungen, sage ich mal, generell Entscheidungen und andere Meinungen zu akzeptieren und respektieren. Und das wäre auch cool, wenn ihr das mit meiner Meinung jetzt hier machen würdet, bevor es gleich wieder Hass gibt oder irgendwas anderes. Ich habe mich auch drauf gefreut. Und ich und Martin haben viel darüber gequatscht, über das Turnier, was mich auch ärgert, weil seine Zeit ist, die jetzt umsonst draufgegangen ist. Aber ich habe halt nicht drauf geachtet oder nicht drauf gesehen, dass das auf einmal so in die falsche Richtung geht mit dem Turnier, Leute. Und deswegen mache ich es einfach nicht. Genau aus dem Grund. Und jetzt nochmal vielen lieben Dank an Matthias, Patrick Stöller und all die anderen absolut geilen Schweine, die so geil supporten, Leute. Freue ich mich richtig drüber. Thomas, Thompson, Matthias, der alte fette Bauchkrautfreund. Meine Zineminen für den besten Zimmer, den ich kenne. Vielen lieben Dank, Schnucke, ihr puttet rein an 10 Sterne. Freue ich mich richtig doll drüber. Manu, X, Z, Bro, wenn ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Vielen, vielen lieben Dank, mein Schnuckelhase. Strassmann, Simon, Sebastian, Heinrich, Sonja, Reitmeier, auch noch mal 240 Sterne von Erik 100 Sterne. Von Simon 2000, Sebastian 100 Sterne, das ist unnormal. Pascal Petri 500 Sterne, Andreas 2000 Sterne. Vielen, vielen lieben Dank. So krassen support. Das ist unnormal, das ist unnormal. Einfach unnormal, Leute. Einfach unnormal. Florian Schaffner, 1200 Sterne, Marco, Ricky, das Trinky, 145 Sterne. Vielen, vielen Dank, der süßen Mäuse dafür. Jenny, Vanessa, Sebastian, jeweils 50 Sterne geballert. Moritz Schmeller, 2300 Sterne. Richtig, richtig geil. Matthias noch mal 1000 Sterne. Es ist unnormal. Moritz, Nils, auch noch mal 1000 Sterne, 50 Sterne. Es ist einfach krank, man Leute. Einfach krank. Vielen, vielen lieben Dank, Leute. Markus, Barenborg, auch noch mal 100 Sterne geballert. Sebastian noch mal 100 Sterne. Leute, was ist los bei euch? Ich freue mich sehr, sehr doll drüber. Schön, dass ihr wieder da seid. Und jetzt versuchen wir mal, die Runde ein bisschen weniger zu Quatsch mehr aufs Spiel zu konzentrieren, dass ich euch wieder ein gutes Gameplay bieten kann. Ich war jetzt eine Woche nicht da, gar nicht, ich war viele Tage nicht online gezockt. Wir müssen erst mal wieder reinkommen, also gönnt uns ein bisschen Zeit und ich hoffe, ihr versteht mich mit der Meinung in der Hinsicht. Ich werde jetzt noch mal drauf sprechen und mich dafür entschuldigen, dass ich das zu dir zugesagt habe und jetzt wieder absage. Aber ich denke mir, ihr seht das so wie ich, zumindest der Großteil, dass das in die falsche Richtung geht und so habe ich das nicht vorgehabt, Leute. Daniel, vielen lieben Dank für deine 1000 Sterne. Heiko, 100 Sterne, schön, dass du wieder da bist. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, Leute. 60 Zuschauer, freue ich mich sehr, sehr darüber, auf jeden einzelnen von euch. Dankeschön für einen mega Support, dass ihr hier zuschaut, wenn auch kein Abonnent ist. Wenn ihr ein Abo da lassen würdet, wer mich auch darüber freuen, ansonsten natürlich viel Spaß beim Zuschauen und ab geht die Luzi, Leute. Du mit Gunner, ich habe es vermisst, Freunde. Ich habe es vermisst, Leute. Let's go. Let's go. Christian, mein Lieber, er ist wieder da. Danke für deine 150 Sterne. Danke schön, Florian Lennart, für deine 500 Sterne. Liebe Grüße an deine Frau, die haben mich auch so gefordert, obwohl ich nicht online war. Vielen lieben Dank dafür, Schnucke. Alter, ihr seid so geil, ohne Scheiß, ohne Scheiß. Stefan, schönen guten Abend, Brudi. Mona, Grüße. Aber wir lassen uns trotzdem schön ein Turnier für euch einfallen. Das machen wir sowieso, das machen wir. Hatten wir erst gehabt, letzten Monat, Matthias. Da wird auf jeden Fall noch was geplant und die Juniere, denke ich mal, werden wie folgt laufen, dass ich die Turniere moderieren werde und wieder livestreamen werde. Das kam er euch gut an, das kam er mir gut an, ich habe Bock drauf gehabt und so wird das nächste Turnier auch wieder stattfinden. Jetzt haben wir, sage ich mal, August, sag mal, nächsten Monat, kommt das nächste Turnier, habt ihr mein Wort drauf, Leute. Okay, lasst uns noch ein bisschen planen. Thomas, vielen lieben Dank, komme ich mit der Landfahrt ausgeschwungen habe. 2000 Sterne, was für eine Bombe, Leute, vielen lieben Dank für euren Support, mega schön, dass ihr wieder da seid, dass wir uns wieder haben. Reinhard, vielen Dank für deine 100 Sterne, Stefan Sebastian, vielen Dank für eure 150 Sterne, natürlich ein dicker Schmerz, kommt beim Herzen, Leute. Und jetzt quiten wir gemeinsam rein, Sebastian Sebastian Zewinski, auch vielen Dank für deine 45 Sterne und vor allem für euren ganzen Herzen im Chat, Leute. Eine Woche nicht da gewesen, fühlt sich ein wie ein halbes Jahr, Leute. Jetzt geht es aber rund. Ich habe richtig doll Bock drauf und ich hoffe, wir können euch noch ein, zwei gute Runden bieten. Let's go, Freunde. Vielen lieben Dank. Attacke, los. Los, Junge. Oh, Mann. Meine Frau hat mir Ananas gebracht. Macht Ananas. Jo. Ich schreibe es lieber in den Chat rein. Mhm. Wo hast du du markiert? Ich sehe es nicht, Bro. Habt ihr schon markiert, Chris? Nee, ich habe ihn nicht. Ihr könnt ganz hinten raus hängen. Dankeschön, Fabian. Schön, dass ihr wieder da seid. Da und da. Markus, auf jeden Fall deine 100 Sterne. Leute, lasst mal ein bisschen Liebe im Shatter, Leute. Lasst mal bitte ein bisschen Liebe im Shatter. Vielen, vielen lieben Dank. Ich werde mich da erstmal ganz kurz bei Martin nehmen, bevor ich das vergesse. Das ist sonst nicht fair. Ich werde ihn ganz kurz drauf sprechen. Dankeschön für eure Liebe, Alter. Der unnormale, geile Schweine. Wo bin ich jetzt hingeflogen, Digga? Ich stehe jetzt gerade hier. Ich bin mal ganz kurz, Leute. Ich check's hier gerade nicht. Markus, auch noch ein 100 Sterne. Vielen, vielen Dank dafür, Leute. Jetzt graten wir rein. Irgendwie sehen die Waffen bei mir so komisch aus. Die B-O ist so komisch im Riffle. So rastermäßig. Ja, ja. Das muss ich auch wieder neue Einstellungen machen. Ich glaube, liegt an dem DLSS, glaube ich, liegt da der WSR-Heiß, der Scheiß. Ich weiß es nicht. Hier kommt so ein Bomben auf uns drauf, Digga. Alter, Leute, noch vor uns. Alter, fliegt der. Die kann man ja selber fliegen, die Dinger. Alter, Chris. Ich bin aber die abgelassen. Ich bringe die ab, die Schweine, du. Das habe ich gefunden, Bro. Dankeschön für eure Herzen, Leute. Lasst Herzen, das ist das absolut schönste überhaupt, Leute. Liebe ist für alle da, Freunde. Und so geht es auch genauso weiter im Shatter, Leute. Ich möchte gar nicht über irgendwelche anderen, streamen oder sonst irgendetwas mehr reden. Ich möchte einfach nur, dass wir uns auf uns konzentrieren. Wir werden auf jeden Fall viele Turniere jetzt veranstalten und wir werden uns so schön uns einfallen lassen. Und wir werden jetzt die nächste Wochenende den Termin bekannt geben für das Supporter-Treffen, Leute, was mal richtig wichtig ist. Digga, was will er mit seinem Scheißdinger die ganze Zeit, Bro? Ich brauche eine Platte drin, Kambudi, Alter. Ja, hier. Dankeschön. Ey, Leo, mein Guter. Vielen lieben Dank für deine Sterne, mein Guter. Vielen lieben Dank für eure Herzen. Vielen Dank fürs Gifte Zapf. Wo sind die von Blauer, ja? Ja, da waren die, glaube ich, schon. Ist das komisch hier, warum zu moven, würde er? Hier sind die noch nicht drin gewesen, links, aber da vorne sind die schon offen, ja. Da sind die schon auch offen, Bro. Ja, ja. Kommen wir zur Kiste hin mit dem Jeep? Oder wenn wir so hin, oder mit dem Jeep lieber? Ich habe ein Kopfgeld bei dir noch unten gehabt und eine Geldkiste auch bei uns, ja, Diggi? Ja, ja. Ist auch nicht die. Ich habe einen Lack gehabt. In Lack. Vielen lieben Dank, Stefan, mein Schluckelhase. Vielen lieben lieben Dank, Bro. Das Game sieht echt pissig aus, Digga. Und Rast ist ja gleich 0, Alter. Da haben die ja fast aus wie schwarz-weiß das Spiel. Ne, wir wollen mal drum kümmern, Leute. Wir wollen mal ein bisschen bei Jeep. Oh, der vorne ist, Digga, der rennt ins Haus rein. Hast du gesehen? Ja. Check aus. Was hat denn das denn, Wichser? Eingelaufen. Knock, 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 knock. Der fliegt da drin hinter mir. Der andere schießt schon auf mich. Keine Platten mehr. Ja. Der hat von hier auf ins geschaffen, Bro. Hä? So ein Herz, hast du nicht ein Herzschacht-Ding, ne? Ja, aber ich nicht. Keine Dings hier werfen, Digga. Da kann man eine Kiste kaufen. Ich fange da die Kiste hin. Meist ihr einfach zu dir jetzt hier nicht, aber da einkaufen haben wir nicht. Mann, schön, dass ihr da seid, ihr Lieben. Vielen, vielen lieben Dank, guck mal sich echt schick aus. Dankeschön, meine Sonne. Vielen lieben Dank, schön, dass ihr da seid, ihr Lieben. Schön, dass wir uns wieder haben. Das fühle richtig, richtig, richtig gut am Mutti. Aber absolut. Ja, Digga, wohin jetzt hier drauf? Oh, die haben eine Kiste gekauft. Unser Jeep ist ja weg. Mit dem Seil fliegen, mit dem Seil, oder? Der ist am Seil, direkt der Wichser. Sind sie den da? Den da nicht, Digga. Ist der hoch? Achso, ja, hab ich nicht gesehen. Wollst du dir anderen nehmen? Seil hinfliegt, du dir anderen tunst du dich? Aber Gott, mein Lieber, vielen Dank für deine 50 Sterne und vielen Dank für deine Spende, während ich nicht auf... Digga, die gehen auf meinen Kopf, Kopf, Bro. Was ist denn das auf einmal? Digga, willst du mich rollen, oder was? Ich weiß jetzt nicht, ob der Bomber das war oder die mich angehettet haben. Wo der Bomber, glaube ich, oder? Meinst du, ja? Ich glaube, die kommen. Ich glaube, ihr müsst halt laufen, wie schon. Ich glaube, auch, Digga, ja. Keine Platten mehr. Ich hab das mal eh, ne? Ich flieg auf das grüne Dach hier drauf, Digga. Ja, die sind schon hier vorne. Da sind die, äh, die Aimchen auf mich, Digga. Fieldback hat er gehabt, Digga? Wo ist der hin? Bei mir ist einer. Wer ist denn da? Ich weiß nicht, wo der herkommt. Keine Ahnung. Ich flieg nicht nach links. Wo kommt der? Das ist ein anderes Team, oder was? Nein, 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 nein. Alter, Matthias, du bist doch eure, Junge. 21.000 geknackt, oder was, Diggichin? Vielen lieben Dank, Brudi. Ey, Matthias, überhaupt nicht. Vielen, vielen lieben Dank, Bro, Alter. Vielen, vielen lieben Dank, die süßen Mäuse. Unnormal, Alter. Mal ehrenmatte jetzt in den Chat rennen, Leute. Let's go. Let's go, Leute, kommt. Das ist doch unnormal, Alter. Das ist der andere Wichser. Die kriegen alle nur Schildbreak, Digga. Das ist nicht schon ein Wichs. Ogi, grüße. Die sind noch da, wo du gestorben bist, zwei Leute. Ich versuch die gleich zu holen, Digga. Ich geh da jetzt zu dem Haus. Ich seh die nicht mehr da, Digga. Ich weiß nicht, wo die hin sind, Bro. Die siehst du auch, wenn die snipen. Von da oben snipen die noch auf mich. Ich komm ja nicht weg, wo ich bin, Chris. Kann hier nicht wegkommen. Waffen kann ich nicht, die sind genau da, oder was? Die sind genau bei dir, zwei Leute. Oh, wir sind noch anderes, die von hinten, zwei Leute. Ach, Digga, man. Oh, nee, Alter. Nervt euch nicht rum jetzt hier schon wieder, ihr Pimmelberger. Schon wieder so steady alles machen. Ja. Mir geht's auf jeden Fall ein bisschen besser, Michael. Danke der Nachfrage. Stefan, vielen lieben Dank. Willkommen, Brudchen. Danke für deine 1000 Sterne, Bro. Auch Daniel, vielen Dank. Vielen Dank für eure Sterne. Schön, dass ihr da seid, Familie. Vielen vielen Dank. Oder eine Lupe? Irgendwas? Nee, nee. Lupe-mäßig, Leute. Da sieht das nicht so aus. Ich hab' da, wo ich jetzt gestorben bin. Na, da hol' ich ihn weg. Oh, die sind noch da unten im Haus drin, oder wat? Oh, nein, aber weg, Junge. Das sind zwei Wichser hier gewesen. Die meine Waffen sicherlich hinnehmen. Ja, haben sie auch. Mega. Die Gulach-Waffe hat er hier gehabt. Ich hab' das gerade geleckt, Alter. War da drin, ja? Jo. Da war was drin, ne? Okay, neue Runde ist Lück, Leute. Let's go, Alter. Let's go, weiter geht's, Freunde. Erstmal wieder ein bisschen warm werden, ein bisschen reinkommen in die wilde Brise. Ein bisschen Ananas fressen. Hm. Ach, hab ich Bock drauf, hab ich Bock drauf. So, ich bin gleich wieder da für euch, Leute. Okay. So, ich bin gleich wieder da für euch, Leute. Ich bin gleich wieder da für euch, Leute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wenn es dir gut geht, mach es dir nur Geburts. So kommen wir mal aus der Kiste. Das wird echt richtig komisch auch mit der Fahrweiter. Übelst grau. Rechnerisch mal. Uff. Geht's. Wollen ich wieder kaufen. Mhm. Steffen grüß dich ihr Lieben, Rest der Familie, schön dass ich euch wieder abbesüßen, vielen vielen lieben Dank Geohawk und Dennis vielen Dank für eure Sterne und schönen guten Abend dann jeden Einzelnen von euch, schön dass ihr am Start seid ihr Lieben, ich freu mich richtig richtig toll, dass wie wir zusammen sind, Frank und Moin Moin mein Lieber, ach seid ihr putzig Alter, auch die ganzen Leute die wir nachgefragt haben und Genesungswünsche gesendet haben, das ist einfach unheimlich Leute, vielen vielen lieben Dank, auch schön zu sehen, dass wenn man nicht da ist, trotzdem Nein gedacht wird Leute, was mach ich denn, da renne ich denn überhaupt gerade hin Alter, kommst du zum Lodi oder so? Ja, ich komm zum Lodi gelaufen, kannst du fliegen oder so? Naja, da bin ich ungern hin, ich hasse ich Alter, die Ecke ist richtig hoch Das waren zwei Kisten Oh, bei der Kiste oder wo? Ja, da probier wir an, im gelben Haus So, hinter mir Sniper, weiß nicht von wo Naja, ich weiß auch nicht was ich machen soll, keine Ahnung, ich bin immer der Depp gerade, ohne Witz gerade, es fackt mich gerade extrem ab Jaaa, ich weiß nicht, woher er wieder herkommt, aus welchem Loch Ich furcht wahrscheinlich, Digga Ich hab keine Ahnung, nichts gehört, gar nichts Fackt mich gerade extrem ab, ich muss gerade ein bisschen ruhig bleiben Ich lege da, sauer Ich lege da, sauer Kann ich mich roll'n? Kann ich mich roll'n caught up Ist da ein Busch drin, das hört sich so komisch an. Ist da ein Busch oder ist das so mein? Digga, was ist denn los mit denen, Alter, warum pushen die erst, wenn ich komme, Mann? Kleine Wippis, Alter. Heiko, grüß dich, mein Lieber. Schön, dass ihr wieder da seid, ihr lieben Mäuse. Hallo, hallo, Sascha. Schönen guten Abend, ihr Süßen. Läuft nicht an zu prickeln, aber da muss noch, da muss noch, da kommt noch, da kommt noch der Schwung, Freunde. Lass uns mal rinkommen in die Luzi. Marc, mein Lieber, vielen, vielen lieben Dank, Marc-Brudichin. Vielen lieben Dank, Marc und Sascha für eure Spenden auf Paypal. Freue ich mich richtig, Leute, was ist da los bei euch, Junge? Ja, Jansen, Schiffer und Marja. Dankeschön, mein Schuckelhase. Eins, zwei, voll die Zeit, Digga. Vielen, vielen lieben Dank, Marc, mein Guter und Sascha. Vielen, vielen Dank für eure Spenden. Ich hoffe, es läuft vielleicht ein bisschen besser im Game. Tut mir leid, Guys. Moin, wer ist denn das? Grüße dich. Eine kleine Spende, Digga. Was definierst du denn Kleinen, Digga? Das ist mehr als genug. Ich freue mich richtig doll darüber, Sascha. Kleine Spende, Digga. Das ist immer eine kleine Backpfeife, Digga. Vielen, vielen lieben Dank, Bro. Vielen, 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 vielen lieben. Christian, grüß dich. Schön, dass ihr wieder da seid. Ey, hoffentlich geht das hier vielleicht ein bisschen besser, aber ich merke es gerade, Alter, unten ist es trotz dessen, dass ich jetzt hier keine Wand dazu habe, sondern wir haben eigentlich eine große Wohnstube. Viel angenehmer, viel kühler als oben in dem Raum, Digga. Das ist wirklich richtig angenehm. Und für Luki, da sagt er, schwitzt er auch nicht da oben, weil wenn du keinen Rechner drin hast, oben in dem Raum und keine ganzen Lampen, dann ist es auch nicht so warm. Und hier unten ist es richtig. Rechner ist heftig. Das ist alles nicht normal. Also ich werde die Leute unten keine Heizung brauchen im Winter, ohne Scheiß, Leute. Das ist unnormal heftig, Leute. Unnormal. Warten auf Einsatz. Zeit sich bereit zu machen. Auf euch, ihr süßen Beute. Schön, dass ihr wieder da seid. Und wenn irgendjemand was irgendwo wieder hat in irgendeinem Stream und sieht, dass Leute sich ins Maul zerreißen, weil ich das Turnier abgesackt habe, bleibt das für euch. Ich möchte da nicht wissen, was die Leute darüber jetzt sagen oder denken, wenn es jetzt so negativ ist. So wie es ist. Herr Mutis. Sehen wir jetzt weiter. So. Und jetzt machen wir mal wieder den Stream auf Performance und gucken, ob ich ein bisschen mehr FPS rauskriege. Was ich auch für Klasse hier nochmal testen will. Was haben wir überhaupt in? Die letzten Monate waren heute überhaupt gezockt. Hier. HGM und Amaguera. Sniper ne Runde. Deine Runde Sniper würde upbragen, denn die auch Bock drauf Leute. Da kriege ich richtig auf die Fresse. Rast die wieder aus und wundere mich. Konsole auch. wie dieser rauspumpt. Ja natürlich, Kevin, aber die Wärme kannst du mit einer Konsole im Rechner nicht vergleichen mit dem großen Digga. Bei Weitem nicht, Bro. Kannst du nicht für 7 oder 8 Plätze drühe aneinander kleben und dann eventuell. Oh, ich kann mir euch schon vorstellen, Leute. Willkommen back, Andreas, mein Lieber. Schön, dass ihr wieder da seid, ihr Süßen. Liebe Grüße, auch ein Gunner. Grüße zurück, Junge. Keine lieben Grüße zurück habt ihr gehört. Ich weiß nicht, was er hat für ein Problem. Keine Ahnung, Leute. Keine Grüße zurück. Roger, grüß dich. Welcome back, ihr Süßen. Alter, geil. Viele Waffen wurden geändert. Noch mal geändert, ja. Naja, wird mich nicht wundern. Aber jetzt denken wir immer nach KGN in Z, was? Im 13. Im Z eigentlich nicht mehr so. Im Z ging gerade immer noch gut ab. Ich habe gerade nicht gezockt gehabt. Komm mal hin. Ich schiebt raus, bisschen weiter weg. Ja, kann man ja. Ja, scheiße, Leute. Ein paar Ananas snacken in der Zeit, Leute. Mega krank, Leute. Ich bin jetzt richtig gehypt drauf, Leute. Mir ist gar nicht gehypt, wie das Game läuft. Ich muss erst mal wieder klarkommen mit dem Aim. Ich freue mich einfach, dass ihr da seid, dass wir zusammen sind. Ich muss ruhiger werden. Das Abtippen kommt schon irgendwann wieder. Aber jetzt gerade. Jimmy schläft oben. Da kommen auf jeden Fall ein paar mit. Rechts unten zwei Team. Okay, ich bin noch ziemlich weit oben. Na, bin Mikey. Ja, vergiss es. Moritz, Alter, was geht denn da auch nochmal ab? Also Daniel Köder 100 Sterne. Moritz nochmal. Geht den Zatz rausgekloppt. Und Andreas nochmal 100 Sterne. Ehren Moritz in den Chat rein, Moritz, mein Lieber. Andreas und Daniel. Vielen Dank für euren Daniel Schnuckelhasen, Alter. Freue ich mich richtig doll drüber. Vielen, vielen lieben Dank, Herr Moody's. Der Ehren Moritz. Der ist unten drin, okay, Bro. Ich gehe hoch. War da welche mit bei dir? Ich hab jetzt nichts gehört, nichts gesehen. Hey, Moritz, mein Schnuckelhase. Vielen lieben Dank, Andreas, Daniel und Moritz. Hör absolut. RIP IT DUDE, MOTHERFUCK IN DEIN SCHREIN, DEIN SUPPORT DUDE. Ich weiß nicht, wie das ist mit der Stimme oben und unten. Wo ich meine Frau mal fragen, ob es leiser ist. Ich hab schon gut was gefunden. Was hab ich denn da gefunden? Auch wieder bei dem und Selfie, Alter. Du bist Orange hässlicher. Ja. Machst du ihn hier drinnen in dem Haus? Hä? Okay, das war noch zu, ne? Ich finde immer noch so behindert offen aus. Was wollen wir mal zocken, Leute? Bei mal KGM zocken? Oder eine Runde Sniper? Oh Gott. Also ihr wisst ja, das ist ein... Hier ist nochmal ein Selfie für dich, Bro. Hier ist erst der Rinde. Drohne hast du, ja? Ich hab eine Drohne gefunden gerade, ja. Okay. Verbündete Ausrüstungslieferung unterwegs. Zwei Kisten. Zwei? Okay. Hast du die gesehen da oben? Ja, es liegt an der Kiste gerade dran. Der wird beschossen. Der wird beschossen. Das ist für eine Kiste. Der ist unten reingelaufen ins Haus. Der ist so da außen drin. Gute Hits von mir gekriegt. Die sind von rechts von oben vom Bunker, ja? Ja, rechts der Bunker zwei Leute. Und dahinter auch nochmal. Du bist rot, Bro. Ich geh trotzdem ran zur Kiste jetzt, ja. Die sind unten drin, ja. Die können uns eigentlich nicht ficken. Oben auf dem Bunker aufweisen bloß. Alle sind in der Sicherheit. Was, Bro? Wo schiebst du dich? Wo schiebst du dich? Diggi, komm, Bro! Mh! Marvin, grüß dich! KGM wäre cool. Ich werde ja alle Waffen testen, Leute. Ein paar Waffen zocken. Oh, vom Bunker. Oh, hab ich mich erschrocken. Was hast du denn? Ich fang doch nicht. Was ist denn? Ja, Schatzi, warte doch mal. Ich bin doch grad mit... Warte gleich, Hase. Was hast du denn? Wom hälst du dich denn hin, Hase? Leute, immer während des Streams, Hase. Das ist doch kacke. Was? Schatzi, was will sie mich denn fragen, mein Schatz? Was? Mann. Die sind schon hochgelaufen. So, bei uns gehoben, oder was? Auf blau. Achso. Ich bin auch noch rot, Diggi, ja? Ja, ja. Könntest du mal eine Drohne holen, gleich? Hast du einen Job gehauen, oder was? Jo. Mein Geld aufhaut sich hoch, ne? Am anderen Bunker bin ich nicht mehr, oder was? Ich weiß nicht. Ich hab nur einen hochlaufen sehen, auf blau. Ich bin blau hoch. Verbündete Drohne in der Luft. Stümmern wir sie auf! Ja, Level 20er, Diggi. No Prestige. Ja, sind da in dem Bunker da hinten jetzt. Ja, der kommt, der fliegt. Oben drauf, oder? Ne, oben drauf, ne? Der Matt fliegt auch oben drauf. Nach vorn, der Matt ist vorn, unten. Das fühlt sich gut an, Leute. Die Drohne fühlt sich richtig gut an, Leute. Das geht hier wieder richtig los, hier. Das geht hier wieder richtig los, Freunde. Was ist denn da passiert? Mir geht's wieder besser, ihr Lieben. Danke der Nachfragen, Ambudis. Wenn du verlierst, bist du erledigt. Was ist denn das? Hä? Cool, auch direkt weg, Freunde. Was ist denn da passiert? Ja, Ambudis. Die waren noch einer übrig, oder wie viele? Ja, ja. Hat die mich da blickt. Dein Teammitglied ist in den Kulab geschenkt und kämpft um eine Chance, wie deine Grenze zu finden. Hm. Alter, du brettest keine Zone, nix, Alter. Keine Ahnung. Ich liege da, wo ich gestorben bin, glaube ich. Oh, die fighten da unten noch. Fighten gerade. Schießen von hier sind die. Einer ist oben drauf, glaube ich sogar. Ja, der ist einer oben drauf. Der andere rennt hier hin. Wir werden oben pushen sozusagen, oder? Ja, könnten wir machen. Ich komme als Schuss, wir gleich runter. Ich liege auch. Der andere rennt jetzt auch hoch. Gleich ein bisschen jetzt runter, oder nicht? Ja, das war. Schill-Break, der eine. Schill-Break. Auch noch mal gute Hits. Einen hab ich. Also, ja. Einen anderen. Stark, Diggy, Alter. Wichtig, Junge. Wichtig, Junge. Bisser. Richtig und wichtig, Brudi. Alter. Will ich in der Stadt hängen geblieben, oder? Ich will es nicht, ne. Freunden, grüß dich. Willkommen, mein Lieber. Marcel. Moin, moin, süßer. Was geht los? André, grüße. Marvin. Hallo, hallo, dudes. Namen Thomas. Schön, dass ihr wieder da seid, ihr süßen. Ist mein Amaguerra? Ich glaube, meine Amaguerra, Digga. Das Gas weitet sich aus. Denn du hast ein 72er Mac-Trofi gehabt. Ja, hab ich, hab ich. Ich auch. Das ist meine, aber ich hab einen Rotpunkt drauf. Ach hier, ich meine, ja. Hast du die selbe VW, oder was? Ja, ja. Du hast einen langen Lauf hast du drauf, ja. Und hier, wo liegt das? Das ist meine Rotpunkt drauf. Ja. Jetzt geh. Jetzt geh. Jetzt geh da eigentlich in irgendein paar, weiß ich nicht. Bunker rein, oder? Da hat ja keiner mit Platten, ne. Das meine ich ja. Vor uns wieder, Billy, Bro. Der fliegt schon runter, ist schon auf dem Dach, der Typ. Ach was? Ist schon auf dem Dach gelandet. Deine. Keine Landen, meines Gebiet, Bro. Ja, ja, der ist auch vorne auf dem Dach. Ja, zu zweit. Ihr zwei Pimmelficker, Nasenhunde. Hier, Schwanzkatze. Kleck mich doch, Alter. Juni, grüße. Timo, meine liebe Maultage. Nuckelputz, vielen lieben Dank für deine Sterne, Bro. Ist immer gut, dass wir mal so Mute-Button nochmal auf den Team-Speak reinbringen. Mh. Wir wissen nicht mehr noch wieder Dingen. Die laufen nur zu zweit rum. Kannst du vergessen, die Pimmelficker, ja. Alter, leck mich schon wieder, ey. Nur zu zweit, Hand in Hand wieder, die Bastarde, Digga. So ein Fluchen reicht es immer, Leute. Fluchen reicht es immer, Freunde der Nacht. Jungen, danke für deine höchste Stande, wo ich feste. So, mein Moin. Markus, Brodi. Schön, euch zu sehen oder zu hören und zu lesen. Ihr wisst, was ich meine, Brodi. Ihr wisst, was ich meine, Freunde. Wieder einer. Sie sind alle wieder Olympian. Ja, warum werde ich denn nicht wieder überleben? Du hast eine Booker-Karte jetzt hier, ja? Du könntest irgendwo... Bro. 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 Man, renn doch einfach. Renn um dein Leben, Junge. Sorry. Bro. 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 Wir müssen mal gucken, ob ich jetzt das Programm hier hinkriege. Warte mal, Leute. Wir gucken mal was. Wir prüfen mal kurz. Sorry für die Störung, aber kann ich trotzdem in der Zeit jetzt mal sinnvoll nutzen, dass wir das schließen. Moin, Tim, mein Lieber. Tu's mean. Unanständig, anständig. Lieber meine Freunde. Wie immer. Na, 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 na. Neue LKW. Na, hier kurz gucken, ob Platten drin sind. Na, wenn Kevin. Freue mich, dass ihr wieder witzigern könnt, aus dem Familienurlaub. Nice, Digi, alter. Bist du jetzt erst in dem Familienurlaub fertig im Urlaub geschlossen? Gib willst du sie zurück, oder bist du noch im Urlaubsskimo? Die sind einfach eine Sterneboden. Egal, du musst dich irgendwie in der LKW rennen machen, Digga. Kommen die Schweine. Wolle meine wollen dich haben. Wir haben mich gesehen. Geweiße Nic. Was pick ich auch da so blöd, also das war sowas von dem Scheun der NS-Minen liegt da unten hin. Jaja Digga. Der erwartet da, der sitzt da oben drauf Digga. Der macht nicht immer irgendwelche Faxen, sein Maid wieder zu beleben, sitzt einfach nur da drinnen und wartet man. Der wird immer noch da warten Digga. Der sitzt da noch oben drinnen. Ist nicht wahr, Alter Digga. Der ist da eigentlich ne Macke. So. Schauen wir mal, ob das jetzt mich mit meiner Kirchenstimme, okay, okay. So, machen wir erstmal aus und ihr sagt jetzt mal ganz kurz im Stream, ob ihr mich noch gleich normal hört und zwar machen wir jetzt auf unser Voicemod um. So, hört ihr mich jetzt noch normal oder hört die Stimme, ist die jetzt kratzend oder irgendwie ein bisschen lauter oder leiser oder sonst irgendetwas, dann müsstet ihr unseren Roger hören. Und? Gut. Wir müssten doch wieder den Papst hören meine Freunde. Gib mal ne kleine Info. Amen. Das werden wir nämlich wieder einbeziehen, wieder unsere, unser, überhaupt so wo es angefangen hat. Das haben wir ja komplett sein gelassen, weil die Server noch nicht hingehaut haben. Ich bezahle mir das Programm mehrere Euro im Monat an, wie sagt man, der Abo, Abonnentzeit und es geht immer nicht der Rotz Digga. Ich bin zu blöd, mich da hinzuwenden an den Support Dudes. Engelsgleich. Das ist doch schon mal Wahnsinn. Das ist doch schon mal das, was ich hören wollte. Da können wir mal wieder hier so ein bisschen, ja. Wollen wir mal wieder. Komm Freddy, brütt bauen. Komm Freddy, brütt bauen. Das geht doch wieder nach. Das geht doch richtig ab. Das geht doch richtig ab. Das geht doch richtig ab, Freunde. Der Bus wird wieder gebaut, Freunde. Der Bus wird wieder gebaut. Okay. Und wo sind eigentlich unsere Dings, das wir mal hatten? Wie heißt der denn? jetzt zum beispiel haben sie echt cool gemacht die dinger von elgato diese keylights die zwei kommen die karte knopfdruck ausmachen kann man alles mit dem päckchen mit dem elektrischer elgato stream deck die an machen da kann ich noch zum beispiel 50 prozent oder dann auf 100 prozent wieder hochfahren du kannst richtig viel zusammen alles koppeln und machen dann die echt richtig geil gemacht also macht richtig bock alles zusammen zu steuern und einen tastendruck du brauchst nicht mehr das ding extra ausschalten das ist echt die richtige erleichterung für leute die halt wirklich die stream eigentlich oder die halt viel mit interface arbeiten anderen sachen einigen die go xr du kannst noch viel mehr mitmachen als nur mikrofon anschließend hab ich auch nicht gewusst kannst echt vieles noch mehr mitmachen da kommen wir noch ein bisschen kohle auf leute so weiter geht's hey alex in welchem raum zockst du jetzt jetzt im raum 27 803 das ist im raum 27 802 der davor kommt quasi nur wenn wir tanzen und ob ihr dann fehlt natürlich dieser wenn unser haus und alles fertig ist leute in drinnen wir sind am umbauen dann kriegt er eine kleine roomtour jetzt gerade ist noch chaos und dann möchte meine freundin jetzt sagen wo wollen wir hin jetzt nicht keine ahnung dann würde ich sagen jemanden mal docks hinten raus bro wenn du Bock darauf hast sie nicht willst du nicht wir müssen woanders hin oder hier oben hinfliegen wenn du willst sagen wir können auch hier zu dem seiten von dem sei aus woanders hin oder zu dem shop dann fliegen das ist auch ein frau springer müssen guten oder heute oder wird sich woanders hin und sache kann man machen und angeschön an mein lieber schön dass ihr wieder da seid ihr lieben nämlich in der wohnzimmer habe ich jetzt umgebaut gehabt unser wohnzimmer ist halt dieses größte Raum überhaupt gewesen ich weiß nicht wie groß der ist aber 35 Quadratmeter ungefähr oder sowas und dann konnte man gut teilen halt so ein bisschen nicht schwer dass wir doch das zeigen wenn es fertig ist alles bringt welche da unseren landesvorteil ist okay trauen sich ja was du trauen sich was ich würde auch mal schnell rein da unten rüber mann hey mann lass mich doch da deutsch bro nichts keine kiste gar nichts hier in der finn scheiß ort alter willst du da hinlässtlich sagen wir mal das alarmiert schau mal zu mir durch in der schauen habe ich schon mal gesagt ja ich glaube schon oder mir schauen wir auch mal ich bist du nicht was du willst und ich traue mir 815 geplant die der schon vergeben aber die luki drin 815 der luka sie kriegt den raum ich finde ich eine kiste bis jetzt absolut tot hier die hose jetzt höre ich mal ihnen ein paar elf gemacht aber kein geld müssen nur meckern jetzt habe ich zwei goldene kiste rucksack oder ein perk was ich nicht gesehen habe weil ich einfach zugegriffen habe muss noch mal eine kiste drinne war da störe man kann ich hier nicht hupen wie geht denn das hier kann man hier nicht hupen was hat denn da mal hier bro oh das hat ich nicht mehr für ein perk weil ich immer nie hingucke ich einfach nur darauf zugreifen auch mal die kiste da fliegen welche über mir die gar schon auf den bräck hat er tut der tippe kro der kommt untergeflogen sie sind da der hier der chill break ich komme noch zu mir bitte die ganze leute jetzt schild kriegt der ine dude habe ich ein auto rausgepfiff zwei ko dg brauchte ich ja bei mir da rechts ist hier rechts hier ja der eine rechts vor mir ist einer noch da meine ich ja der ine ist da der hat ne meines gebiet wo landet denn einer da ist noch den turm drauf ich werde von hinten von hinten hinter uns angelasert was heißt hinter uns ja hier wo ich hin schaue achso ja oben sniper irgendwo oben oben drauf ist der kürzhaftig hinter dir ist auch noch ein gegner gewesen hinter dir hat er einen störter hier aufgestellt ich habe noch einen cluster digger mit dem grün der läuft da oben lang und das liegt runter und schneide ich denn beide tot noch einer von hinten digger hörst du ja von hier irgendwo geschossen glaube ich immer hoch hier alles so unübersichtlich der fixer ist hier gar nicht der kenne ich hier die ganzen gitter ist alles verpixelt du siehst du das ist echt komisch blau blau schildbreak bro der fliegt runter der schildbreak bei mir auch eine schildbreak bei mir dankeschön alter mein lieber vielen dank für den tausend sterne brudelchen vielen vielen dank willkommen ihr süßen mäuse herzlich willkommen wieder her ich versuche mich zu beten ist aber noch eine kiste gewesen links hast du gesagt ja der hat nach rechts Richtung blau geschossen Richtung blau hier ist noch ein hier der möchte aber fahren digger ich höre sie ein bisschen an ja genau dahinter liegt gut schön das ist aber noch doch team vibe ich will noch einen rucksack für dich nur jolo 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 das willst du nicht haben das ist jolo dann bleibt er den scheiß und zu dem shop davon ey ihr seid doch geil ihr seid absolut affengeil zum shop können wir machen ja hier ist ein kandler hier ist ein kandler da hinten so eine kiste gekauft da hinten hast du gesehen digger die stimmung ist da digger is da wir uns da oben über oben drauf laufen und dann mal ne runde rum digger fühl mich wohl eigentlich ja ich bin digger Kisten überall ja du willst hier zuhören es tut mir auch leid bro guck mal die Raketenwerfer drinnen ist die hinten oder? ja da unten eine ist guckt man auch hoch hamoudis das wird auch schön mit euch zusammen hier zu ballern hamoudis ehrlich ich bin noch mal ein anderes Spiel hier gucken wir haben noch kein gutes game draußen wenn wir mal ein anderes Spiel wieder anfangen zu zocken aber es ist nichts gutes draußen die zwei rauskommt irgendwann mal die alle faselt also passiert nix die meyer nichts mehr nicht haben wir mal mit dem anderen game was bei dem normalen neuer members hör mal ne drohne raus bro ich weiß ja nicht wie lange die schon und kein schwein da vor uns doch es tut blau ja ja wer ist ihr denn da alter lol ey digger ich snipe was echt übel alter hast du noch ne drohne holen eventuell ja nachdem ich ja die goldene kiste hier heute hab in meiner links kiste eine rüstungskiste hier liegen ohne ohne ich hab ja ich hab ja ein dings hab ich ja dann hau ich die direkt raus oder was oder willst du die mitnehmen ich kann sie mit du kannst noch eine drohne raushauen direkt wenn du willst bro komm mal her hier hau noch eine raus direkt blau hast du sag mal was denn markiert ich spiel nexomon nexomon das spiel ich auf dem ipad das ist sowas wie pokémon oder nicht digger das spiel ich auf dem ipad ab und an mal digger oder was meinst du damit das ist sowas ähnlich wie pokémon nexomon ich hab ich mal ein bisschen gespielt digger auch nicht lange du hast doch mal rausgeklappt oder wir sind ja nicht mehr da hinten hast du winden schon ja hab ich glaube ich wir lassen sie dahinter einfach oder was oder würdest du anders hin blau waren die ja 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 da gehen wir da hin der melde ist und dann groß alle links wie viel kommt euch nicht no wer ist am dienster das stammteam wieder full komplett das stammteam wieder mir gehts besser andreas digger mir gehts auch nicht hundertprozentig gut aber mir gehts so gut dass ich zocken kann damit euch zusammen den arm bestreiten kann leute einfach meine magenspielung mal abwarten dann bin ich selber da kann ja bloß irgendwas da nicht richtig sein das ist ja der turm da oben ist dahinter sind auch nochmal zweier digger allerdings die monik ist ja du kannst es ist ja nicht ganz oben drin die wir können jetzt die andere kommt gleich dazu gerannt unten die anlag ihn natürlich war der anlag alle sind in der sicherheitssonne oben raus schon nach dem gaben an mal digger genau die sorte der hat den juli stech raus digger ja 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 ich muss jetzt eigentlich runter sein der tut der partei den unten glaube ich der bunikiste gefloppt im haus drin in die entsteke aber ich die granaten jetzt die dachte der was im haus drin ich hab sie mit dem mobilen ballon dicker ja ja der waren gerade hier unten haben sie sich gefahren geflogen er zieht sie mir den balloon hoch jedoch nicht nur flugzeug beltingstörer grüß dich doch ja doch ja Alter, die Sniper, Bro, wie sagst du, Niggi? Der liegt daneben hier. Wo ist der andere von denen? Ich hab deine neue Lieblingssniper entdeckt, Freunde. Ich bin nochmal ein Plünderer für dich. Und ich haben, wir sind nicht. Ich glaube, ich bin nicht runter jetzt. Runder die Tür? Wo hast du das? Nee, nee. Der Aim ist echt gut da, muss ich sagen. Gasmaske hier, na Bro? Nabend, Alex, Grüße, Sascha, genau. Wir beide, Digga. Ey, zuckst du den Scheiß hoch? Muss ich mir wieder Zeit nehmen? Macht echt Bock, das Game. Ohne Kack. Hab ich euch ja gesagt, ich hab früher Pokémon sehr gerne gespielt. Bloß jetzt die Pokémon, die haben natürlich geile Grafik. Besseres Movement da, du kannst besser innen und her laufen. Aber, das ist viel zu einfach gemacht. Mit einem Pokémon durch die ganzen Pokémon-Arenen durchlaufen. Das hat gar keinen Spaß gemacht, kein Reiz dahinter. Ansonsten spielt das echt noch gerne. Ich bin mir nicht ernsthaft, Leute. Ich fühle Pokémon echt noch gerne, weil ich Zeit dafür hab. Im Krankenhaus oder so, wenn jemand krank ist, hab ich das immer gezockt früher. Nee, doch nicht ein Vogel. Wir können doch mal eine Drohne rausfloppen, Bro. Ich hab nix. Dann lassen wir den Ballon umflegen oder nicht? So. Das ist die drei Liniengewehrs, Leute. Das ist ja, wir beide, Junge. Benni, Alex, grüßt euch, ihr Süßen. Schön, dass ihr da seid. Schönen guten Abend, Familie. Vielen, vielen lieben Dank an jeden Einzelnen, der gerade zuschaut hier. Ich freu mich richtig doll auf euch, ihr Lieben. Ich hoffe, ab morgen ganz normal. Wie immer die Woche, Leute. Alle ganz normale Zeiten, ganz normal. Das Hub-Games hier am Start. Zu einem Mobilen-Ballon, den würde ich behalten, Digga. Ja, ja, ja. In Notsituation. Also immer, haben wir irgendwo ein Kopfgeld? Ein Einkaufswagen da hinten, oder? Der einzige, den wir haben, ja. Das ist der einzig, Sie haben wir weitergehalten. Schleiter. Ich habe ja für die Switch den Nintendo Pokémon Go, das ist so einfach. Schreiben wir auf uns? Ja, ich sehe es nicht, wann wo, Bro. Ich sehe den Sniper. Der Madigy. Was ist denn? Der ist genau vor mir unten, genau da, wo ich hingehe. Digga, ist doch ein Dach. Was? Hä? Wo kommt denn er denn her, Alter? Hier, Alter. Ach, Digga. Chris Mann. Gugensohn. Der andere auf mich auch noch. Ich habe mich auch nicht gesehen unter mir auf dem Dach, der Nuttenwinkel, Digga. Nikolai, grüß dich, mein Lieber. Schönen guten Abend, Bro. Meine Lampe kann ich ein bisschen runterstellen. Ich kann jetzt mal 50% stellen. Mache ich nochmal 60% hoch. Erkennt ihr mich jetzt noch bei 60%? Das ist zu dunkel, mein Gesicht, Leute. Ich habe jetzt auf 60% die Lampen. Wenn die auch kälter stellen oder wärmer oder heller, ich weiß doch nicht, wie es gut ist. Du bist ruhig, Roger. Warum Gullah 180 FPS, wenn es immer so bleibt, Alter? Das macht schon Bock, also Pokémon ist nicht noch geil, Mina. Auf jeden Fall, na klar. Auf Wiedersehen, meine Tochter. Guck mal, Jasmin, grüß dich, mein Schnucki. Vielleicht ein Ticken wärmer noch. Ey, die Lampen sind auf die Wärmste Stube gestellt, Bro. Oh, shit. Wo habe ich denn das jetzt hier? Müssen wir mal kurz hier... Warte mal, ich bin vor mir, bitte. Ich bin jetzt gerade wieder runter, Digga. Einen hab ich geholt. Sind die gefinisht hoch? Ja, ja. Wo waren denn die, Digga? Sind wir doch auf dem Dach drauf, wo ich gestorben bin, oder was? Nee, die haben mich gepusht. Bei diesen Häusern außen, beim Wasser da außen. Die hat meine ganzen Waffen auch genommen, Bro. Hier, blau. Da hinten, ach lol. Die feiten jetzt immer noch, die werden auch gefeitet. Ich hab Geld für dich, ich warte mal einen Kurswagen erst mal da drauf. Digga, ich habe keine guten Waffen. Finnechen, ja, ist besser, Digga, ist so. Oder Granate, einfach dran snacken und dann abbauen. Das ist wahrscheinlich sogar dasselbe. Oh, Digga, der andere weiß, dass ich da bin, oder was? Das ist ein Bengel, Digga, Alter. Ja, mich steht das Licht nicht, Leute. Ich hab ja gesagt, oder Oli hat das ein bisschen stört. Mich stört das Licht nicht, Leute. Das ist, ich glaub, 65% gerade. Wenn ihr sagt, ihr seht mein Gesicht so gut, alles schillig, dann können wir das so lassen. Soll ich da so ein bisschen kälter stellen, das sehe ich ein bisschen zu orange aus. Ich darf euch mal ein bisschen Unterschied zeigen. Das ist jetzt, sag ich mal, so warm, wie es geht. Ja, die, sag mal, die rechte Lampe. Das ist jetzt kalt. Guck mal, wie ich aussehe, wenn ich es kalt stelle. Das hab ich irgendwie einen Geist gesehen hab, Leute, oder? Wir können das auch mittelmäßig halt machen. Wir können das auch auf 3.900 Kelvin stellen oder so. So. Es ist dieselbe, es ist dieselbe Lichtstärke, aber das Licht wirkt viel heller. Ja, guck mal, das ist jetzt auf 7.000. Der ist auf kalt gestellt jetzt. So, und wenn wir jetzt halt auf, wir können ja wieder auf 3, 4 stellen. Es wird viel heller, Leute. Und ist gerade mal auf wie viel Prozent? Auf 68. Auf 60. So. Sieht blass aus, ja? Bei mir sieht sich übel orange aus. Zumindest bei mal anderem. So jetzt, oder? Ja, ja. Ja, glaube ich. Wir lassen das so, Leute. Ich mein, ich war, ich war draußen jetzt, ja? Ich hab echt freuen, ich mich, Leute. So ist es nicht. Ich hab sehr, sehr viel zum Hof und zum Haus geschafft. Obwohl es mir nicht so gut ging, aber das ist immer das Beste, zum Mann ganz rauszugehen. Frische Luft, Leute. Ich hab hier im Garten gesessen, anderen nach Melonen gefressen. Und versuch nicht zu reiern, Alter. So. Morgen gibt's zum ersten Mal oder einen Kaffee seit 10 Tagen. Aber Kohlblut und die ganze Säure halte ich. Nach die Mitte, das war gut. So wie jetzt ist es gut. Dankeschön, mein Lieber, deine 50 Sterne. Julien, vielen Dank fürs Folgen. Vielen, dass ihr da seid, Herr Moody's. Vielen, 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 vielen Dank. Vielen, vielen, vielen Dank für euren Support. Gib alles, bruh. Das ist noch so eine Termites. Der wurde gefinished, Digga. Links Tür. Links Tür war der. Das ist noch. Bis. Ja, es war klar, dass ich da sterbe. Beiden Seiten wieder, Alter. Von drei Seiten. Vorne, hinter mir und vor, ohne Dings von der kommt. Klar. Willkommen zurück, Daniel, mein Lieber. Grüß dich, Brudi. Ergolisch. Ich will mir schnell was zu trinken, vielleicht war da, ihr Lieben. Ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da, ihr Lieber. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Na, Ben, Tobi, so ist es gut, ihr Lieben. Einige Mal sind sie so raus. Jetzt bleiben wir da mit dem Licht. Jetzt bleiben wir so, Freunde. Ich muss sagen, die Sniper hat mir gerade Bock gemacht, Leute. Vielleicht zocken wir die noch mal oder noch mal eine Runde KGM. Wir zocken jetzt Runde KGM und Amaguerra. Wie gesagt, wir wechseln uns ein bisschen am Switch. Wir zocken jetzt KGM und Amaguerra, danach zocken wir M13 und blicksen. Und dann wird da ein bisschen Sniper. Der Sniper hat gerade echt tolle Bock gemacht, den neuen Kills. Das geht doch, Freunde. Das geht doch. Das ist doch wahnsinnig. Das ist doch wahnsinnig, Bro. Genug Training, Dudes. Genug Training, Dudes. Ja, fanden wir auch. Hat auch Bock gemacht, Sebastian, Lini. Oder Bastian, sorry, Bro. Olaf, grüß dich. Marco, mein Lieber, vielen lieben Dank für deinen 310-Stern-Schnucki. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank für deinen Support, Bro. Guck mal, dass jetzt mal irgendwann wieder mal ein Winnie reingekommen wird. Sag mal, ja. Ne, mehr Kills wäre mal wieder gut bei mir. Eine Runde war nicht so gut. Du hast mal neun Kills gehabt, aber jetzt so jüngt gerade. Das stimmt schon. Die Runden sind echt schwierig, Alter. Wieder campen, wie in den scheiß Häusern drinne. Oder wie es von drei Leuten. Ja. Gestern war es auch so heute. Ich halte keinen VPN, da kriege ich aus dem Maul. Und hier abends nur mit zwei Leuten so drei, vier Runden, danach war es auch wieder Schluss. Aber das bin ich mir gezackt danach, ne? Ja, wird nicht besser mit den Lobbys, Digga. Ne, das wird halt wirklich nicht bis aktuell so. Fliegt weiter, der Lappen, Digga. Digga, ich komme mir nicht. Es lag doch nur, Digga. Es lag die ganze Zeit, Mann. Das ist keine Lappi, wie gesagt. Das ist ein Pissgame, Alter, Digga. Das ist kein FPS-Groh. Ja. Luftschlaf, Bro. Ich habe hier hoch, unten liegt noch eine NZ. Stell mal so einen Sensor auf, hier. Leckt halt, oh. Die NZ und Blau, die spiele ich gerade lieber irgendwie noch. Hier glaube ich rüber, brauche ich gehen. Hinter, ja. Vorne, 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 vor mir. Hinter dem Haus. Einer Chill-Break draußen, zwei im Haus drinnen, einer stirbt, einer da oben im Haus hier. Sind aber zwei Teams, Digga, weil die ist auch noch eins. Ja, ich habe irgendwo vor mir noch eine Runde. Ja. Du siehst. Wie hat die Zeit? Ne Clame. Oh genau. Team Vibe, das war der eh nur hoch oben. Soll ich der andere von denen? Nicht. Ich habe noch eine Platte, ne. Der andere muss unten liegen, Digga. Der habe ich hier unten ab. Guck mal, hier. Die Platten. Ja, eine bloß leider Gottes. Sind die jetzt gegenüber noch hier im Haus, oder was? Ich weiß es nicht. Da war eine rote Punkte, aber. Da oben sehe ich erstmal jetzt skinnen. Pisten. Lass dir auf jeden Fall eine Platte liegen, wenn ich hier eine hätte, Bro. Aber Platte ruht sich schon mal weiter, Bro. Pisten kommt eine nur runter bei uns. Gut. Gute trotzdem, dass wir nachher die Platten haben. Das Gas kommt. Hey Saskia, grüß dich, meine Kleine. Mir geht's besser, danke der Nachbar, wie geht's dir? Eine Platte für dich, Digga. Eine Platte im Einsatzgebiet. Zwei Leute bei mir. Einer Schiff, Rayke. Einen hat dich, ja. Noch einer da, noch einer da. Ich sehe ihn nicht, Chris, ich sehe ihn nicht, Chris. Man. Der leckt mich doch. Wie geht's dir, Knifte? Ja, du bist ein... Ach, ich sag's mal. Ich hab ihn nicht gesehen. Ich hab nicht mal seinen Kopf gesehen. Ich war immer durch, unter der Kiste. Wenn du hundert Prozent drauf bist, bei denen, Wichser, dann war's das für dich. Aber ich mach jedes Mal. Verspotte den Feind, während du wartest. Zwei Steine an die Rübe sollten genügen. Aufgepasst, du wirst schon bald hier raus sein. Mach dich bereit zuzuschlagen. Du bist dran. Wenn du hier gewinnst, geht's zurück aufs Schlachtfeld. Verlierst du, ist dein Kampf. Gula. Es ist Zeit, Soldaten. Mach sie fertig. Leckt, es leckt so heftig rum im Gula. Das ist nicht normal, Alter, Digga. Soll ich Auto-Aimer vielleicht irgendwie kurz hängen die Scheiße, Mann. Was ist denn der Kiste schon dran? Ja. Ich hole mir die erste Mal. Es lag aber so rum, das kann man nicht mehr zocken. Das gehen. Der wurde aber auch abgeschossen von unserem Home-Town, wo wir mal landen. Ich glaube, ich wurde er abgeschossen von Zwecke geflogen. Das lag, Digga. Es ist doch nicht normal. Der SPF haut den, ping haut den, Paketverlust 0. Die Server sind so am abscheißen, Mann. Das verhurte Piss-Game, Digga. Ist doch keine Platte, bei der wir können nix zu looten, oder was? Nein, nein. Den hab ich denn für dich noch aufgehoben, jetzt hier. Na, Spritze hoch. Ich hab einen Schock zum Schmeißen, aber wir haben nicht draußen, wir haben 100 Fischer. Das bringt nix hier, Platte. Das bringt nix hier, Platte. Das ist ja nicht so. Du hast doch, du brauchst doch dir selber, Digga. Du hast doch weniger Leben als ich. Ich glaub, wir in das Haus hier rechts rein. Ich glaub, ja, komm. Das lag übel heftig, Alter. Genau, wie geht's dir? Ich hoffe besser, Bro. Lange nichts mehr, wenn du gehört hast. Dich erholt. Ja, und ich hab mich einigermaßen erholt, Bro. Danke dir, mein guter. Wie geht's dir, Bro? Das ist sehr gut, die Knöpfe. Hey, Reg. Schönen guten Abend, Herr Schnicky. Du hast die ganze Zeit durchgehend. Ich hab gar nicht gefunden. Ich hab eine Platte für dich gefunden, Bro. Ich weiß nicht, den Shop gleich zu dir. Oder du kommst mir hin und wir kaufen da einen. Besser so, weil so ist das, dann hört es halt jeder wieder. Ich hab mal Kohle gefunden. Achso, ich glaub hier Platten. Wir holen eh gleich Platten, alles. Ja, alles gut, Digga. Schön, dass ihr gut geht, Brudichin. Schön, dass ihr wieder da seid, ihr Lieben. Schön, dass ihr uns wieder haben, mein Brudis. Wir müssen mal wieder rein kommen, jetzt hier ein bisschen in Zocken. In die Zockengemeinde. Zockergemeinde, Brudy, hier. Dann mal Platten kaufen. Ja, wo werden wir hin? Wir haben nichts. Ja. Bin unterwegs. Du. Ach, vergessen. Moin, Mann und mein Lieber. Grüß dich, Schnucki. Dankeschön, Bro. Ich bin euch wieder zu lesen, Herr Moody. Ich bin euch wieder zu lesen. Hallo. Warte mal, wie geht? Jo, der fliegt zum Seil hin. Find ausgeschaltet. sein kumpel aber war kein weib doch bei mir was komisches da bin ich im haus blöd oder was wo ist der raus ich bin mir nicht mehr sicher ich bin mir so dumm ist er nix roger ist ein bisschen wo oder was ist denn los bei dir du bist ein ekel heute schon oder du bist ein ekel ich gehe nur kurz kacken wir brauchen ein bisschen cashmarners marz hat dennis grüße eric mein lieber danke dir schnuckelputz vielen vielen dank der süßen gehärtet da rennt er noch mal zurück brudy hey hendrik mein lieber vielen dank für deine 50 sterne gut ich bin schön dass ihr wieder da seid welcome back pascal jens schönen guten abend dennis grüße dich schön dass ihr wieder da seid ihr lieben vielen vielen lieben dank so eine herzliche umarmung hier war doch ich so eine begrüßung mann let's go vielen vielen dank am buddys wo denn im shop hinter dir oder oben im ballon direkt geht raus hier kiste drin plattenkiste die mal früher kommen können der scheiß man hatten wir uns 3.000 gespart die plattenkiste die plattenkiste mitgenommen die plattenkiste mitgenommen ja natürlich die linke satte was geil mein lieber vielen dank für deine 50 sterne brudi schön dass du da seid in familie schönen guten abend herzlich willkommen jetzt kündige ich bin gerade ein schluck trinken ich trau mich nicht Ich liebe dieses Spiel, ich lieb's einfach. Alle bei dem Haus drüber abkämten die Wichser. Der snipet auch schon auf mich den Müttensohn. Deinen Mütten, Alter, Digga. Jo, er hat mich auch noch gesnipet. Ich guck wie so ein Lollo da noch hin, Alter. Kommt der andere gepusht. Molotov geworfen. Ja, Mann! Schreib doch nicht ab da, du Hurensohn, Digga, Mann. Dein Schweinefatzen, Digga, Alter, nur am rumschimmeln. Du kannst deinen Gegner mit Worten oder Steinen verspotten. Ich bevorzuge Steine. Zeit zu kämpfen. Jetzt bist du dran. Bereit machen. Mein Gott, Mann. Ach, das trägst du hier nur um den Sack hier. Doch wenn du verlierst, war's dann. Kämpfe dich hier raus oder nimm das Ziel ein. Digga, Mann! Was rutscht dir da rum, diesem Zolljockel, Mann, Digga? Das Game, Digga. Drecksgame bleibt ein Drecksgame. Und ich vermisse die Scheiße. Nicht vermisst. Tommi, Junge. Tommi, Junge. Tommi, du bist es, Junge. Findest genau... Du landest am Boden und findest ne goldene Tommigun. Äh, ne goldene Weltgun, Alter. Geil. Läuft schon wieder. Läuft schon wieder heute durch dich. Das Game macht halt alles mies, Alter. Es macht die Stimmung mies. Es macht einfach alles. Es vermisst alles, dieses Game. Das ist nicht normal. Es ist einfach ausgelutscht, dieses Huren-Game. Einfach ausgelutscht. Nein. Ob du behindert bist! Das war deine falsche Entscheidung, du kleiner Sportfreund. Ja, aber ich hab mich wie sauber mit Stefan. Jetzt glaubst du, meine Lieber, meine Freundin. Wie, ich vermisste aber, Muddys. Das ist wie so ein Entzug gewesen, Mensch. Wie so ein Entzug, Alter. Versteht ihr das, Mann? Versteht ihr das? Ich bin erst mal ins Wohnzimmer runtergezogen, Stefan. Im Wohnzimmer. Ich weiß nicht, wie groß er eigentlich ist bei uns hier im Wohnzimmer, aber... Ich denke mal schon 30, 45 Quadratmeter. Wenn ich hier... Das reicht locker aus. Das reicht aus, Dude. Ich lebe hier. Ich lebe in einer Lebenhütte, Bruder. In einer Lebenhütte. Hoffentlich geht mit unserem DJ nicht gleich einer ab. Das ist doch geil. Lass mir da einen abgeben, Bro. Ich komm gleich hier richtig zur Fahrt, Bruder. Ich komm gleich richtig zur Fahrt, Bruder. Ich komm gleich richtig zur Fahrt. Da kann das ganz schön salzig. Ja, versteht's? Verständlich, Junge. Gummiewende. Natürlich. Was denkst du denn? Tobi, mein Lieber. Guten Abend. Schön, dich zu sehen, mein Guter. Vielen Dank. Tausend Sterne haut ihr das Blut raus. Tausende Bomben, Dude. Wunderbar. Vielen Dank, mein Lieber. Ich hab' den ganzen Pappen auf. Endlich wieder zurück. Simon, Grüße. Stefan, nee. Ich bin nicht. Hab' ich noch nicht, Bro. Wisschen nicht, wie wir's machen. Das muss erstmal so ne Lösung sein. Das sieht auf jeden Fall appengeil aus gerade. Also im Wohnzimmer sieht doch nicht richtig schick aus. Aber ob ich da jetzt auf Dauer so lasse weiß ich halt noch. Die muss ich gucken. Wenn die sich mal ausscheißen wegen dem Anbau die Firmen, denn... Das ist doch gut. Was ist denn hier los bei euch, ihr alten... Alten Bitches. Dieses hin und her gerutsche bei euch, ihr kleinen Nutten, Alter. Ihr kleinen Wannabe-Ficker-Protzen, Digga, man. Das Game soll nur noch mit Profis voll, Digga. Profis voll, Mann. Da willst du so'n Turnier zocken oder was bei dem Game im Leben nicht, Leute? Nee! Wie auch komplett raus. Ich spiel' viel, viel, viel zu wenig für diese ganzen Lobbys mittlerweile hier. Viel zu wenig. Das denkst du denn, Moritz, Digga? Natürlich OnlyFans. Das spielen wir doch so'n Mal, Alter. Jetzt gerade momentan. Generell denkst du, wie... Lack da eben drüber. Verlüfter alles scheiße, die Rosti, Alter. Das Game ist der absolute Performance-mäßig Null gerade. Ich markiere immer größer. Und nicht einatmen. Stoße zur Sicherheitszone. Aber wieder ja, vielen Lohn. Aber wieder ja, viele Lohn. Aber wieder ja, viele Lohn. Ey, Michi, mein Lieber. Vielen Dank für deine 100-Sterne, Schnuckelpuls. Grüße, Enrico. Vielen, vielen lieben Dank für deinen Sturz, Bro. Oh, Moment. Auf diese Lötchen. Oh, geht ihm noch. Miner. Miner. Roger for Roger. Roger for Roger. Es wird schon doch jetzt sehr schön warm hier. Ich glaube, ich brauche echt'n Ventilator hier unten, Alter. Vielleicht wäre es hier nicht, wenn ich'n Ventil habe. Jetzt will er mich facken, weil ich ihn angeschossen habe. Er ist genau hinter mir einer. Oh, ich seh' den, Digga. Wer fliegt aber... Hier. Live-Marker. Ich fliege dir hinterher, Digga. Ich bin unten schon. Ich bin da unten. Oh, das ist noch ein... Unter mir, Digga. Unter mir. Genau unter mir, Chris. Das war nicht gut, Bro. Ja. Der weg. Der weg. Deutsche glaube ich. Kann aber sein Email wahr? Das war sein Mail, der American Coordinator, oder? So schön eine ihrer gemachten Wumme. Ja, ja, habe ich. Hier war aber noch nicht. Es ist hier bei uns zöger. Warte. Das ist über uns zöger. Hat er? rauskommen rauskommt ach dicker was ist denn das für ein wichser digga meine fresse langsam nervt gerade die scheiße hier kämpfe dich raus um zur front zurückzukehren wenn du verlierst bist du erledigt es ist ich sehe die dudes auch nicht marcel grüß dich mein lieber würde frage mich einfach an aber wie lange streamst du jetzt schon bereich in meinem alltag auf alle fälle immer wie also ich streame jetzt seit nächsten monat seit zwei jahren und davon ungefähr ein jahr und zwei monate selbstständig halt also auf angemeldetem gewerbe im stream insgesamt jetzt zwei jahre im nächsten monat sind zwei jahre september sind es genau zwei jahre ohne die fans bin ich seit sechs jahren schon dabei ohne die fans manche sagen oh und die händschaft das könnt ihr euch auch so wie ihr wollt ich gehe maximal nur bis zum slip also danach ist wieder schluss oh das ist heftig wollen wir zum haus erstmal runter oder willst du das da oben noch einer drinnen ja immer noch einer drinnen granate ist raus muss raus sein ich glaube der ist raus ja die harris ey ich hab doch da genau ne gesendet ich auch dicker ich auch bro durch das fenster hier durchgeschmissen komm einer platte bro aber ich habe ich habe dicker du hast eine warum nimmst du keine alter verstehe ich nicht ich habe drei du hast eine verstehe ich nicht ach so komm her schließlich naja klar ich habe eine rausgelegt ist ja klar du Manko du alter Hunk wo war mir denn jetzt hin dingy haben nix das hast du gut erkannt wir haben nix hinten hier am schweine dicker yes und er fiel wieder keiner an ich habe das dann nicht gefunden hey Michael mein guter grüß dich schnucki zum grundsatz meiner nerven habe ich schon zirka vier monaten aufgehört Marco gönn dir Junge wie besser ist es wo wollen wir hin bro Richtung einfach ja die ballern davon sieht ja so elefantentanger ey gönn ich mir bro hatte ich gar kein problem mit letztendlich mal eine überraschung bei tiktok kommt einiges auf euch zu wenn es mir wieder wirklich gut geht habe ich schon richtig lustige videos bei euch am start also die ich jetzt umsetzen möchte da habe ich mir dazu ein paar notizen gemacht grüß dich fight back mein lieber das mega Oliver dicker überleg mal sechsmal tage für zwei jahre denn alter heavy leute wir haben hier aber gar keinen kopf geht irgendwo da nähe bro ne gar nix nix ne ich schieße von hier raus aus dem haus bro in die irre hast du gesehen auch oder was ja ja glaub schon ja ja wiederbleibt auch da oder ja ja doch hinter mir wurde ich angelasert scheibe unten glaube ich unter mir sind die ja oder ich brauche dir eine hilfe bro alter geil ich bin halt in die arme gelaufen hast du nicht mal oh das ist das gute wenn ich gesagt Vigi ich dachte nicht mehr ich lebe damit ich lebe damit ich lebe damit bro ich will leben ich will leben ich habe keinen geld gehabt ich wurde irgendwo glaube ich von hier richtung healy angeschossen hier ist ein gegner dicker loll chill break chris hier ich gehe pushen ab noch mal einen pfeil hinten raus ist da hinten raus Marco siehst du ich habe die zugemacht weil ich mich heilen wollte den einkaufswagen zum schmeißen bringt aber nix doch ich habe eine muni kiste weil ich keine granaten mehr habe muni kiste ist jetzt habe ich oh ne dicker oh ne jetzt habe ich andere granaten aufgehoben und brauche nicht nach meiner muni kiste hier ist noch mal seinem text alles gut bro Leute seitdem ich mein scheiß medikamenten kotzen ey diga mir kribbelt alle 10 minuten mein ganzes gesicht alter wie taub und meine lippen und alles dann geht es gleich wieder weg das ist voll komisch junge wenn du was machst ja siehst du nicht seitdem ich meine medikamente auskotze ich habe ein paar weggelassen seit 5 tagen kribbeln alle 10 minuten mein gesicht alter und meine lippen als ob mich das eigentliche ich habe das gefühl wenn das länger kribbelt würde ich mich umkippen alter und geht dann gleich wieder weg das kommt alle 10 minuten ja die ganzen richtigen verhurten medikamenten oder oder flugzeichen fliegen mit einem bomber dicker mit einem bomber fliegen ich will den bomber diga ich bombe die muss erstmal nachladen ok dauert ein bisschen die gehen außen attraktiver ja unter dir genau unter dir oh sorry bro ich würde gleich die linke wandel raus Ja, ein Mann in die Tür. Ich muss das gerade halten, um die Scheiße abzuwerfen. Ich habe doch einen Einkaufswagen zum Werfen, Dicke Stipp. Hier, zack, zack. Unser Kapitän, Käpt'n Ballou und seine Crew, Dicke. Hast du übrigens den einen in der Luft geädert? Hast du das mitbekommen mit dem Flugzeug? Ne, habe ich nicht. Wenn du gerade über den Turm hier geflogen bist, da ist der eine mit dem Flugzeug, aber nur ein Schildrecker. Also ein Schildrecker. Wie geht das denn, hä? Ich habe das nicht mitgekriegt. Ich habe gedacht, dass ich mit einem der Bomber einmal schläf'n. Mach's Bock mit dem Bombern, Dicke. Sag ich so, wie es ist. Bist'n du gestorben? Im H-H-Haus da hinten. Da hinten, ja? Ja, ja, da. Da war einer oben gesessen. Ich wollte gerade laufen, da war einer gesessen. Freunde seien durch, Dicke. Und dann fielst du schon seine Crew. Bum, 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 bum. Oh, ja. Hallo. Oh, ja. Kannst du ihn mal umschreiben? Die schießen auf dich, oder? Das ist ein Geräusch gerade gewesen. Ja, auf mich nicht. Wollen wir einen Helikopter fliegen hier oben? Wollen wir auf jeden Fall hier einen Schubstrick? Kann man machen? Oh, da ist so die Kiste drauf. Der Helikopter ist gleich dauernd. Ich muss weg. Da würde ich nicht hochgehen, Dicke. Wer schießt denn? Da sind die rausgekommen. Die sind da unten, Dicke, sind die. Windend hat der drinnen. Nochmal windend. Und ich snipe auf unseren Bro. Ich glaube, der mein Priz hier nicht prediktet hat. Nee. Der ist da hinter dem Haus, hinter der Halle. Ja. Die fighten die. Chillbreak einer von denen. Ja, der Wand ist der. Oh, ich habe einen Hit bekommen vom Sniper. Einen kleinen Hit. Der Entity ist ganz hinten, glaube ich, oder? Ja, hier einer hinten an dem Fingerrand, bei mir hinten dran. Ich kann ja auch nicht machen. Dicke, kommst du mit? Ja. Kann man so campen. Die ganze Zeit am campen. Die fotzen, Dicke, Alter. Die Husten müssen alle langlaufen, jetzt Dicke. Die Mäuse. Was ist denn das? Es geht wieder. Was ist denn jetzt hier mein Dingsidongsi hin eigentlich? Äh. Wo ist sie denn hin? Läuft stufenlos, Leute. Marcel, grüß dich mein Guter. Hier. Mh. 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 B. Das ist der alles. Da, da, da. Da, da. Da, da, da. Da, da. Da, da, da. Dann machen wir jetzt nochmal eine Runde, ich glaube ich will nochmal eine Runde Sniper, Leute, hat einfach gerade Bock gemacht, die Wumme. Jetzt zucken die Leute, wir sind momentan so innen, Leute, an Close-Waffen, immer noch Blixen und Dingsidongsi hier, Marco V. Amagoera eigentlich wahrscheinlich. Amagoera, okay. Amagoera, Blixen und Marco, und das sind die drei, die ganze alle zucken. Vielleicht Amagoera, nein, ich will nochmal Sniper Support umbauen, oder jetzt die Runde, wenn ich das schaffe. Bock drauf, auf die Waffe, Bock drauf. Obwohl wir baut uns die, haben wir auch noch eine andere Sniper-Klasse gehabt. Wir lassen lieber die Klasse und bauen die nächste Runde, obwohl wir haben ja noch Zeit. Wir bauen die nächste Runde und wir lassen die Sniper-Klasse einfach so, wie sie ist, Leute. Wixen kann es mit dem Ding nicht riskieren. Yo, ist doch gut, Bro, ist doch gut, Mann. Ist doch gut, Brody, soll ja auch ein Sniper sein, hab's verstanden. Der SG macht immer noch Bock. Ich meine jetzt die Close-Waffen eigentlich, Bro. Ich kann mir vorstellen, dass der SG noch abgeht, aber ich glaube, KGM ist momentan unschlachtbar, was Long Range angeht, Dude. Ich kann mir die neue Bromback auf den Himmel ab. Die Galleckt rum. Es legt rum. Ich Leckt rum. Um mehr Rapp, um mehr Rapp. Irgendwie 40, siehst du? Ich hab's ja auch noch, ich hab mir dran gedacht, oder? Manchmal schon ewig nicht gezockt, die Waffe. Irgendwie nicht gezockt, der Ding. Blablabla Let's go, let's go, dude. Mein Name ist Sniper, Sniper Brudy, Sniper Miner. Bin ich mal gespannt, bin ich mal gespannt. Arsenal, let's go. Mach darum, dass ich meinen Ventilator rüberholen, Leute. Oder zumindest runterholen. Ich muss ihn nicht mehr rüberholen, sondern runterholen. Ich muss ihn runterholen, my man. Let's go. Ich bin oben rein, Bro. Ganz weiter. Jagen Speiche, bevor sie dich jagen. Beide goldene Kisten, Digga. Geld ist schon da, aber sonst ist sogar nicht viel... Nicht viel Gutes rüber. Ein Haus komplett weit, okay. Platten ist nicht, oder was? Das ist von der Scheiße, Mann. Langsam, ich glaube, ein, zwei Runden, Leute. Dann bin ich wieder richtig drin, hier neben den Nuttenkafter. Ich glaube, ich habe jetzt eine Spitze mitgenommen. Ich glaube, ich habe einen Hit gekriegt wie der Sniper. Ich glaube, ich habe einen Hit gekriegt wie der Sniper. Ich habe keine Waffe dafür. Keinen AR? Ne? Ne. Der ist rausgesprungen. Ach, der in der Luft, Bro, beim Rausspringen sogar. Alles klar, Junge. Und die Snipes sitzen, oder? Ja, Alter, ja. Die Snipes, die machen richtig gerade Bock, Alter. Wir können ruhig clippen, Alter. Wir brauchen Clips. Clips braucht das Land, Freunde. Ich würde mich freuen drüber. Wir können einkaufen, ja? Wir können einkaufen. Hier, kauf einen. Guckst du zum Fenster da rein? Bist du aus dem Fenster rausgesprungen? Ne. Keine Ahnung. Ist doch ein Grinder rausgesprungen, ja, ja, aber irgendwie... Hab ich nicht gesehen, keine Ahnung. Ich schlafe auch irgendwie gar nicht. Das ist jüdisch. Wir haben auch eine Kiste geholt, ja, links irgendwo gerade. Hm, da sind die auch runter, Alter. Da sind die auch gelandet dahinten. Runtergesprungen. Dankeschön, David, mein Lieber. Schön, dass ihr wieder da seid, Hambudi. Schön, dass wir uns wieder haben, die Schnuckis. Warte mal. Eine, glaube ich. Eine weiter links, da. Ich glaube, da ist auch noch eine Kiste runtergekommen. Okay. Irgendwie haben sie doch eine gekauft gehabt, irgendwo? Muss doch die sein? Hinter uns, ja, ja, hinter uns. Ja, der snipet schon. Ja, der ist da. Der kriegt einen Cluster drauf, ja. Didi aber nicht mehr. Die werden von gegenüber beschossen, glaube ich. Ist denn unten oder das direkt, Digga? Didi nicht mehr. Die läuft jetzt wieder rechts rüber, links rüber zum Orange Marker. Hüppleck hat einer. Einer ist da K.O. drin. Ich bin noch drauf, bro. Digga, ich bin noch drauf. Einen habe ich hätte gegeben, der ist K.O. Brauche ich hier hin. Fliege hin da. Wasser geht drauf. Kann nicht pushen, aber Wasser geht drauf. Ist so ein Witz. Genau da liegt einer. Genau da liegt einer. Genau da. Ist der andere? Hast du den? Ne, ne. Alter. Alter ist vorne bei den Dingern, ist er bei dir. Sauber, Digga. Halt den. Dankeschön, Stefan, mein Lieber. Dankeschön, Verlöfanz. Grüßt euch, ihr Lieben. Volker Thorsten. Guten Abend, ihr süßen Mäuse. Vielen, vielen lieben Dank, Herr Muttis. Brünnchen kann ich noch holen. Gönn dir mich, mein Lieber. Gönn dir dein Feierabend Bierchen, Schnuckelhase. Brünnchen, ja. Äh, du hast ja... Oh ne, du brauchst noch ein bisschen... Digga, warte doch kurz. Ich will uns die scheiß Kiste hier holen, Mann. Möcht ich hier nicht hin, oder was? Ach hier, nimm das Geld. Komm Chris, hier. Nimm die Kohle. Geld, ihr seht. Ich hab ja da rüberjumpen können, Leute. Ich hab den Fallschirm zum Move. Ach so, den hast du ja ungefähr... Und doch, ey, die Kiste liegt auch noch da. Jaja, ja. Über uns fliegt einer. Wo? Das könnte sein einer von denen, was wir gekillt haben. Wie gesagt, auf blau hab ich ne Kiste runterkommen, denn... Ich ging, äh, zum Ohrhaus, oder? Ach so, okay. Ja? Ist nicht mehr Kamen. Dahinter. Hau gleich die Drohne raus. Ne, oh, oder? Sie ist vor uns, ja genau, vor mir. Hau mal raus die Drohne, bitte. Hinter uns auch noch einer. Stöbern wir sie auf! Dann hast du K.O. Da ist eine Meldpush dran gerade. Granate ist raus! Die sind beide tot, aber noch woanders ist einer geschossen. Da oben drüber. Der ist runtergeflogen, gerade auf blau. In. Schildbreak. Oh, Alter. Auf die Roboter! Ich nehm' jetzt gleich den Ding im Ballon. Ready? Ich nehm' jetzt gleich den Ballon. Ich nehm' jetzt den Ballon. Ich nehm' jetzt den Ballon. Ich nehm' jetzt den Ballon. Reden, hey Sascha, mein Lieber. Vielen Dank für deine 100 Stunden? Ich nehm' jetzt wieder da, der Damuli. Vielen, vielen Dank, dass Sie das zusagen und wieder einschalten, ihr Lieben. Ich raum'zeit bro. Na, du raum'zeit mou manch. Du musst den mir auch mal sagen. Hab ich nicht drinne. Dann nehm' ich mir die Hatter draus, halt, direkt. Es wurde eine Nebula-Punch-Bombe entdeckt. Wasser bleiben! Ich bin hier noch loon, vielleicht noch ein bisschen Cash gehabt. Wegen Drohne kaufen der loot. Ich wüsste nicht, wo der liegt. So wo ich den gefinished dicke. irgendwo hochgekraut, hast du gesagt, oder? Ja, ich müsste eigentlich irgendwo liegen. Blöd, der hat den hochgesogen. Ja, das zu, der ist nach links gerannt. Okay, so nicht, dass er hier eigentlich unten fingen die Flügel schon. Okay. Ey, Basti, mein Lieber, viel Spaß mit deiner Perle. Schön, dass du da gewesen bist, Brudichchen. Liebe Grüße und begannterweise. Ja, wo ist Frank? Grüß dich. Rechts neben dir, Bro. Rechts neben dir, Bro. Ich habe müssen, Digga. Man kann ja bei den Sniper keine Luft anhalten, das fackt ab momentan. Wie der läuft, wie der letzte Schwitzer, Mann. Wie der letzte Schwitzer, Bro. Guck dir, der andere, Buddy. So wie der gelaufen ist, der Maid auch ein richtiger Schwitzer, Mann. Ich gucke, hat er mitgenommen? Jo, habe ich. Dann haben wir gleich den Bunker oben links. Wenn ich den Dinger da mal rein will, dann kriege ich die da nicht raus. Wir haben Geld für eine Drohne, Bro. Jo. Hey, Frank, grüß dich, mein Lieber. Danke für den Sebastian Manners, Manners. Ich danke dir für deinen 100 Sternen-Schnuckelhase. Bin, dass ich wieder da seid, ihr Liebenmeister. Ich war nie weg. Hab mich nur versteckt. So, ist der hier noch vor mir, oder was? Fliegt der über mir? Der rennt da, der rennt da. Der rechtsgerannt. Ich seh den nicht mehr, dass der rennt da vorne rum. Den Dingern die ganze Zeit. Hatten Pals. Das sind die Hinten, älter. Ist doch gar nicht mehr da, der Dude, oder? Irgendwo kommen wir. Hinter mir, oder was? Da ganz unten sehe ich einen. Der snapped einer, dicker. Hatten Hit bekommen, morgenschen Marker. Das sind doch nicht die, die bei uns waren, dicker. Nee, lag irgendwo. Lass mal in den Bunker reingehen. Die finden wir bestimmt Drohnen und alles. Wie bitte? Rechtshut machen die den Auftrag, ja. Wenn du da hinhies, oder was? Keine Ahnung. Dann alles offen, kannst du gut snipen, da. Hier läuft der andere von hinten ran. Lass scheiß auf den Bunker. Hier rechts neben, hier ist einer unten. Ohne Schmacher, dicker. Ja, der ist doch da runtergelaufen. Und den meinte ich ja, genau den meinte ich. Der läuft nach links weggelaufen jetzt. Der snipet doch noch auf mich, der ist nicht weggelaufen, Bro. Nee, der ist doch der Mate. Vor mir ja. Ja, ja, der andere ist noch rechts neben dir. Und? Der andere wird auf dich zulaufen, der ist jetzt nicht, wo dahin ist. Der andere wird sich unten laufen. Hier sind zwei andere Teams. Die snipen, die snipen. Ja, ja. Noch einer, der snipet. Buildbreak, Bro. Buildbreak da. Wegpunkt markiert. Bewegung. Warte mal, Hit. Alter. Der holt dich, Alter. War auch nicht schlecht. Ich hab ihn nicht mehr gesehen, halt. Hinter uns wieder, oben. Mit dem Bunker heimigen Kohle, mit dem Drohnen und alles Selfie. Lass mal nochmal hier. Die fallen eh da oben. Sieht der Bunker, der nähert er. Ey, Namen Daniel, mein Lieber. Grüß dich, Schnucki. Na, wenn alle ichs, grüße, Schnucklase. Sieben Sieger hast du euch geholt, ne? Das ist doch mega, Mensch. Das ist doch mega, Brudi. Ich würde gerne bei uns mit reinkommen, weil ich hol jetzt hier noch einen Sieg, Brudi. Da würden wir uns freuen, Junge. Sieg brauchen alle beide, Mahler. Close, oder was? Ja, ja. Da haben wir eine Granate geschmissen. Wo ist denn der da? Ich hab zwei, glaube ich, auch was. Komm. Geht gerade ein, ja, der andere hat mich. Close, close. Beide landen an den Arsch an den Arsch. Oh, die Platten. Was? Bei mir ein Headshot? Ja, ich hatte keine Platten drin. Ja, es ist beide Headshots hintereinander. Zwei Headshots gegeben. Mhm. Ach, Mann. Ich weiß auch nicht, was mit Billo. Ich weiß. Ich glaube, da unten, wo ich die abgeschossen hab, vielleicht ging da noch Waffen von denen. Hier direkt wieder. Ich, woher komm's? Ey. Ach, Bro, ich mach, glaube ich, da noch eine oder so. Ja, ist gut, verstehe ich doch. Alles easy. Absolut. Kein Nerv mehr für das Game, ehrlich. Er kommt genau bei mir. Wenn ihr vielleicht noch ein Live macht. Mhm. Einer nur, oder wie viele sind das? Ich glaube, einer. Ja, ist doch gut, Digga, ist doch gut, Bro. Aufklärungsflug unterwegs. Wer weiß genau, von wo du kommst. Ja, ja, ist doch komisch, Digga. Wieso? Ohne geil. Hey, Freddy, grüß dich. Donny, schönen guten Abend. Das ist doch Wahnsinn. Na los jetzt hier. Mach's nicht so spannend. Egal, das ist ewig lang hier, ja. Möge das Chaos beginnen. Mach dich bereit, zuzuschlagen. Du bist dran. Mach dich bereit, zuzuschlagen. Das habe ich schon lange nicht mehr gehört. Mhm. 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 Gehört keine. Cooler. Wenn du verlierst, bist du erledigt. Ich beweise, dass du es noch drauf hast, Soldat. Du hast keine Schwächen zu zeigen. Bereithalten für erneuten Einsatz. Mir geht's wieder besser. Dankeschön, Benjamin, mein Lieber. Wie geht's dir, Brudi? Dominik, schönen guten Abend. Was ist denn da? Komm mal weiter runter. Wir warten nach Luft oben. Nee, nee, das dauert noch ewig. Da können die Zone... Da können die Zone erst hier rankommen. Wenn die Zone angekommen ist, danach dann nochmal... Dann muss die vierte Zone rankommen, und danach... Weiß? Ja? Ja, ja, bei der fünften Zone kommt. Wo wollen wir denn jetzt hin, Alter? Keine Ahnung. Keine Lupe noch, nee, nix. Hier, du schaust einfach runter. Können wir mal machen. Zelte hinten, glaub ich, geh ich runter. Mal gucken, Decker. Ach, schießen die, glaub ich, schon. Hab ich den Schuss gesehen. Ja? Ich weiß auch nicht, wohin denn das. Ja, die schießen irgendwo. Die schießen da, schießen sie. Hier oben. Geht's in den Zelten, um noch so drücken zu looten. Ich glaube, hinter mir sind Gegner, oder? Genau unter mir. Jetzt war ein Grashalm. Ich setze mich in den Bomber rein, liege ich, ich mach das jetzt hier, Bro. Doch, ich mach gar nix. Links von mir, genau hinter mir. Ja, der besitzt jetzt einen Bomber, und er hat einen C4-Bomber geschossen. Ich weiß, ob er es wusste, oder was? Unter mir ist einer, auf jeden Fall. Siehst du den nicht, der mich abgeschossen hat? Doch, doch, der war ein Bomber doch gerade dran. Aber wo ist denn der da hin? Der ist doch wieder Richtung Zelte zurück, der ist nicht rüber gelaufen. Der ist irgendwo dahinter. Der war doch bei mir, der war doch genau vorne, oder nicht? Ich hab jetzt nur den einen da gesehen, auf blau. Der war wieder drüben, auf der anderen Seite, war der. Digga, das Waffen weg sind dort. Ja, der ist hier, der ist hier bei mir. Bei dir im Haus drinne? Sauber. Sein Muschi-Freund, sein Muschi-Freund hinterher, Junge. Komm, 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 komm. Das Gas meistert sich aus, Sicherheitszone verlegt. Schussverkauf abgibt. Preise der Vorratsstationen wurden angepasst. Der Feind sprengt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Kannst du mich noch holen, am Shop oder so? Da wohnen. Da ist eine Versorgungstattung. Da bin ich, da bin ich, da bin ich. Da bin ich, da bin ich, da bin ich. Da bin ich, da bin ich, da bin ich, da bin ich. Da bin ich, da bin ich, da bin ich. Da bin ich, da bin ich. Links auch noch eine Platte, links. Da bin ich, da bin ich, da bin ich, da bin ich. drauf habe ich jetzt auf vorderen drauf gemacht noch ein zweiter wichser so nutten alter in hand in hand ist ein ganz anderes team gewesen also mit ihm los 20 20 gilt eine 20 genau 17 37 das waren die was wo wir vorhin gestorben sind manu mein stück glase die ich hin also der alte karlin brudi mann ist glase habe ich überhaupt gar nicht mit das schon mal los vielen vielen dank wo die einer mich sehr darüber schnucki vielen vielen dank für eine gifte zaps mal ihre manu rinder den mann und den brutkasten junge das kannst du bitte ender gerecht fluchen gender gendermäßig da bin ich immer unterwegs ist auch mir gender gerecht fluchen andere klasse machen da können wir ruhig den schädchen nehmen das ist ja fast genau so perfekt die war für die ich meine ja in mehr schaden macht er hier noch schussrad ist mehr schaden ist mehr ich den body doof für den lauf jungen body doof man let's go und hier was ist denn das hier überhaupt für eine klasse da kann man aber in anderen klasse reinhauen da kommen wir neben geräusche die über die ganze zeit immer so was genau und sie macht noch und gleich die kreise nicht probieren diesmal aus hier die nebengeräusche gemacht jetzt machen wir das hier für eine klasse wo ist er denn das ding rein knallt blink und schnell wieder reinnehmen hier wollte eine ganz andere waffe fertig machen krieche soll ich meinen schau ich nicht mehr schaffe ich gar nicht mehr freunde ganz kurz zum kühlschrank flitzen aber ich brauche irgendwas zwischen dem team weiter warten auf einsatz zeit sich bereit zu machen der feind sprengt über dem gebiet ab auf den himmel nach russi marco servus freundlicher soldat in der nähe Genug Training. Jetzt bekämpfen wir den echten Feind. So, Digga, markier mal den Tret hier. Das Gas nähert sich seiner Position. Ab in die Sicherheitszone. Entlieferung im Anschluck. Keine Ahnung, wo Arsenal oben noch zu weit fliegt. Das ist einfach hier unten. Wir hätten nur mit dem Falschen bleiben. Grünen guten Abend, ihr Lieben. Greases, Ivan. Ivan, servus. Wir fliegen das Haus wieder hier rein. Wollen wir hier mit? Ich glaube hinter mir im Haus. Scheiß weißes Haus wieder. Hinter mir genau das. Ja genau. Große weiße Haus. Scheiße, das erschreckt mich doch nicht so. Plattenkiste. Bei mir, selbst. Mann. Was? Mach ich gleich halt. Ich kann jetzt nicht unten runter, ne Schnecke. Da unten. Da haben wir ja nicht so gefreisen, mein Engelchen. Du bist jetzt im Gulag. Überlebe, um erneut eingesetzt zu werden. Was? Was? Weiß, Bruder. Hm. Hm. Der Kampf hat begonnen. Jetzt bist du dran. Bereit machen. Wenn du hier gewinnt gehst, gehst du zurück auf Schlachtfeld. Verlierst du ist dein Kampf vorbei. Beweise, dass du es noch drauf hast, Soldat. Komma? Verbündete Ausrüstung ist lieber oben unterwegs. Naja. Pieck, Junge. One chest, nicht zwei. Das Gas ist wie auf dem Pelz. Das Gas ist wie auf dem Pelz. Was? Digga, was ist denn jetzt hier los? Ich werde schon mal eingeschossen, Chrissy. Glaubst du das? Unter dir, glaub ich. Rechts beim Haus oder so. Ja, rechts beim Haus. Ich sehe den schon. Blade Break. Chrissy geht jetzt gleich weg, auch fast. Einer ist K.O. Chrissy komm jetzt. Pusche den weg. Der ist slow, Mann. Der andere ist K.O. von denen. Was ist denn der eine vor uns? Ey Digga. Ey, komm. Die Fick-Gem-Fick mich ab, Alter. Ich hab' den Schlag gewonnen, aber wir haben den Krieg noch nicht verloren. Du bist den guten Helden. Das ist ein Sturmgewehr-Kilo, das ist von dem Terminator das Sturmgewehr, Leute. Grüß dich, Tobi, mein Lieber. Ich hab' so Bock gehabt, wieder zu zocken, aber das Game vermisst mir einfach gerade alles. Die ganze Stimmung, alles, keine Ahnung, einfach nicht mehr gut, Alter. Entweder mach' ich irgendwann einen Break von dem Game erstmal, siehst du auch nicht. Einfach keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ich hab' wirklich Bock, Alter, wirklich Bock wieder gehabt zu zocken, aber es ist nach zwei, drei Runden. Das Game ist, keine Ahnung, es zieht einen so runter, Mann, es macht einfach überhaupt keine Laune mehr. So, für was zocke ich den Scheiße überhaupt, für was? Um was geht's hier, Alter? Geht's hier um die Scheiße? Ja, ich fahr dich wieder runter, Bro, ich weiß. Das Game ist so, das ist immer so bleiben wie das so gute Scheiß-Game. Wir haben nix in diesem verrückten Hohre-Game, Alter, nix, Alter. Nix und wieder nix, Mann. Grüß' dich, Heiko, mein lieber Patrick, schönen guten Abend, mein Guter. Mal so eine Frage, zockte GTA 6, wenn es rauskommt. Wann kommt denn das raus? Der überhaupt schon ein richtiger fester Release-Termin für das Game? Ich glaube nicht, oder? Das ist schon eine Waffe von dem Heini hier, von Orni, oder? Das ist ein Sturmgewehr, oder was? Das ist ein Sturmgewehr, oder was? Das ist ein Sturmgewehr. Das ist ein Sturmgewehr, oder was? Bis zum Einsatz dauert es noch ein bisschen. Und Dennis ist halt nicht mit den Mufi-Stimmungen zu tun, das Game fackt einfach ab. Das versteht doch jeder normale Mensch, Digga. Da sieht man, wie wir rufe, weil ich dann nicht bei dem Scheiß-Game online, Alter. Wenn man ein neues Game rauskommen muss. Sturmgewehr, oder was? Ich glaube, ein Sturmgewehr hat mir geschrieben, vor zwei oder drei Tagen, dass hier Roboter gut sein soll. Da weiß ich nicht, wo ist der Scheiß-Tal. Oder gestern, wenn man vorher noch geschrieben hat. Da war nicht blind, oder was, Digga, wusste nicht, Scheiße hier. Roboter! Man kann sogar auswählen zwischen den Dingern, wenn ich mal hingekriegt. Das ist ja nice. Das ist doch nicht was, was jetzt hier so richtig ist. Was ist das hier für eine Tornung? Ich schaff's doch hier wieder nicht die Scheiße zusammen zu kriegen, mein Junge. Hallo. 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 Wir spielen E-Sniper. Komm, scheiß auf die Roboter. Ein bisschen Achim rein, dann ab jetzt Stefan. Achim ist das Zauberwort schnuckelputzer, Alter. Vielen vielen Dank für deine 500 Sterne, Bruder. Wir sind wie Nikita, oder nicht? Kann schon gut sein, ja, Diggi, Dominik. Glaub ich auch. Das Magazin zumindest. Auch 50er Mac, der lauft. Nächstes Jahr, glaub ich. Nächstes Jahr, GTA 6. Ich werd's auf jeden Fall gönnen, Alter. Ja, GTA wird's auf jeden Fall gönnt. War zwar nie so mein Game, aber ich weiß nicht. Ich werd's auf jeden Fall zocken. Ich hab mal GTA 5 mit Kurven rumgelaufen, mit dem Ferrari überfordert, wurde weggeknallt. Da hab ich das Spiel direkt mal ausgemacht. Aber ich denk mal, nix ist... Zu weit auf jeden Fall GTA diesmal anfangen zu spielen und versuchen auch das Game so ein bisschen zu verstehen. Ich hab übelst Bock drauf sogar auf das Spiel, Leute. Weil das einfach viel mehr umfasst, als nur im einen das selbe. Das bin Nikita. Dankeschön, Daniel, mein Lieber. Also lass ich sie da, wo sie jetzt ist im Job, Digga. Gib ich kein Geld mehr für das Game aus, Leute. Mal gucken, das ist eine Reboot-Waffe. Werde ich jetzt spielen würde, während ich vielleicht nochmal das Game go... Ey, Digga, es lag die ganze Zeit, Mann. Nur beim Runterfliegen lagts schon, Alter. Geh's doch mal an, Leute. Wie willst du denn so zocken? Ey, Digga, wir müssen das Game nicht zocken mal. Haben wir ein Bombard, Digga, ein Bombardement! Yo, Alter, genau wie meine Hood. So scheiß Bitches, Alter. Das lagts, ich kann grad nicht zocken. Ich hab FPS drops des Todes, 85 FPS, jetzt wieder 190. 60 FPS. Was denn jetzt los? Möchte hier grad irgendein Update oder was bei mir? Was ist mit dem Game los, Alter? Ich kann so nicht spielen grad. Ich hab FPS drops. Ich kann so nicht spielen, Chris. Hier ist nicht. 70 FPS, 120 FPS, 90 FPS. Das Game ist so wie vor ein bisschen nicht, Alter. Für die Wichser reicht's noch. Ach du Hure, so musst du noch finishen, Alter. Du bist einfach ein Wichser, Digga, Mann. Meine Güte, Alter. Ich bin nicht eure kleinen Mamas, Alter. Was ist da los bei euch? Oh, hört's auf. Wo fängt's an, Leute? Ein bisschen rollt hier. Wie heißt das? GTA? Roadplay? Da seh ich mich, Leute. Du bist zwar allein, aber du wirst nicht kampflos aufgehen. Leck das, Alter. Das Game ist tot. Fuck, Game ist das nur noch, Digga. Abfall, Abmüll. Wichs Game. Wann? Digga, so kann ich nicht spielen. Gehe ich offline, Digga. Hier. Ich werd nicht das Spiel. Ich hab das Spiel nochmal neu. Gehe geht nicht anders, Leute. Das Game ist einfach nur noch broke, Digga. Es ist einfach nur noch Kacke. Kaputt und Scheiße. Willst du da machen? Wie soll ich da zocken, Leute? Kann ich ja nicht machen. Ich kann euch doch kein gutes Gameplay bieten, wenn das Game jedes Mal über die Hälfte an FPS verliert, alle zwei, drei Sekunden. Wir müssen das Spiel nochmal neu starten. Wenn es dir nicht besser ist, dann müssen wir das andere machen. Dann müssen wir wieder... Ein bisschen... Einschlüsse, also mach ich den dann gerade so. B-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E Geht gerade irgendwo rein. Jetzt können wir mal neu starten, Leute. Ich hoffe, es geht jetzt. Du minst rp, also dieses Roleplay. Der Hype ist aber auch schon vorbei, glaubwürdig. Was hat das mit Hype zu tun? Mir geht es doch nicht um den Hype. Mir geht es doch um den Spaten noch, Digga, Alter. Der Hype ist wie auch Wurst. Wenn ich mit dem Hype gehen würde, Digga. Was ist denn alles drin in meinem PC, Digga? Was ist denn alles? Wenn ich nach dem Hype gehen würde, darf ich doch... Ich bin mir nur eins tatsächlich mitzocken, Digga. Der Hype ist doch scheißegal. Der Online hat mein Leben beherrscht. Irgendwie so die Antwort habe ich gefühlt, Junge, Alter. Der hat mein Leben beherrscht, Digga. Mein Leben beherrscht. Ja, ja, mit Warzone, Leute. Das ist Fickspiel, Digga. Jetzt wieder Dropzapp, oder was, FPS? Oder haben die dann... Ne, Digga, ich kann doch nicht auf einmal schon die FPS so abkacken, Digga. Die ersten Runden nicht so hoch. Einmal 380 FPS, 160 FPS. Und auf einmal so ein Rotz hier schon wieder, Leute. Kriege ich schon mal richtig Schüttelfrost. Ja, richtig Schüttelfrost immer. Der Jubelsound hat Aussetzer? Hat der Jubelsound Aussetzer bei euch leider? Hört ihr den komplett durchgehend, den Sound? Wusste ich auch schon wieder nicht, muss ich mich mal selber mal anhören alles. Weil mir steht ja auf jeden Fall nicht so aus, als er der Aussetzer hat. Hört ihr? Hm. Ist der Aussetzer ja zwischendurch drinnen? Ich glaube, der fängt einmal kurz an mit einem... Also einmal, wenn du drauf... Einmal kurz äh... Startes, glaube ich. Dann hört sie überhaupt so, ganz komisch. Aber danach zieht's durch. Die anderen fahren zum Beispiel, sag ich mal jetzt hier... Bitte helfen Sie dir! Ich bin in Gefahr! Bitte helfen Sie dir! Da willst du nicht mehr spielen, ne? Sind die, die durchgehend zu hören, oder was? Ja, eigentlich schon, ja. Na ja, dann komm mal wieder rein, Digi, oder willst du? Ja, ja. Ja, ja. Das gehen wir noch rumreißen, das Ruder. Wenn ich zwischenspreche, dann sind Aussetzer. Da stehe ich überhaupt nicht, Alter. Weil das geht gar nicht über das Mikrofon. Das geht über einen ganz anderen Anschluss. Das habe ich... Auch merkwürdig, Leute. Hier zum Beispiel sage ich mal, ähm... Du willst mit mir spielen? Du willst mit mir spielen, ne? Ich höre die Sounds doch aber selber. Du willst mit mir spielen, ne? Ich höre die Sounds doch aber selber. Wie die sind Aussetzer sein sollen? Okay, krass. Naja, ist halt so. Müssen wir mal morgen mit anfassen, ein bisschen. Okay, 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 dude. Schreib mir nicht an. Wenn wir den Roboter noch fertig machen. Die Roboter. Und wir hier. oben 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 oben. Und den County runter oben 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 ein. Das bedeutet, dass sonst keine Ahnung ist. Schritt drin, hold об Dob retailershey. dankeschön kommst du her dass du hier händchen schnacki das macht ganz oben noch fertig gemacht oder was diese nutzt die zeit um ein bisschen zu üben der einsatz beginnt bald das training ist vorbei sehen was ihr gelernt habt das ist das unterre glaube ich oder das unterre Dankeschön, Dankeschön, Daniel, mein Lieber. Das Gas willst du nicht einatmen. Stoße zur Sicherheit mit Zone vor. Kältlieferung ist unterwegs. Wir haben hier noch einen Shop da unten. Wir haben hier noch einen Kastenwege. Danke dir, Heiko. Haben welche mit? Bei dir genau, oder wo sind die? Das Haus, glaube ich, wieder ein gelbes Haus. Liegt bei mir das Haus gegenüber bei dir an? Wir sind, glaube ich, in Steps. Jo. Digga, es lag bei mir, Digga. Es lag, Digga, nur. Digga, das ganze Game kann so eine Tonne rauchen. Jetzt habe ich nur noch 80 FPS im Bullach, oder was? Ich überlege mal, dann darfst du wieder in den Eingriffen. Tschüss. Verschwunden ist eine gute Möglichkeit, um den Feind zu ärgern. Oder nimm einfach einen schweren Stein. Und doch noch 1 km unter into zu kommen. Ich kann eigentliche mal abdrücken. Ich muss jeder schlafen mit Jedi, die im Ball seit demcrates Ochrezę ist der richtig adequat. Ist nämlich so ein D竿 Zitler lang passiert und man weiß wie sehr sein kann. Wir machen noch ein bisschen mehr Wasser mit Eiswürfel und sonst rühren, mach dich um die Scheiße. Schmeckt ja? Ob das jetzt nicht mal kalt ist, Wasserhase. Ich hau dir aufs Maulchen, oder willst du das? Ja, ja, diese Hase brauchen wir. Ey, du brauchst mal nur Reo-Freund. Danke, du Schnurgeputz. Siehst, der kommt runter, Bro, da kommen die Tierkisten runter. Das Gas breitet sich aus. Ich werde angeschossen schon wieder. Bei mir sind wir auch. Die sind von dir da oben, glaub ich, irgendwo. Ja, da oben, ja. Gelbes Haus immer noch. Auch zu dir. Ach, ich bin erschrocken gerade, Hasi. Sind hier drinnen die Griffie? Ja, ich seh, ich seh, es sind noch mehr. Dankeschön. Alle sind in der Sicherheitszone. Lassen. Mit Feuer waren wir aber keine Platten. Das ist der Linde, Diggi, da. Zauber, Diggi. Warte. Oben noch welche, noch mehr oben. Obwohl ich immer lande in dem Haus, in dem Gelben. Da sind sie auch. Ach so, du hast deine Waffen. Da war keine Ess-Ecke, Leute, da. Wo ich jetzt den Soccerraum habe. Die Ess-Ecke ist immer noch hinter uns. Da war einfach bloß ein... Wie heißt der? Wie heißt der? Und was? Ein Side-Bot stand da einfach nur, Leute. Hast du meine Platte, Bro? Am Lodi, am Lodi, am Lodi. Ja? Wir haben noch einer zum Lodi geflogen. Wir hatten liegen. Wir sind hinterm Lodi, der jetzt. Ach, Chris, Mann, Alter. Ich raste dich komplett aus, Bro. Von oben rechts, oder was? Ich glaube, von dem größten Haus, von dem grünen Haus. Wer darf ich hier? Aber ich glaube, hinter uns werden sie auch noch kommen, die hier oben. Von meinem Ding hier oben. Mensch, raus. Nicht zurücklaufen, der ist mir zu viel hier gerade. Gibt immer noch Kisten bei dir aber auch, ja? Ja, war nicht gelaufen. Noch kein Lodi. Du bist noch kein Lodi, Leute. Ich bin da noch nicht hin. Das große Haus mal hingucken, von oben hinten rumlaufen. Granate mal wegmachen. Wir fliegen zum Lodi, wenn... Vorsicht, nicht überall, oder? Mach den du da, du heimlich, ey. Können wir machen. Wir sind ja schon vor, ja, ja, na, ja. Wir laufen aber hier rum, Leute, mit dem Lodi. Ja. Ja. Dann bekommen wir eine. Keine Blöck, ne? Dann bekommen wir das drinnen. Nur noch schnell zwei rauslegen. Oh, Diggi. Ja, Diggi. Ach, Mann. Ey, fuck das Game ab, grad, Mann. Das kann weiter gehen. Hast du Eier, Muni? Jo, kann ich alles geben. Ich hab keine Eier. Ich bin noch da drin in dem Raum. Ich bin noch drauf bei dir, Mann. Der ist dauernd, Diggi. Wir müssen hinpushen. Ich komm nicht mal dahin. Du musst du pushen, Diggi. Der fliegt kein Stück, der Wichser. Wo, Diggi? Im Haus drin. Der ist ein Kumpel, der ist da noch. Er tut noch da. Der ist im Haus K.O. drin. Der Kumpel ist auch da. Ist nicht ruhig, Asi. Wie am Leben? Lacken müssen wir mit dem Kaufen, Diggi. Ach, Rucksack hier. Ah, null Platten drin, ja geil. Mach den Job hier? Äh, ja. Lass uns mal, wo haben wir denn? Schau doch mal. Ja, wo uns ja rumtorn hat. Da oben, ja. Du hast doch hier auch noch mal irgendeinen weggeknattert oder nicht schnell. Oh, Sniper? Hä? Ach, der Sniper von rechts. Denkst du, wie lange brauchst du noch Sniper? Gute nehmen wir. Okay. Sniper auf dich oder was? Ich glaube von rechts, aber es kann auch nur Querschläger gewesen sein oder ein Flugzeug gegen keiner. Guten Abend, Michael, grüß dich. So langsam mit der Maguera, es geht gar nicht, Alter. Irgendwann gewöhnt es sich dran. Ah. Sie hat auch was gesagt, 72er Magazin. Irgendwann gewöhnt man sich dran. Stepfons! Ja. Jag sie hoch! Wir haben mit der Anate! Das ist runter. Neue Sicherheitszone wird... Kein Teammitglied hat den Gulag mit drin. Ein Verletzender Lauf, der Noppe. Ach dicker, ich habe keine Muni mehr drin, alle beide low man, war nicht mal gut man, nee. Alter, könnte ich gerade kotzen Leute. Robin, mein guter, vielen Dank für deine 50 Sterne, Alex, danke für dein Kompliment, mein Lieber, schlug ihr Putz. Vielen Dank, ihr Süßen. Der war da, der war da, der war da, der war da, der war da wohl, ja, ja. Ja, wie gesagt Leute, der Zockerplatz rechts daneben wird noch fertig gemacht, da habe ich jetzt zwei so eine Tischrautsprecher, da will ich dann noch einen riesengroßen Curved Monitor holen, da wo ich dann meine Autorenz spiele, TDI und auch halt die Xbox anschließe. Wenn er halt Garner zu Besuch kommt, kann er da auch zocken, da kann man natürlich schön nebeneinander alle beide duddeln und vor allen Dingen meine Frau eventuell auch mal die ein oder andere Spiele und sie Bock hat mit mir Call of Duty Offstream zocken. Und da schließt man glaube ich auch die Switch auch noch an, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall ist da genau so viel Platz halt, die auf, das ist recht locker für zwei, drei Monitore noch aus, aber so erstmal nur, wenn ich ein bisschen mehr Kunde überhabe, wird da ein großer Monitor hin und da wird ein Forderdrauf gesuchtet. Wir sehen mal die suficiente beim Schildern raus. Der blödsinn. Der blödsinn. Der blödsinn. Der blödsinn. überlegen mal die tische die ich aufgebaut habe leute die zwei schreibtische und die elgato keylight c2 die habe ich mir letztes jahr gekauft schon im november habe ich fast ein jahr eingepackt gelassen zu hause weil ich dazu nicht gekommen bin da auch mal umzubauen das ist eigentlich auch behindert weil die garantie abläuft aber ich musste letztes jahr noch ein bisschen umsatz quasi ausgeben für die firma deswegen habe ich mir das hier auch gekauft und jetzt habe ich sie gerade mal zum ersten mal ausprobiert ist auch komplett dumm eigentlich garantie läuft abnehmen bei immer weiter aber so ist sie da jetzt manchmal ja oder was keine zeit dafür scheinbar ich konnte ja nicht umbauen ich wüsste was du das hier sehen was geplant war war geplant dann kommt aber nichts rum denn das baunternehmen was uns da den anbau machen wollte hat sich nicht zurück gemeldet obwohl sie uns kurz den vorschau gesendet haben ja es ist halt immer wieder irgendwas anderes zeigen mal digi wie zeigen mal die bei facebook gucken bro alex oder was willst du jetzt sehen schnucki bei facebook ich bin doch hochgeladen brudi grüß dich nehme ich mit mein lieber hallo 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 ich habe keine waffe aufgenommen ich habe hier platten die ja ich bleibe hinter der wand überall kisten überall kisten so ein bro links rechts danke dir ich habe gefunden alles gut und dein ist der fest mit den sounds los alter hinter seiner garage gerade ein step so krass ist das deine steps sind schau damit willst du ihn jetzt sehen ich habe nicht gehört sondern im eisen dahinter wir fighten bro das gas breitet sich aus vielleicht hörst du das? ja 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 genau hinter dem berg digi ei und oben einer auf dem dach drauf ich bin hier nicht hoch oder was brauche ich bin so blöd die wüssten ich bin sowieso hinter der bro ich habe den einschluss vorbei ist gerade die geben gleich über pass auf der wurde abgeschossen von rechts oh der hat einfach so ein laser bro auf deine hilfe jetzt bruder nicht mehr die haben mich umsingelt im single bro ich habe keine wache nicht ich werde im drücken seid ihr oben oder was? ja 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 komm mal mach ich halt platten ja ja close? ja 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 zwei leute sind zwei Leute dir die ein hab ich ich sehe dich nicht man 3 kills mit 2001 der menschen lächerlich das game noch ein paar rgb rgb ist gleich mehr fps rgb gibt es nicht bro alter was soll ich noch machen rechts unten die ich weiß nicht mehr dass ich war die werfe moin merko mein lieber mir geht es besser die giechen danke der nachfrage schnucki und vielen dank für deine sterne mein schnuckelhase die giechen ich würde hier wieder GASP Aaaaaaah MÜÜDEE 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 GASP Jetzt hast du auch keine? Nee, das wird creepy, Alter. Mah, ja. Ich geh raus. Hast du am Gula? Weiß ich gar nicht. Gula hast du nicht mehr, war mit dem Geschützer Gula glaube ich. Jaja. Willst du noch eine machen, oder? ich mache neuer ich will bis unbedingt die robot jetzt mal fertig bauen ich bin gar nicht dazu gekommen mittlerweile mit dem ersten lauf ja ja hab ich auch drauf den ersten lauf ja es wird generell schon immer den ersten letzten lauf spielen können wir den anastasia lauf oder den letzten also den ersten über das scope nicht gefunden das 36er ist in der tippen alter das hier drauf dann haue ich mir den ja die hier rein ist der griff voll geladen was soll dass ich so drinnen oder die der richtig scheiße aus die wasser ja wieder aussieht dann mache ich hier mein faden kreuz drauf mein point ein guter point im zusammenhang mit der typen gerade grüßt euch schlucki putzi es gibt nie genug rgw stefan da verstehen wir uns richtig die gesagt wenn ich den raum hätte man das zusammen ballern können was ich gesagt haben wir uns unterhalten haben aber ich weiß es nicht also wie sagt wenn du hier reinkommt in den raum es sieht richtig richtig krank gut aus ohne kack aber es soll trotzdem für mich allgemein keine lösung sein auf dauer also für ein zwei jahre jetzt oder zumindest bis zu dem zeitpunkt sich eine firma mal findet und mir die scheiß bitte da anbaut ich habe jetzt mit einer anderen firma mal gesprochen die hat jetzt hier ihren sitz genau bei uns eine straße da hinten und die hat letztens erst in der zeitung geschrieben dass durch die ganzen ausländischen mitbürger sage ich mal und ich bin keiner der irgendwas gegen ausländer hat um Gottes willen ihr wisst ja aber ich habe mehr ausländerfreund als deutsche wahrscheinlich aber der hat so ein zeitpunkt in der zeitung gehabt dass er keine arbeit mehr hat und keine arbeiter mehr da hat weil die ganzen leute eben durch ausländische mitbürger ersetzt werden er hat nur noch zwei deutsche und seine auftragslage ist auch nicht so rosig da habe ich ihn gefragt da kannst du bei mir denn hier bauen ich sage dann ist doch okay jetzt gucken ob er rumkommt oder nicht für ihn ist das eigentlich ideal er wohnt genau der straße hinten er kann dann nach hause kacken gehen wenn er muss beim bauen dann können die alles hier in ruhe ausbauen siehst du wie ich meine aber ich zwinge ihn dafür ich habe es so schön eingerichtet wenn kann man zu besuch kommt kann ja unten pennen wir können beide zusammen suchten alter aber es würde ich gerade sagen schild nebeneinander alter das wird richtig geil alter ja ich will echt ohne kack dicker streichen mit schilder hat er hat nicht so vom schul treten dicker hat er ich hab ich da schon mal direkt rüber lang erst mal alter junger ohne kack pro weiter direkt rüber lang ich habe von deiner kamera einfach weggezogen Alter ich stelle das mal wirklich vor dicker alter weg gesuchtet junge alter komplett mit dem richtigen anlaufkick alter voll weg im pelz jünger machen wir die gemacht haben was der wand in den langen glase dankeschön mörg und mann schnucki putz vielen vielen dank bro claudio grüß dich jose vielen dank fürs folgen herzlich willkommen mein guter ich bin gut in einem sehr mühlich Das ist der richtige Kampf. Ja, los. Na, Alter. Nee, ich bin die Halterbeidiger. Nee, sag ruhig. Du hörst auch nicht die, ja. Dann fliegen wir um hier runter. Jetzt willst du das machen, komm. Oh, jetzt bin ich dran da. Nur noch 14 Flugzeuge. Ist ja auch merkwürdig. Die Zone ist auch generell ein bisschen... Ich halte alle Ziele im Einsatzgemäß aus. Das ist ein Schwein hier, ne? Oder sie ist... Ja, nix. Oh, gehärtet, Alter. Das schmeckt, Junge. Es gab mir eine Zeit lang einen Bug. Da hast du es gehärtet aufgehoben. Hast du eineinhalb Platten drin gehabt. Das weiß ich. Das hab ich dir doch als erstes gesagt, Bro. Was war das drin? Da war ich noch. Ach, na. Hab ich dir doch gesagt, du hast immer, du musst eine Platte nachstecken, Digga. Wo du die hatte aufgenommen hast. Ach, ja? Den gehabt? Digga, ich war sechs Tage weg, Bro. Sechs Tage. Keine Augen griffen. Aber das klappt doch mal ein Bug. Hahahaha. Der war göttlich, Alter, Digga, Junge. Naja, ich weiß jetzt. Hätte ich mir jetzt noch erzählt, welche Waffen sie hier nur auf dem Waffen haben. Das staune ich aber richtig, Junge. Jetzt hab ich mir die Lachen hier neben mir stehen, der ist noch nicht mal an, Alter. Was ist denn das denn? Wenn der uns gleich ein bisschen ins Malk reinweht, Leute. Schaust du das heftig, Digga, oder geht's? Ja, das ist gut. Okay. Ich war nie wirklich weg, Chris. Ja, mich nur mal schlecht. Ich war vorgekommen wie ein Jahr. Jodiger, Alter. Mensch, arme Chris. Ja, wir haben meistens vermisst von allem, wahrscheinlich. Ja, Junge, Mensch, Junge. Ja, klar, ich hab geholt, Junge. Ja, klar, ich hab geholt, Junge. Ich muss deine Mutter angerufen, Alex, ja, Chris, ich kann nicht mehr ohne dich. Wann kommst du denn in die wieder, ey? Ja, 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 beruhig dich. Ja, klar. Einen Tag ohne Alex, zweitag ohne Alex und sein Gesicht wurde immer schlimmer. Digga, meistens hat mir Sorge immer zu seiner Mutter zu mir gesagt, du isst kaum noch was, indem ich nicht mehr da winksele. Oh, der Arme, Alter, Junge. Das hat schon 10 Kilo abgegeben, wenn meine 5 Jahre nicht online war, Junge. Ah, Alter, Alter, das zahlt mir richtig weg. Grüße, dass ich gelesen hab, Alter. Ich dachte mir, Digga, den musst du füttern. Den wär echt draußen, ich war noch in der Mediengrosse. Jetzt fehlt echt viel an Tacken, oder? Du bist in so Rika-Kiste. Machst du Tankstellchen-Luten-Restaurant, oder was? Ja, eigentlich schon. Restaurant auch, ja? Nee, ne, Restaurant nicht, das ist eigentlich dein Ding einfach. Ja, wars auch. Anscheinend ja immer die große Rotwärze. Bist du was besonderes? Ich bin was besonderes, jetzt bin ich abgehoben. Oh, siehste, ihr habt Geld zusammen, Bro. Ah, siehste. Plattenkiste? Ja, einfach hinzulaufen. Ja, alles gut. Das ist halt einfach, du Stück Scheiße. Geht doch noch das Geld hier raus. Ab in die Sicherheitszone. Ab in die Sicherheitszone. Ich hab noch einen Ballon zum Werfen, Digga. Ey, nehm ich mit Danke, mein Bruder. Vielen lieben Dank für deine 310 Sterne. So klar, ich glaub wir können den Sound jetzt mal durchgehen. Ich muss mich morgen umkümmern, dass ich jetzt mal selber einstelle, dass der Sound nicht so abgehackt ist, Leute. Wenn ich zum Beispiel den Sound der App spiele im Moment. Hey, grüß dich Elena, meine Kleine. Vielen lieben Dank, schön, dass ihr wieder da seid. Gefühlt warst du ein Jahr weg. Ach, bist du süß, Melle. Ich fühl dich, ich drück meine Kleine in die Maus. Das war für mich auch gefühlt länger als einer, ohne ganze Glauben, Alter. Ich hab wahrscheinlich erst zum zweiten Tag richtig angefangen zu kotzen, weil ich auch nicht mehr da war. Aber Mensch, euch vermisst hab, Hamoudis. Hamoudis, wenn keiner versteht das Wort Hamoudis. Ich glaub das ist ganz andere Bedeutung. Bei uns heißt das aber Hamoudis. Wenn wir so heißen, versteht das ganz einfach. Wenn ich Gurke neu definieren muss, dann ist das eben eine Gurke. Scheiße, scheiße, ja. Das Wort bedeutet das, was es für uns bedeutet. Und nix anderes. Ab zur Kiste, ich bin underdressed heute. Guten Abend, Fabi, grüß dich, mein Schucki. Nix wiederbelebt. Also da ist gerade der Raum weggegangen. Achso, wollen wir noch da hingucken erstmal? Oder nicht? Komm, lass mal rüberfliegen, mal ein bisschen so kicken, ob wir da rumlaufen sehen. Muss aber schon länger weg sein, weil der Rauch. Ja, vielleicht kommt der da runter und fliegt da mit einem Waffen dann noch haben von denen, wo die gestorben sind. Erstmal nix, Bro. Oh, nicht. Dann lass uns wieder rüber. Wo? Wo denn? Unter dir? Ja. Sie feuern aus allen Rohren auf mich! Ziel ausgeschaltet! Wo ist denn dein Bro, Dude? Wenn du das ja in der Kiste gelandet hast. Kann auch sein, ja. Soll'n Jeep nehmen zur Kiste von? Sicher oder was? Ja, komm, komm, komm hier rum. Angesnied, Jeep. Angesnied. Okay. Lass das Auto nehmen. Lass'n Jeep nehmen. Bist du niedlich, Digga. Nimm mich mit, danke, Brody, Alter. Digga, es gibt wie gesagt auch viele andere gute Streamer. Ja. Maisel zum Beispiel, wir können da gucken. Absolut, sehr, sehr guter Mensch. So absolut anders wie ich. Ich habe noch einen Ballon. Ich habe auch einen, Bro. Ja, ich habe noch eine Monika-Plattenkiste. Hau weg, Digga. Plattenkiste scheiß drauf. Digga, Ballon ist viel wichtiger. Um wegzumogen. Ja, in der letzten Zeit gar nicht genommen zu weg. Ja, dann kann man doch den Ballon droppen. Ja, dann kann man doch den Ballon droppen. Ja, machen wir's doch. Oder so, oder, Bro? Was denn das, Digga? Digga, bei uns, Krissi. Hau ab, Krissi. Fliege nicht. Ja, du bist weg. Ja, ja, ja. Ich bin runtergefahren, würde dir helfen. Lä. Muss jetzt gut, dass ich zur Kiste runter. Digga, vom Haus da noch aus. Hier im Haus f*** ich, da geh ich hin, Digga. Ich bin runter, ich muss da runter. Oh, nee, nee, Krissi. Oh, Bro. Ich bin so lau, Bro. Ich bin so lau, wie du uns vor. Ich spring. Nee, doch nicht, das war noch hoch. Die Grenke? Was ist juckig? Ich geh da hoch, Krissi. Geh da hoch, jetzt ja. Ich hab die nochmal ein paar Gefühl, bis rangeht. Die ganz oben drin warst der Fall, dings, wurde er gelaufen. Ja, ne, 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 nicht ganz oben, der war, da war leider hier. Geh ich nicht mit'n Porsche auf die Treppe hoch, Digga. Dicke. Das liegt mir über's noch einer bei dir, Digga. Jo. Es seh die, ich seh den Sniper. Guck das noch andere. Dann hab ich K.O, der liegt drin, der liegt drinnen, einer Skow da drinnen. War noch nix. Genau über mir über dir, meine Z. Schildbreak, Bro. Mach hier einen Prezi drauf bei mir und schicke die jetzt hier hin, Digga. Ich geh jetzt pushen. Über dir ist einer, Chris. Über dir im Haus. Da hab ich einen Angestand. Ein Schildbreak, ein K.O. sind zwei Teams bei uns in dem Haus jetzt hier drin. Einen hab ich. Ja, Digga, ärgerlich, Mann. Oh, wie kann man so gammeln die ganze Zeit durchgehen, Digga. Was ist denn da für eine Spielweise, Mann? Wie eine Art und Weise hier vorhin. Ohne kommt, nee, noch nicht. Ich muss auch zur Kiste müssen wir auch noch hin, wieder. Da war ja noch ein Team hier, ist das Problem. Du verstellt dich aber nicht, dass es wichtig und gefällt mir. Dankeschön, mein guter. Nein, ich hab's gehört. Ich hör keine Steps in diesem Scheiß-Ko nach, Mann. Wo ist denn hier der Shop? Ich hab mir keinen Shop gehört. Ist nix. Dann nehm ich dir ne Secondary-Waffe mit. Nee, alles gut. Warum nicht? Kannst du einen Stommel wir haben? AGM und Roboter nehm ich mit. Dann belebe ich dich hier irgendwo wieder gleich. Das ist eine Versorgungstation. Jo. Sind welche? Schießen sie auch schon. Auch welche, oder? Naja. Kannst du KLGM denn lieber haben oder Roboter? KLGM dann. Überhaupt die erste Höhe, Mann. War das gut, Digga. Kriegt ihr die KGM hier oben ins Geschoss hier rein? Da läuft einer ran ans Wiederbeleben. Zwei Leute, nee, zwei Leute sind das. Da kommt ein zu mir von oben drauf. Geht das? Granate ist raus! Fensterscheibe rufen. Ich glaub, sie sind schon oben, glaube ich. Jo, ist er auch schon, Chrissy. Geh, was mach ich. Ich hab keine Beschissene ohne Close-Wache. Du bist wie ein Wichser, Alter. Hurensöhne. Bin grad kotzen, Alter. Geil, das Game ist doch Robo, Mann. Du überlebst, erhältst du die Freiheit. Gewinne diesen Kampf und du kommst zurück an die Front. Doch wenn du verlierst, war's das. Kämpfe dich hier raus und... Ey, Benjamin, mein Lieber, vielen lieben Dank für deine 20 Euro auf Paypal, Brudi, Alter. Vielen vielen Dank, Schnucki-Pritzi. Wenn ich einen dicken Schmatz aufs Auge. Arter Monk. Die Kiste schau ich nicht mehr, ne? Schraus, hab das. Lupe-mäßig haben wir hier eine Lupe und... Geht wo aus? Oh, was? Das ist natürlich richtig Hure. Ich geh trotzdem hin. Oder eventuell haben wir hier wieder ein Dings vielleicht hier und Soul Shutter und ein paar Küsten, ja. Genau, denke ich mir auch. Komm mal da mal runter. Wonderful, wonderful life. Ey, Andreas Schnucki. Auch danke für deine 50 Sterne, Brudi. Freue ich mich sehr doll drüber. Schön, dass ihr da seid, Herr Moody's. Wenn der Sound unser bricht, ich weiß nicht warum. Ich bin mir nicht moin drum. Ich lasse mir alles umbauen, alles einstecken, anstecken, abstecken. Das ist alles ein bisschen beschein. Die feindliche Drohne ist aktiv. Die feindliche Drohne ist aktiv. Genau das wollte ich jetzt hören. Das war zum Sonntag. Oh, wo haben sie die gekauft, die Scheiße. Das war long und up da, Alter. Deine Platten sind so lächerlich. Ja. Das ist echt so, Alter. Oh, Wahnsinn. Das ist der nächste Shop, Bro. Oh, unten ist eine Kiste geworfen. Da rennt da unten der Dude. Das lag bei mir schon wieder. Das ist der nächste Shop. ich weiß es nicht das soll so sein aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen keine ahnung weil ich nicht mehr sehen wir spannen mit fingerfertigkeit aufgebaut habe ich nichts platten hast du aber kann ich dir geben da habe ich nämlich null was die hier sogar die waffen hat der eigenen waffen habt ihr nicht bei die besten waffen die wenn das niedlich schön dass ihr wieder haben die florian sascha hervus schön dass ihr gewartet habt seid mir nie weggerannt ganz andere frische jetzt in dem spiel ich bin jetzt nicht hoch digga ich klein und fett bin oder was wollt ihr sagen ihr kinder beruhigt euch mal ein bisschen ich nehme gleich die wahl kann an beruhigt ich nicht ein richtig fetter geier die gar unter mir eine kiste hier drin ja auch nicht markiert bewegung zwei fatten obendrauf kommt bei uns im jeep von die bro ja egal sind die hässlich sind zefra formen die bürger ist ja noch mal gut geld die kann ich auch noch mal ein batzen warte mal das reicht glaube ich ja wir haben zusammen ab zum shop ich könnte dir sogar eine waffe rauslegen spedieren steht dafür bro mp rauslegen oder eine kgm am besten als ghost klasse wenn du willst dann kann ich nämlich auch groß nehmen und du auch ich habe ja ich habe ja die waffen spiel von denen das macht oder alarmiert das ist ich habe oder mir und gar ich kann gar nicht nehmen du alarmiert muss man auch mal mit rein machen muss ich mich daran erinnern aber jetzt solltet ihr das machen dann lege ich dir kgm raus ja oder was achso ne kgm habe ich nur bei der ghost klasse drinne alarmiert habe ich in der mp drinne äh gerda da habe ich in der mp drinne ich muss mal schauen welche muss meine loader jetzt auch mal ein bisschen ich kann dir entweder ne dings raus geben hier ne heißt das hier marco 5 ja ja dann gebe ich dir ne marco raus also ich habe alle mit glaube ich nur bei der mp klasse das ist gut noch mal fliegen die ja kann man ich machen ja wo ist basti grüßt ich mir geht es besser auf jeden fall danke der nachfrage mein lieber ohne den gesaft abends näher muss sein wo die die belastet ist mal zeit die baule das sagen die wichser legierte die feiten aber da unten sind die jahre er mal doch die lucki Mach wieder her die ledige ich bin so eklig ich bin aber hochkommen ich habe schon geguckt bevor ich gestartet habe heute bei ich bin auch komplett absoluten schlecht so schlecht ich habe gestern schlechten tage habt und heute auch schon wieder deprimiert ist das ist einfach null ich hab so Bock mit dir wieder irgendwas zu ballern was neues dicker ja gesehen dicker weißt du was es neues gibt zwar nicht für dich sein aber es gibt ein neues spiel das heißt ghost ghost hunter das ist genau so aufpassen wo wir nur besser also nur grafik besser alles besser gemacht das ist auch geil kostet zwölf euro sieht richtig geil also eins zu eins noch selber mit dem wagen ins haus rein sieht richtig geil aus bei ganz dem angucken der willst du das könnte man noch mal am so macht ja auch mit glaube ich macht ihr macht ja auch mit ich sollte auch gerne so hoch wie gesagt auch sofort können also wie viel ging es das hat kann man das jetzt vielleicht so runterladen gibt es gleich bei pay12 und dann kaufen das alle weiter schnell ich kann nicht so viele gigabyte haben der rotzeller dann mal gleich gucken hätte ich bock drauf das geht auch als geschenk kommen das geht doch irgendwie wenn das geht aber nämlich noch 26 euro drauf gut haben okay nix draus dann können wir das jetzt beide gleich können sieht richtig gut aus der grafik ist tausendmal besser das spiel ist besser das weiß ich nicht dings hast du auch gezockt gehabt ich glaube grong und k-score wieder ist ja gute nacht michi ich darf schon mein guter bis morgen schön dass du da warst hey mikey grüße bro hier 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 Leute, ich war gestern oder vorgestern abends auf der Terrasse, übelst breit, alter, digger. Hab ich völlig übergezogen, alter. Hab ich in dreimal eine Stunde versucht, die Blasche aufzudrehen, dreimal eine Stunde lang. Da war ja kein Deckel mehr drauf, alter. Es war so übel, digger. Ich hab schon an meinen Fingern abglüttelt gehabt von dem Flaschenhals, weil ich so doll versucht hab, die aufzudrehen. Da war ein richtig Riemen an meinen Fingern dran. Und dann hab ich an mich gewonnen, wie auch kein Deckel mehr drauf ist, digger, alter. Ich war so fertig, ohne Scheiß, digger. Wir gucken uns doch mal das Game nach der Runde, digger, das Horrorgame. Ich glaube, das kostet 12 Euro. Wenn das nicht so viel Gigabit hat, kann man das ja innerhalb von 10 Minuten runterladen, dann zockt man das noch ein bisschen. Ja komm, Bro, komm, Bro. Was ist da oben, aber? Slow Mo Man. Oder wir fliegen hier runter, wir müssen safe haben gleich hier runter. Ja, ja, kann man auch machen, unten rein oder was? Können auch ohne rein, ja. Markier mal den Heli bitte weg, sonst ist das scheiß Bild so, ja. Okay, okay. Dann lass uns jetzt hier unten rein, einfach unten auf den Schmarker da. Ja, genau. Sprungbereit machen! Ey, Steffi Philipp, Dankeschön! Dito, freu mich auf euch, ihr Lieben! Vielen, dass ihr wieder reingeschaut habt heute, es war sehr, sehr schön. Oder ist immer noch schön mit euch. Das hat auf jeden Fall auch... Was? Wirst du was los, ja? Guck ins Trieb rein! Digga! Ey, das ist kein Spaß, wenn ich sage, dass man 20, 30 Leute was haben unter das Rieben, Digga. Das fand ich so viel falsch schon auf einmal gesehen, Digga. Ihr habt noch ne Platte für dich hässlich. Ich bin hinter dir. Ey Digga, guck jetzt! Die ist auch unter mir, Chrissi! Ey Digga, so ein Hurensohn Digga, blit! Guck mal, ich lieg auf der Seite! Ich bin nicht auf der Seite! Ich bin nicht auf der Seite! Ach, Mann! Alter Bro, Alter Digga! Ohne Gang! Ich sag mal sowieso, wenn ihr die Laubnis habt, illegal Cannabis zu konsumieren, illegal ist das ne Droge, da wird gar nicht drüber schön geredet. Dann baut euch euer eigenen Scheiß da, da habt ihr mehr von, Alter. Das ballert tausendmal mehr und das tausendmal du-mäßiger und vernünftiger als diese Büchsekacke. Digga, Alter! Mit mir hat meine Frau mit dem Deckel nicht gesaßen, die so nicht mitgekriegt, ne. Wahrscheinlich die Flasche immer noch nicht am trinken. Gewinne diesen Kampf und du kommst zurück... Okay, ich will gut, ach! Doch wenn du verlierst, war's dann! Kämpfe dich hier raus oder nimm das Ziel ein! Der ist hier links neben mir. Brudee! Gut, jetzt zurück in den Eisern! Den hab ich hier! Jeden 29, 30 Leute Digga! Das lobby ist ja leer hier! Ich weiß nicht, ob du sonst Fenster außen hinspringen hier? Wo bist denn du? Hier! Kann ich machen! Ist da ein Gegner oder was? Hier kannst du reinspannen, da sind die Wachen! Äh! Vorher noch ein Wort! Wir haben die Gamm! Yo Brody! Yo Mo Man! Oh, ein Rucksack sogar noch! Oh, das ist jetzt sexy, Bro! Der licht ne Kacke immer in Lila! Oh, das ist sexy! Auf ihn schießt du, Bro! Scheiß hier, die Katze da unten! Okay! Keine Muni mehr! Er hat sie hochgeschafft! Du hast gerade zugehängt von mir! Ich hab Geld gefunden nochmal, Bro! Was war raus da? Eier Muni, keine mehr! Hier ist noch mal ne Muni-Kiste! Egal, kloppt das Ding, Bro! Aber ich hab die! Ich renne los! Der Heli hier oben! Pass auf! Du verlierst an Boden! Äh! Oh! Okay, aber der ist fast Loader Heli eigentlich! Der fliegt wieder los! Die haben so einen Stürmer nach dem Block! Digga, er waren 20 Leute, glaubst du mir! Hier kannst du eigentlich immer gut hoch! Wir müssen noch zur Gastkiste, Digi! Jetzt allerdings! Trennert euch, Digga! Ich sprinte hier durch, Bro! So eine Bunkerkarte! Da fliegt einer! Oh, du schießt mal auf mich, Digga! Ey, hinter mir! Wo denn überall? Wo denn überall? Es sind mehrere, Digga! Ich bin von allen Seiten abgeschossen! Ja, von Berg hoch! Von Berg hoch! Hey, na! Martin, mein guter! Grüß dich! Oh! Da sind wir! Gut! Nur Urlaubsstucki produziert! Entspann ich ein bisschen! Oh! See-Küste! Da komme ich mir hoch! Die Leiter außen wahrscheinlich! Nein, bitte nicht! So, man kann sich ja doch einfach wieder loslassen, oder was? Was für dir? Ich gehe gleich zur Kiste, wir außen hoch gehen, ich glaube, hier war der Dude, Alter! Jo, oben bei mir! Kleine Bitch-Säger! Oh, richtig, richtig! Ja, Digga hat eine Roboter in Gold und Raketenwerfen! Ne, Kido ist das sogar! Kido mit 100er Mac, Bro! Wow! Mega, Alter! War ein Feiniger gewesen! War ein Feiniger gewesen! Aber richtig Feiniger, Dude! Ich zog noch mal Sniper nach unten in euch Box drauf, Alter! Der hat den STG gehabt! Ich hab alarmiert! Ne, was hab ich? Hab ich nicht! Er hat das! Shop! Machen wir einen Shop hier? Ja, ja, ja! Und so richtig schön auf! Cool, kann man machen, ja! Balloon seine Gru! Wo ist denn das überhaupt da unten? Ist das da unten drin, ja, ja, ja! Geil, ja, ist das ganz richtig geil raus für vielen, Alter! Da bin ich schon dabei! Oh, ein Gegner! Gegner vor uns! Gegner vor uns, glaub ich, Digi! Oder? Jo! Der rennt so unzügert! Der links ist, der linke Seite ist der an der Wand drin, der ist reingelaufen! Der rennt weg, Bro! Wo ist die Gegner, Bro? Wo ist die Gegner, Alter? Ich muss doch... Das ist doch gut! Sieht ihr nicht mehr, Bro? Der ist links rausgelaufen, links rausgelaufen, glaub ich! Der Riesen mit Seil hoch, der Piel mit Seil hoch! Lass uns ins Flugzeug reinkommen! Jo! Flieg, du! Du bist hier an der Fliegen! Oh, rechts nochmal ein bisschen Money, rechts neben dir, hinter dir! War das Money? Ja, ja! Jetzt siehst es wieder, was? Wollt ihr doch wie viel Gegner denn, Bro? Money, die Gegner, Money, die Gegner! Aufhals! Guck mal, den hol mal, Junge! Ich drehe! Ja! Ich drehe das Ding dir, ich drehe die Seil ganz, Junge! Wo waren denn Lappen, Digi? Wo waren? Ich zieh hoch, ich zieh hoch, Digi! Da ist er doch! Rausspringen oder was? Ich bist doch ordentlich! Bist du rausgesprungen, Chris? Bist du rausgesprungen? Oh, ich spring auch raus! Der scheiß Berg wieder da oben! Der einen, den sieh ich da, ich geh dahin, Digga! Der eine fliegt runter, Digga! Jo, wichtig, Bro! Wichtig, Bro! Wo ist der andere hin? Hast du den gesehen? Irgendwo bei mir unten dran, glaube ich! Ich war bei dir links unten dran! Ich glaub, der ist hier unten dran! Der schießt auf mich! Hä? Gute Hitsch! Nochmal hit der Sniper, Bro! Der ist rechts rumgerannt bei dir! Ah, ist wichtig, Alter! Weinehunde, du! Ich bin ja da wagt! Welches Vampir-Game meintest du vor ein paar Minuten? Ich? Ich meinte kein Vampir-Game! Ich meinte ein Horror-Game, Bro! Ich hab nix von Vampiren gesagt! Wie kommst du auf Vampire? Bro! Das gibt's ja auch noch, dieses Vampir-Game! Natürlich, das haben wir ja auch noch! Das war auch nicht schlecht eigentlich an sich, Digga! Das ist extrem schwer, halt wieder reinzufucken! Ja, aber wir haben trotzdem 1-2-Runden-Ivonne gehabt! Ich hab schon 1-2-Runden-Ivonne gehabt! Ich hab schon Solo-1-2-Runden-Ivonne! Dafür, dass wir da nix können! Ich muss wieder SDG wieder reinhauen, Digga! Hilf mal! Gut, das hab ich schon! Okay, mach mal dabei! Bin ich dabei! Extrem geil aus! Bin ich dabei, Bro! Piste unter! Wir müssen mal einkaufen langsam, Digga, Alter! Ja, halt nix hier! Teil nehmen und weg hier endlich mal aus der Ecke, Digga! Hier, mal Einkaufswagen! Ja, unternehmen, Bro! Komm mal hier! Bei uns hinten ist ein Einkaufswagen! Ja, ja! Warte mal, Helikopter nicht! Den kriege, Digga, hier! Wo fliegt denn der hier, Alter? Ich geh runter! Warte mal, KGM muss die ersten Bot anmachen! Machen Bot an! Wartet! Sack! Und... Sack! Der Bot ist an! Jetzt kannst du nochmal neu eingeben, bitte nochmal, Stefan, Bro! Ich hab das Ding! Ich hab das Perkz und bin gekauft, glaube ich! Ja, hab ich nicht! Hab ich nicht! Hab ich das Perkz? Hab ich auch nicht! Was soll ich kaufen? Hast du gekauft? Ich hab ne Drohne mit! Ich hab noch ne Drohne mit! Stöbern wir sie auf! Ich hab noch Pisten drin! Warte mal, hier ist noch ein gutes Perk drin! Irgendwas in der Earth! Noch ein bisschen Money! Hier ist noch mal eine Rüstungskiste! Und ein Perk! Wir haben noch mal fett Kohle gefunden, Bro! Ich hab Papps einer gefunden, noch mal! Das können wir noch kaufen! Hier, komm her! Nimm du noch ne Drohne mit! Ich hab jetzt zwei Drohnen haben wir noch! Ich hab ich eine und du eine! Mit dem Ballon! 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 Komm! Jetzt hab ich von oben eins auf den Deckel, das wir sehen! Ah, doch! Ah, doch! Krissi! Machen wir! Machen wir! Nicht dafür! Nicht dafür, Leute! Auf zu rumfliegen mit dem Ding! Das ist ein ziemlich erhöhter, die Kacke! Ganz hoch! Ganz hoch! So! Buggy, Junge! Holy Man! Die waren auch noch da! Wir haben noch zwei Drohnen, Digga! Rausklappen mal! Ja, raus! Ich hab meine raus! Aufklärung! Im Anflug! Unter uns, Digga! Droh! Drohne beginnt Überflug! Ja! Und eine Nebula-5-Bombe entdeckt! Hier siehst du die noch unten, ja! Der Snap noch ein anderer bei uns, oder? Das ist der jetzt hier! Die Gäune Kiste ist hier unten noch! Mal runter! Unten dahin können wir machen, ja! Hä, ist der unten raus? Raus, Bro! Da ist in der Rundel drin, ist der! Den würde ich snipen, nicht hinkriege, Digga! Build Break noch mal, Bro! Treffe nicht, zehn nicht! Digga! Hab dich! Da ist noch einer! Komm mal, hängst du mir der Sniper, der andere Dude! Nimm mich gerade hoch! Nochmal Shilt-Break! Da drinne Shilt-Break! Das Shilt-Break, der Dude! Das Shilt-Break da oben drinne, das ist oben richtig drinne! So, wieder ein paar Hits zur Rapik-Kammer! Ich sag mal Winden drinnen, wenn du das brauchst! Hab ich! Hab ich denn da drinnen nicht mehr! Na da drinnen, ja! Stehe nicht mehr! Naja, ihr müsst gewalben! Hm, dann müssen wir es einfach nicht richten, noch ein Flugzeug noch mal holen, drücken in Zone herumballern, dann können wir weiter fliegen mit dem Flugzeug, ja! Dann haben wir auch direkt ein AIM-Bot da drin, ja! Wie heißt das Horror-Game? Boah, Ghost-Watchers oder wo irgendwie sowas, Digga, ja! Ghost-Hunters, Ghost-Watchers! Nein, nein, nein! Oben, glaube ich, irgendwo! Wollt ich dich abholen mit dem Windigen-Din? Kommst du noch in, oder geht das gar nicht? Gerade runtergefallen dich! Probier irgendwie, ja, warte, tsch, tsch! Mach mal, mach! Mach grad wieder einer gelandet da oben! Komm schon! Komm schon jetzt nicht! Ach, Mann! Willst du noch kurz die Platten geben? Halt dir mal hier oben warm, schneiden! Alles gut, Digga! Jetzt sei jetzt! Geht, geht, geht! Oh! Digga, was! Ah! Ich wollte rumziehen, damit du nicht auf den Deckel kriegst! Warum stellen Sie das Ding hier so schwul da vorne hinten, Chrissi, Alter! Ich war da nicht dran zuhlen, ne, Chrissi? Der Ballon ist zu und sie kommen, Digga! Aber wir haben einen scheiß Zettbelin, Alter! Wo kam der her? Alter, so ne Scheiße! Alter, haben wir den grad dahinten gestellt! Haben wir gerade hochgezogen, den Zettbelin! Wir haben das selber gesetzt! Das war so ein mobiles Ding wahrscheinlich! Jawohl, ne, Alter! Leck mich doch! Ey, Scheiße, Leute! Guck ihn dir an! Na, die Handlampe! Ey, Michi! Grüß dich, meine Zarte! Wir haben die gerade da hingepackt! Ich fattet nicht, Leute! Seht ihr mal, wie schnell das gehen kann, ja? Immer so ein mobiler Ballon gedroppt, Digga! Das ist echt prästant für alle! Einfach aufgebaut! Vor unseren Augen, Leute! Boah, ich kann da! Das war... Rüdiger, nicht so tief, Rüdiger! Nee! Keine Patreon hier! Keine Kapriegen wollen! Ja, sonst war wohl der Rüdiger, Digga, der da geflogen ist! Ich hab doch grad die Lupe, er ist weg, ja! Alter! Alter! Ich will, dass jemand krabelt! Ach, der kommt nicht rechts! Alter, ich wollte rumziehen, Digga! Alter, es ist kein Spaß! Ihr wisst Bescheid, wenn ihr so bekommt! Ihr fliegt in dem Flugzeug raus und zieht volle Pulle rum! Mehr geht nicht! Kommt ja immer so 100% gegen den Ballon! Ich hab rumgezogen, mehr gegen dich, Leute! Ich hab rumgezogen, mehr gegen dich, Freunde! Dankeschön, Michi, meine Kleine! Ja, da sind wir hier oben! Dankeschön, Mäuschen! Das Drei-Linien-Gewehr hab ich, glaub ich, nicht im Bot! Oh, Digga, Alter! Ist das ne übel Sache? Ja, das steht oben, das steht oben da! Ach, jetzt läuft er weg! Ist man zwei, es sind zwei, Digga! Ich glaub, einer ist so runden! Alter, die Platten sind da überall, Alter, Digga! Dass man da ist, ist frech! Dass man da nicht eine Leiter hochkommt, so frech macht! Runtergesprungen, oder? Der hat angeschossen! Die Kiste noch unter dir, aber scheißegal! Das sag ich dann nach der Runde, das Rallye-Linien-Gewehr, Brudy! Hinter dem noch ne Kiste, genau hinter dem ist man vorbei, glaub ich! Ja, ja! Oh, gut, das ist super! Das ist top, Alter, Digga! Oh! Oh! Ja, ich hab' ich probiert! Ja, Felix! Ist nicht schlecht! Arsian, 14 hat ne richtig gute Time-to-Kill! Hm! Bin ich aber zu unmobil! Zweimal, äh, Harmonie will ich auch nicht haben! Hier ist ein Candler, falls ihr was braucht! Da kommst du ja! Hallo! Da kommst du ja! Hallo! Da, wo du ihn machst! Da ist großer, jo! Na komm, großer Schiebe! Na, komm, großer Schiebe! Na, aber grüß sie! Oh, was? Close? Geh, der rückt! Ich komm runter! Ich komm runter! Ob ich ihn irgendwie, irgendwie nicht ausspielen kann! Das meine ich mit meinem Controller, ey! Ich mein, der hat mein Slide-Cancel wieder verkackt und ich bin wieder geschnitten! Ah! Zwei Leute, hoffentlich kommt einer bald neu an! Ach, er muss ja Freitag da sein! Einer von links, einer von rechts! Ich hab's gesehen, ich zwei Wichser! Ja, ja, ja! Ist doch guuuut! Jo, bei mir auch wieder welche! Ich hab ja keine Chance hier, Alter, hier wegzukommen bei den Flötenköppen! Ja, drei Mann! Überall, oder was, Junge? Ich schieß doch durch! Ich versteh's halt nicht! Komm, wir gucken uns mal kurz bei YouTube das Ding an, Digga! Das Spiel! Ja, ich brauche mir jetzt auch noch mal schnell die SDG zusammen! So, wollten wir ja machen! Die können wir ja schon mal machen an der Zeit, können wir ja suchen! Dann können wir uns mal das Ding angucken! Dann baue ich die hier mit rein! Ich zeig dir gleich die Waffe, Diggi! Die Sniper! Ich glaub, da hier diesen Godzilla-Ding reintun! Ich glaub, da hier diesen Godzilla-Ding reintun! Ich lasse es aber mit diesen Leuchtspuren, das ist halt immer so ne Sache! Das ist das Kacke, Alter! Ich hab' keine Ahnung! Wo ist denn die SDG? Ich bin die blöde, Alter! SDG? Hallo! Momin! Hier, geil! Zweite Waffe von oben, Digga! Ist ja mega! Ich hab' mal die hier, oder man kommt, wie ich auch zocken kann! Not der Ding hier! Passt ja so ja der Schalli darin! Was für'n Dreckslauf! Was ist denn da die Wesen? Ist das? Wir spielen doch nicht nur mit 720er Lauf, die Waffe! Was haben wir denn da? Godzilla! Setzding! Wie sieht denn das aus zusammen? Voll scheiße! Die Waffen kann man nicht zusammentun, Leute! Godzilla könnte man da mit reinnehmen! Ein halber Godzilla, ein halber Wichsfeeder! Ich weiß nicht, was da alles drinne ist! Alles in der Waffe drinne, sagen wir mal! 50er Max spielt man noch, oder 60er ist die Frage! Ich glaub das 50er bei dem Recall der Waffe! Die Waffe sieht so beschissen dumm aus von allen Seiten! Was, oder? Krass, der Junge! So, ja, die Waffe sieht man eh nicht, aber sie muss das Fadenkreuz, Männer! Wir sehen bloß das Fadenkreuz! Wundert euch also nicht, warum die Waffe so scheiße aussieht! Versteht ihr das, Freunde? Der erste Magazin rein, ja! Ich spiele das erste Magazin, ja, ja! Uli mehr noch? Ne, ich mache Rastergriff, spiele ich momentan lieber, ey, da habe ich keine Ahnung! Dann kann meine Waffe... Sieht so aus, wenn jeder Waffe passt! Ja, schon, schon! Ey, Junge, sorry, Guys! Richtiges Unding, Alter! 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 Hier ist nochmal das Drei Liniengewehr, so snipe ich mit der Waffe! Wir können natürlich auch einen 10er Scope drauf machen, oder den Scope komplett runternehmen, und hab das originale Scope drauf, also sprich kein Visier drauf! Dann habt ihr noch ein bisschen mehr ZV, was eigentlich wichtig ist, aber das verwackelt mir zu doll mit den ganzen... Deswegen spiele ich lieber dieses 3,6er Scope, obwohl ihr da wieder oben keine Luft anhalten könnt, bei der Maus und Tastatur, keine Ahnung, was da los ist! Okay, Leute! Jetzt starten wir mal die Runde rein, und jetzt gucken wir uns gleich mal bei YouTube das Horror Game an, gar noch ein paar Mal nebenbei drauf gucken, im Stream zumindest rein! Guck mal, wie das auch noch mal hieß, er hat letztens erst gegoogelt gehabt, ähm... Habe ich gesagt, wie heißt das? Ghost? Ach so, genau! Hab ich noch eingeben, was steht denn dann weder vor? Jo... Ne, immer noch nicht! Ghost? Ich hab's doch erst gesucht gehabt! Ghost Watcher heißt das, glaube ich, genau hier, Ghost Watcher, Deutsch. Und das hat zum Beispiel Keyscore hier, zeigt euch das meiste! Das sieht genauso aus wie Phasmophobe, ja? Oh, wenn's was Neues ist, why not? Schmeckt nach Darkroom-Zitrone! Schmeckt nach Darkroom-Zitrone! Was für ne Geschmacksrichtung! Nach Darkroom-Zitrone sind die fertig, Alter! Und 10, 15 Prozent! Und jetzt neu, wer eine Packung kauft, bekommt eine Packung Tresenlappen gratis dazu! Was für Spinner, Alter! Was für jeden, Alter, Digger! Riesenlappen dazu! Das sieht gar nicht was lecker aus, oder? Das sieht doch aus wie das andere halt! Wollen wir mal nicht mal probieren! Ist jetzt ein bisschen mehr Hauptrohr oder so? Das sieht auch genauso aus! Das ist glaube ich von der Grafik ja besser und alles aufgebaut so! Okay! Haben die bei Phasmophobe auch was gemacht? Die bei Phasmophobe haben ich glaube ich nicht viel gemacht, weiß ich nicht! Meinst du nicht? Ja, das ist generell, das ist für uns wieder dasselbe, Digger! Das wird zu schnell wieder eintönig, wirst du sehen! Ich meine, jetzt sollen sich genau dieselben Sachen, die wir machen, aber das gäbe es, wir werden das zocken nach zwei, ein, zwei Runden sagen! Weiß ich nicht! Wir können es probieren, aber ich glaube nicht, dass da was anderes ist, Bro! Nein, es kostet ja nur ein Update-Zone! Phasmophobe oder was? Ja, eben! Ich könnte es noch eine Stunde zocken, ansonsten gehen wir es zurück, das ist geil! Wisst ihr, wie ich meine? Ja, ja, das können wir auf jeden Fall mal probieren! Dann passen wir, ob wir das machen, ja, weiß ich nicht! Auf jeden Fall Papji auch noch mal! Ich will es einfach mal probieren! Papji kann man noch machen, da musst du mich dran erinnern! Vielleicht ist es heute Abend noch runter und dann, klar! Wollte ich euch mal zeigen, Leute, wie gesagt, Alter! Komm mal gucken! Janni, Manni, grüßt euch ihr Lieben! Nicht dafür, gerne Fabi! Sascha, grüße! Somit wird die Scheiß-Montage erträglich! Ey, ey, vielen lieben Dank, mein Guter! Dass ihr da seid, die süßen Mäuse! Vielen, vielen lieben Dank! Schön für's wieder einteilen, Freunde! Weiter geht's jetzt hier mit der STG-Dudes! STG! Ich hab' wieder vergessen, alarmiert! Ich auch! Ich hab' wieder vergessen, alarmiert! Ich auch! Ja, Timi, geht's gut, Digi! Ich kann ja mal ein schönes Foto zeigen! Ich war gestern wieder shoppen! Da war 50% Rabatt! Ich hab' so viele Sachen gekauft! Ein Winterjack, eine richtig gerne Korb mit zu den Augen dran! Ich zeig' euch gleich mal ein Foto! Sieht so niedlich aus! Muss ich dich rennenprängeln! Jetzt achten wir dann immer! Er und Dudi sind so ein Paar! Ey, der geht nur noch raus und nimmt Dudi seinen Ball und Dudi seine Kuscheltiere und rennt hinter Dudi her! Dudi, Dudi, Dudi die ganze Zeit! Dudi, Dudi! Rennen immer hinterher, die ganze Zeit durchgehen! Die spielen zusammen alle beide, Alter! Du Dudi auch, oder was? Dudi auch, ja, natürlich, Alter! Ja, ja, ja! Die zwei, Alter! Das merkt der Hund auch! Natürlich! Der Acht, den nur ganz in den Ruf! Der Gen, der muss beschützt werden! Aber sicher, Alter! Aber wir manchmal auch anspringen, weil du die ein bisschen aggressiv sind! Nicht aggressiver, das ist einfach so übermotiviert, der Hund sei einfach mal! Das spiegt ja den Mann, der fliegt dahin! Wo sind diejenigen, diese Goldenen? Na, klar, das sind Familienhund, das sind diejenigen, die haben die Kompeten nicht legendär, Ja, ja, ich weiss! Wie gesagt, Seele vom Green Retrieber! Aufsichter Familienhund! Hätten wir denen die Eier nicht abschneiden sollen! Ich hab das mitgekriegt mit dem Kastrieren, seitdem ist der echt anders, Alter! Von deinem Charakter her ist nicht so schön, was den... Warte, ich bin da, Digga! Bro, Bro! Ey, was ist denn los mit dir, Mann? Du fetter Fickpümmel, Alter! Heiß Rüdiger Nuttensohn! Kannst du mir das Gamechen wieder an, Bro, Alter! Und du kommst zurück an die Front! Doch wenn du verlierst, war's dann! Kämpfe dich hier raus oder nimm das Ziel ein! Ach, Digga, Mann! Ey, der hat 1HP gehabt, oder was, Digga? Fettes Schwein, Junge, ich wollte schon mal abkotzen. Ey, Servus! Timi! Ent, grüß dich! Stefan, Servus! Markus, schönen guten Abend! Vielen, vielen lieben Dank, Bro! Schön, dass ihr wieder da seid, ihr süßen Mäuse! Vielen Dank fürs wieder einschalten! Lecky, lecky, pussy, 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 pussy! Lalalala! Also, ich hab jetzt ein Foto kommentiert gesehen, dass einer geschrieben hat, ich soll mir aufhören, die ekelige Scheiße reinzupfeilen! Level Up! Digga, ich hab jetzt die letzten Monate nicht ein einziges Mal Level Up getrunken, Leute! Die einfach bloß da oben hingestellt, weil ich für euch, welches, wir haben zum Verlosen wieder! Ich hab jetzt zum ersten Mal auch heute wieder Level Up getrunken! Ich bin kein Level Up-Fan, so großartig! Ich krieg lieber Kaffee, oder? Ja, ist doch scheißegal, wer und was wohnt! Ja! Ich versteh auch nicht! Earnings sind das Spenden, oder was mein ich mit Earnings, ja? Oder was sind Earnings? Was wir hier im Spiel an Gewinne gemacht haben zu Turnieren und das soo! Earnings! Boah, warte mal! Die gehen bestimmt zum Fischteils hier! Guck mal von oben, ja, da rennen wir über die Straße drüber hier! Zwei Leute dahinter! Die werden angeschossen, aber... Ihr seid auf dem Dach gelandet, Bro, unter mir! Digga, das war's für mich, Bro! Die wissen alle, wo ich bin, Bro! Alle Scheiß hier! Bro, ich kann nix machen, Chris! Alter, das Game nervt schon wieder, Mann! Boah, ne, ich kann kurz kotzen, ne? Bei, ich kann garibbe sein! Ich kann garibbe sein, was ich losgeißen nicht! Ich kann garibbe sein, was ich losgeißi, ich kann nicht! Oh, nein! Mir geht's ganz gut, Krö, Digga. Mir können es immer besser gehen, aber besser auf jeden Fall als die letzten Tage. Vielen Dank der Nachfrage. Wie geht's dir, mein Lieber? Ich muss immer an die Kamera gucken. Ich sehe die Kamera nicht, weil das Licht mich so blendet, Leute. Ich weiß immer, wo die Kamera ist. Hier sitzt auch einen neuen Spot. Ich muss erst mal dran denken. Ich guck mir gerade die Bilder von Timmy an. Da ist das ein Schatz. Ich danke dir, Digga. Ich zeige die euch gleich mal nach der Runde. Wie der lacht, Digga. Der hat eigentlich mal begriffen, wie das funktioniert mit seinem Scheiß Dreirad. Das, was ich mit den Füßen abstützen muss und bei dir ein Gegner oder was? Nö. Und auf seinem Ding sitzen bleibt. Sonst ist er immer gelobt mit dem Ding. Jetzt hat er sich drauf gesetzt und jetzt fließt euch richtig ab und dann nimmt er richtig Schwule. Das ist so niedlich. Das ist ein Ausdruck. Er kann sich richtig gut lenken und alles. Meine Waffen müssen ja immer noch da liegen, oder? Dann kann ich mir da direkt Ghosts rausholen. Schon mehr Gehattet raus. Die Oli sind immer noch da, die Wichser. Sie schießen immer noch auf mich, Bro. Digga, von allen beiden Seiten, Bro. Das war's kurz. Zwei Seiten kannst du bei dir im Haus aufbrennen. Digga, kriegst du nicht. Ey. Kriss, Alter. Boah. Gucken die auf dem Haus hier, oder was? Ja, ne. Bei dir, bei hinter mir, bei dir im Haus, ich weiß nicht, wo die da waren. Oben, unten, das kann ich dir nicht sagen. Hinter mir waren sie auch noch, halt. Ja, hinter dir. Hurenseine, Digga. Geist dann, Bro. Gut gespielt, Mann. Richtig cool, Mann. Ja, 8 GB Speicherplatz steht bei dem Spiel beschrieben, dass du das brauchst, aber das ist nicht das, was du runterladen musst, meistens. Sondern es ist meistens das, was dein Rechner dafür berechnet bekommt. Wenn du zum Beispiel jetzt bei Steam guckst und da steht 20 GB A, dann hat das trotzdem keine 20 GB zum Runterladen. Und trotzdem, danke für die Info, Mikey, mein kleiner Schnuck, der Hase. Vielen Dank auch der ganzen Nachfragen, Bro. Und ich hoffe, wie gesagt, ihr akzeptiert da wirklich meine Meinung, was das mit Maiset angeht. Und seid ja nicht irgendwie böse oder böses Blüter. Hab jetzt auch nicht gedacht, dass von ehemaligen Moderatoren von mir, die mir sehr ans Herz gewachsen waren, dass sowas auch aus entsteht, Digga, dass man so einen Hass hat, Alter. Habt da nichts mit der am Hut, Digga. Warum lebt denn nicht jeder einfach sein Leben und jeder geht seinen Weg? Wenn dir die Spritzerin eine Platte rein, Bro. Die noch über mir? Über dir höre ich nichts mehr. Die haben Platte gefloppt, die sind bei dir auf jeden Fall noch. Und eine Scheibe rein, rechts unten. Weiter links, siehst du auch einen Punkt. Links, 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 Grüßi. Jo. Schöner Move, Bro, nice gemacht. Hast du noch Geld, überhaupt keinen Schopf da wieder. Dann hab ich Dings noch vor der Tür, ja. Na, aber die haben gefreut. Muss noch ein Team sein, ja, ja. Lauf da erstmal weg. Dann spritz hinter dir noch. In der Wand drin, ne? Die lauf ich gerne zu. Da links, ja. Servus, Mann, Freen. Blixen ist es wieder. Man muss seine Entscheidung akzeptieren. Na ja, müssen ist es nicht. Also natürlich, man sollte sie akzeptieren. Jeden das Seine. Man muss ja nicht dahinter stehen, aber akzeptieren. Aua, alter, leck mich doch, Junge. Ich voll gebuck, Mann. Ich kann teulen. Aber, spielst du mit Mazed, oder wie ist das denn? Ich verraschen, Mann. Das war geplant mit Mazed, aber ich hab abgesagt. Ich hab auch den Grund vorhin benannt. Ich werde auch erstmal keinen Doos-Stream weiterhin machen, oder planen mit irgendjemandem. Blixen ist einfach wieder Liebe. Ewig nicht mehr die Blixen. Blixen macht Bock, dir da sag ich dir, Bro. Da ist so. Piep gut voran, dich Ding. Komm her. Ja, ja. Die war dir recht, oder? Ja, 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 da drinne. Der läuft Dings raus schon. Dün, 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 dün. Was macht der denn da, Digga? Oh. Fällst im Shop erstmal, Bro? Dann habe ich meine Waffen noch kriege, eventuell. Was war da los? War nicht da. Was soll los gewesen sein? Gar nichts ist los. Ich hab einfach das abgesagt, das Turnier. Aus Gründen, die ich vorhin benannt habe, wenn du das meinst, oder was genau meinst du, Bro? Kann ich meine Waffen wiederholen, Chris, da am Hangar? Ja, keine Ahnung, Bro. Weiß es nicht. Bei diesem Gegner, oder was? Ja, ja, ja. Komm ich bei dir runter. Alles gut, hol deine Waffe. Nee, ich bin jetzt bei dir. Vorne am Haupteingang war der Manger von dir. Ich geh da oben hin, wo du denn abgeschossen hast, und hol dir jetzt meine Waffe wieder. Auf dem Dach ist einer, glaube ich. Nein, ist auf dem Dach. Brauchst du irgendwas? Nee, ich hab das mal, Bro. Danke dir. Ja, wir wollen es auf dem Dach. Aber einer muss noch unten. Einer muss noch unten stehen, glaube ich. Einer ist auf dem Dach. Ich will einen laufen, der steht auf dem Dach, ja. Aber... Ich feier deine Streams, meiner. Schön, dass ich dir wieder bedanke, schön, Paul. Mein guter Digi. Vielen Dank, wenn kommt die Man-Pro. Freue ich mich sehr darüber. Ich erzähle euch gleich nochmal den Grund, Leute. Aber das habe ich erst gesagt. Es ist zwischen mir und Martin gar kein böses Blut. Null. Ja, über mir noch. Ich glaube, der Elb... Ich ab, Digga. Okay. Ich mache jetzt einen Jamshot und gucke aufs Dach. Ja. Ja, ich sehe den oben. Als Schildbreak, Bro. Auf dem Dach oben. Ich habe dich. Der muss laufen, der muss kommen. Der ist immer noch oben. Schildbreak wieder. Oder zumindest kein Schildbreak. Aber was? Es ist nicht normal, die Leute. Es ist nicht normal. Ohne Kampf, oder? Ich bin knockt. Ich komme zu dir. Ich bin knockt. Yo. Sind zwei hier noch, oder was? Das war einer. Ach, Nikita als Sniper-Support, Digga. Ach, Bissmann, Digga. Ey, die Runde ist nicht meins, Alter, Digga. Das ist nicht normal, die Leute. Das ist nicht normal. Alles Profi-Spieler hier. Von ihm dazu noch, bin echt mal gespannt, auf mich noch in ein Setman zu kommen, was die Hate-Kommentare und das angeht. Ich habe das Turnier abgesagt, weil ich von meinen Manns und von anderen Leuten aufmerksam gemacht worden bin, wo das Turnier von Martin in seinem Stream angekündigt worden ist, dass viele von seiner Community große Fresse hatten und geschrieben hatten, ja, die Teacher-Family kann eh nicht zocken, die Teacher-Community kann eh nichts und Digga, wenn jetzt schon so ein Hate entsteht, bevor das Turnier überhaupt losgeht, dann will ich gar nicht wissen, was im Turnier, während des Turniers und nach dem Turnier passiert. Und das sollte ein Community-Turnier-Event werden, das die Community zusammenbringt und nicht weiter auseinander spaltet. Und deswegen habe ich abgesagt, ganz einfach, Leute, das ist nicht meine Art und wenn und ich identifiziere mich nicht mehr damit und somit ist das Ding gegessen. Ja, ich habe von Anfang an gesagt, ich mache keine Duo-Streams, ich habe Martin zuliebe gemacht, weil ich ihn sehr mag und auch seine Arbeit sehr schätze und seinen Stream. Und, ähm, aber ich habe ihn jetzt wieder abgesagt und ich habe ihn auch erklärt, warum. Entweder akzeptiert er die Meinung und steht dahinter oder versteht das zumindest, hat aber nichts persönlich mit Martin an sich zu tun, obwohl wir jetzt ja unterschiedliche Charaktere sind und ich auch, ähm, einige Sachen wahrscheinlich nicht gut finde, die er macht. Trotzdem ist das von der Person her an, was so Person angeht, einer mit, äh, die Inhalten überhaupt sagen kann, wenn, dann geht da hin und guckt seine Streams, weil das, was er macht, macht er sehr gut, okay? Es hat kein witzes Blut zwischen mir und Martin gegeben, auch keine Diskussion oder sonst irgendwas. Das war meine Entscheidung, Martin wusste davon noch nicht mal. Martin hat sehr, sehr viel Zeit investiert wahrscheinlich. Ich habe gar nicht mehr das geplant. Das wird scheiße gelaufen, aber, ähm, wenn ich schon sehe, das geht in die Richtung, war dann noch von den eigenen alten Moderatoren, dass die so große Schnauze haben. Digga, spielt doch alle eure Kack VPN-Server weiter, man macht da eure sieben Kills und jubelt rum. Spiel doch eine Runde bei uns mit, alle, die große Schnauze haben und sagen, wir oder unsere Community können nicht zocken. Spielt eine Runde bei uns mit in den Lobbys, macht da eure sieben, acht Kills, dann können wir gerne weiterreden. Meine Güte, lasst doch die Leute einfach machen, wie sie wollen, Leute. Keiner heult bei euch rum, dass ihr VPN zockt. Deswegen lasst uns doch bitte auch in Ruhe, wie wir spielen, Alter. Wir haben Kermis und ich mit dem Blatt, gönn dir Fabi, Alter, Digga. Kermis. Kermit. Dankeschön, aber Moritz, mein Lieber, vielen lieben Dank. Schön zu hören, Bro. Ihr seht ja gerade, dass das eine Entscheidung war, das hat überhaupt nichts mit Martin zu tun gehabt. Wahrscheinlich werden viele sagen, ja, der Großteil, der freut sich doch aber drauf. Ja, der Großteil. Trotzdem ist das wahrscheinlich ein kleiner Keil, der versuchte einen Keil zwischen uns zu treiben. Was ist von zocken? Was ist, äh, VPN zocken? VPN zocken? Da spielen viele halt einfach nur zum einfacher Lobbys zu bekommen. Ähm. Wenn zum Beispiel jetzt bradianische Lobbys eingibt, sind die wesentlich einfacher zu bespielen, wie unsere Lobbys, aber wir haben halt einen relativ hohen Ping und können irgendwie schwieriger zocken. Ja, weil der nur einen Ping hat. Aber die Lobbys, die Gegner sind viel viel einfacher. Ja. Und wenn du halt einen VPN hast, dann spielst du auf einem anderen Server, hättest eigentlich einen viel höheren Ping, hast einfachere Gegner, obwohl du auch da richtig kranke Teams dabei hast, gar keine Frage. Ja, so ist es nicht. Aber du machst halt wesentlich mehr Kills. Oh, Digger bei dir. Ja. Komm, links rumgelaufen. Geht gleich weiter, Leute. Ganz kurz Concentration. Ach, da wieder kein Step? Nee. Links unter dir. Ja, äh, 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 genau. Closed, closed. Du hast ihn richtig gezielt. Oh, Mann. Er hat eigene Waffe auch gehabt, Bro. Mein Gott, ich will einmal die SDG probieren, Brattern, Junge. Also, wie gesagt, ähm. VPN ist einfach bloß, dass du halt einfach, einfacher Gegner bekommst und mehr Kills machst. Er macht das so einen harten Hunde, so ein Digga. Ja. Aber dadurch, dass einfach viele VPN spielen, momentan auch viele große YouTuber und Streamer, die auch trotzdem richtig gut sind, gar keine Frage, habt ihr öfters mal, äh, dass ihr auch ein gutes Team habt, ein richtig gutes Team bei den VPN-Servern. So ist es nicht. Nee. Ist jetzt nicht so, dass da nur Bobs rumlaufen. Aber wenn ihr mal normale Gegner habt, sind die halt einfacher als unsere Gegner. Und ich möchte ja nicht übertreiben, aber habt ihr jetzt gerade mal ein Team gesehen, was irgendwie schlecht ist? Oder annähernd nicht gut ist? Nein. Gibt's nicht mehr hier, Digga, bei uns. Gibt's nicht. Gibt's nicht, Digga. Und natürlich. Dankeschön, Daniel. Warum soll ich mich verstellen? Ich hab noch nie gemacht. Und ich weiß, dass das wahrscheinlich irgendeinen Unterschied macht. Und viele sagen, ja, Alex, mach doch mit denen und denen. Du bist für euch beide gut und ihr könnt beide ein bisschen was voneinander haben. Darum geht's doch aber gar nicht. Warum muss man denn immer voneinander was haben? Oder der eine Nutzen von mir anders haben, wenn man was zusammen macht. Man macht doch was zusammen, um Spaß an der Sache zu haben. Weil ich den Dude mag und mit denen ein bisschen was cooles tun will. Oder nicht, ob einer von mir irgendwie profitiert. Das juckt mich doch nicht, Digga. Sei das erst beschrieben, komm, verlink mich doch irgendwo. Mach doch das mit denen oder sowas. Und warum soll ich das denn machen? Warum muss man immer profitieren von anderen? Das verstehe ich nicht. Lass doch einfach so, wie es ist. Jeder soll sein Ding machen. Wisst ihr, wie ich meine? Guck doch Average Dad an. Mit denen sehe ich so oft in einer Lobby, Digga. Dass es einer mit dem positivsten Sympathisch steht, wie ich jetzt so überhaupt erseite. Und ich kann ihn seine Sprache nicht machen, Digga. Ich kann nicht mal gut fließend Englisch. Ja, und der ist immer höflich zu mir, wenn wir den abgeknallt haben. Oder auch, wenn wir reingeguckt haben. Wenn ich mal Englisch könnte, hätte ich mit dem wahrscheinlich auch mal einen Duostream gemacht. Kann ich aber nicht. Aber trotzdem möchte ich einfach bloß, dass man, wenn man irgendwie mit dem Duostream macht, dass ich da nicht profitieren möchte, dass darüber gar nicht geredet wird. Sondern einfach nur, weil ich das möchte, weil ich Bock drauf habe. Weil ich Bock drauf habe. Aber nur, weil ich Bock drauf habe. Und nicht, weil einer davon den Nutzen trägt. Also Duostreams sind für mich erstmal ganz weit nach hinten geschoben, Leute. Ich mache mein Ding wie bisher. Und wünsche Martin weiterhin viel Glück mit dem, was er macht. Das macht er nämlich gut. Maguera ist schon sexy, Alter. Oh, Digga. Einmal so viel Sissy-Ballern. Ich zähle aber auch gut wieder rein, okay. XM4, nice. Keine Ahnung, was die BitFamily kann. Von Zocken abgesehen. Ja, wo ist Marco. Ist cool, dazuzusehen. Das ist ein cooler Typ. Dankeschön, Marco. Vielen Dank für deine Komplimenten. Martel, auch schön, dass ihr da seid. Wir haben dich vermisst beim Turnier. Beim Turnier wurde ich eingeladen, habe ich euch ja gesagt gehabt. Das 37.000 Dollar Turnier. Habe auch mit Chris darüber geredet gehabt. Aber erstens streamt Chris ja nicht. Und du, Turnier. Hier müssten zwei Streamer sein. Da hätten wir aber auch schon was gefunden. Das Chris hätte gestreamt. Andererseits aber, wie gesagt, ging es mir nicht gut. Und zweitens, guckt euch die Performance von dem Game an, Leute. Da zockere ich kein Turnier. Sorry, Guys. Und ich weiß ja, wer da mitgespielt hat. Die Einladung habe ich ja über Influencer, Game-Influencer bekommen gehabt, wo ich eigentlich hinwechseln wollte. Aber Facebook kündigt mich anscheinend nicht so einfach. Oder zumindest mein jetziger Partner. Keine Ahnung, warum sie mich nicht rauslassen wollen. Ja, Nikita und KGM sind keine gute Kombo, Digga. Da tockt lieber Nikita als Sniper-Support. Und tockt die KGM mit Typ 100, wenn du was Neues probieren willst. Nikita haben sie ja gebufft gehabt. Und die Völkstern, die wir auch haben, die AS-47. Aber ich spiele immer was anderes, Digga. Nikita ist... Das kannst du auf Klaus, wenn ich gut spiele, aber das Movement und alles... Das ist die nicht. Das feiere ich absolut nicht. Ich habe keine Waffe. Ich habe eine Pistole, Bro. Eine Pistole haben, Mutti. Immer noch keine Waffe, Chris. Ich lebe immer noch. Sind die da oben zu zweit oder was? Ich bin da oben drin und aimen die Leiter. Ich bin da oben drin. Ihr seid alle so lächerlich, Mann. Ich bin da oben drin. Kann man denn so spielen, Digga. Wir teilen uns von Anfang an auf und die hocken da zu zweit wie ein paar Pussys oben, Alter. Haben die eine Drohne raus? Ich glaube, das werden sie gleich zu mir kommen. Da gibt es, glaube ich, keine, die... Und auch hier vorne... Die kommen von da... Oh, die sind schon in der Nähe. Die fighten da. Was da, wo du markiert hattest. Oh, einer Schildbreak, Digga. Alle so low, Mann. Ich misch mich da jetzt mit ein, glaube ich. Wir haben eigene Waffen gehabt, lol. Der kämmt dahinter, yo, Mann. Bro, von allen Seiten, Mann. Was soll ich denn machen? Meine Güte, Alter. Kommen wir zur SDG oder was? Du bist jetzt im Gulag. Überlebe, um erneut eingesetzt zu werden. Typ 100, ähm... Ja, hat er so spiel wie ein paar drin ist. Sebastian, danke schön, dann gibst du Zappschnucki. Vielen für den Dank, Bro. Vielen für den Dank, Sebastian, in den Chat rein. Schönen guten Abend, Pascal. Grüß dich. Wir wissen, dass wir kommen müssen. Das ist was dumm ist, das ich aufgehoben habe. Er spielt eine Sniper und eine KGM. Was spielt ihr denn auf Close Range? Was spielen die denn auf Close Range? Was denn? Rockst du ja da, oder was? Was soll ich da machen, Mann? Na, ich denke mal maximal bis... 23 Uhr maximal würde ich machen, Hase, aber... Ich glaube spätestens. Kannst du denn... Ist doch alles oben noch zum Fertigmachen, Hase. Muss doch nicht wegnehmen, wenn wir nicht alles aufgeraucht. Kämpfe dich raus, um zur Front zurückzukehren. Wenn du verlierst, bist du erledigt. Es ist Zeit, Soldat. Mach sie. Ja, Mann! Scheiße aus. Zurück zur Basis mit dir. Das nächste Mal wird es anders laufen. Und jetzt zurück zur Basis. Dankeschön, Moritz, mein lieber. Liebe Grüße an die Frau, Bro. Schon klar, also bis morgen. Schlaft später gut. Schön, dass du da warst. Egal, das ist ja ganz dumm von mir. Sonst, ey, mich immer upload. Jetzt will ich grad einmal nach vorne pushen, und dann ist er wieder abgebnis zurückgekommen. Bei einem PC-Anschlüsse, USB ist alle toll. Ich hab noch auf Krampf gestern im Mediamarkt ein USB-Verlängerungskabel geholt und einmal ein USB in vier USB-Anschlüsse. Jetzt hab ich mir noch bei Amazon eins bestellt, ein USB in zehn USB-Anschlüsse. Weil ich hab einfach viel zu wenige USB-Anschlüsse dran. Allein jedes... Ich hab... Ich hab... Ich hab mir überlegt... Die zwei Kameras sind zwei USB, die zwei Keylights von Elgato zwei USB, die Corsair-Lichter zwei USB sind sechse, Stream Deck ein USB sind sieben, GoXLR USB sind acht, Astro USB sind neun, mein Handy und Unladekabel sind zehn USB-Dinger, der Headset-Ständer sind elf USB-Dinger, obwohl der mit Licht ist die Maus zwölf, Tastatur 13, das Ding an, dass du was dran ist, ähm, ja und dann halt noch der ganz normale Kramsding, die Dongs sind noch dazu, sind 14 USB-Stick, was hab ich noch? Das war's glaub ich eigentlich, aber das sind halt viele USB-Dinger, Alter, das hat's immer nicht, manche Kabel sind gar nicht zu lang bis zum Rechner, ja, deswegen, so ein Ding ist echt cool, das mein ich ja, und dann kommen ja noch die ganz normalen Sachen dazu, Anstöße, DisplayPort, D-Stat, also bestimmt 20 Kabel bis darin, und wenn du einfach so ein Zehner-Ding hast und alles reinstecken kannst, das ist übel, das fühl ich übel, Alter, das feiere ich richtig, im Media-Markt hab ich bezahlt, und mit dem Kabel, ich glaub, für das Vierer-Ding, 30 Euro, und bei Amazon hab ich für das Zehner-Ding, was hab ich denn bezahlt, weiß ich eigentlich gar nicht, muss ich mal gucken, aber nicht mehr, glaub ich, ich hatte, ich musste bloß, sonst hätt ich den Stream nicht machen können heute, ich musste ihm erstmal so ein Vierer-Ding holen, obwohl das bei Amazon immer alles günstiger ist, und da natürlich drauf achten, dass man 3.0 hat mindestens, weil bei Dings hatten sie zwar gehabt, 10 Stück aber nur mit 2.0, hier bei Amazon hab ich bezahlt, für das Teil, was absolut Gold wert ist, ähm, da hat 50 Euro 40 Euro, für, ähm, und die USB kann man einzeln mit, das zeig ich euch mal, ich wollte euch eh Bilder von Timmy zeigen, die kann man einzeln mit dem Knopf aktivieren, die USB und deaktivieren, guck dir das mal an, das haben sie echt cool gemacht, muss ich sagen, hier, dieses Ding, kann man halt einzeln aktivieren und deaktivieren, die USB-Leiste, hier, sag ich mal von Timmy Fotos, ey, Timmy sieht so Gold hier aus, guck dir das mal an, mit seiner neuen Mütze, er hat sich so gefragt, guck mal das Foto an mit Timmy, wie siehst du, da lacht, hat seine Mütze auf die Haupt, der Dicke, und der fährt immer so süß Rad, ey, kann die Kamera mal foken, alter, guck dir mal, die Mütze ist auf das Gesicht, hier, da guckt, wie ich verträumst, wo ist er das jetzt hier, hallo, sind das jetzt hier für Bilder, alle so eine Pornobilder, wie er da guckt, fokussend ist nicht die Cam, alter, ah, sieht man nicht so genau, alter, aber der so niedlich sich gefreut, und hier sitzt er auf seinem Rad, und damit kann er richtig gut, der, grüffende Kurbel, wenn der Gartner Schauch da liegt, hab ich früher mal hochgehoben, und jetzt hebt er sein Rad selber über den Gartner Schauch rüber und fährt weiter, ja, putz dich, ehrlich, glaub mich, ich hätte das niemals gedacht, jetzt weißt du, warum überhaupt, alles ist nur, alles, für Timmy, ehrlich, ich will nichts anderes mehr müssen, alles, was ich mache, mach jetzt für meinen Sohn, wenn ich kämpfe, kämpfe ich für meinen Sohn, wenn es mir nicht gut geht, Timmy ist einfach das schönste, auf der ganzen Welt, Leute, ehrlich, lag noch klein gedrungen, Moritz Schnucki Putz, vielen Dank für deine 80 Sterne, Bro, vielen, vielen Dank, Schnuckelhase, so, kommen wir jetzt mal zur STG, ja oder nein, Scheiße Leute, Geldzieferung im Anschluss. Ich trage. Ich weiß es auch nicht, Bro. Keine Ahnung, wo landen? Ja, er fliegt raus, würde ich sagen. Ja? Was sollst du sonst machen, Brudy, scheißegal, wo raus ist da? Ach, lass das mit Aspirin, scheißegal, das ist auch so weg, jeder hat so viel von der Kacke zu nehmen. Wie gesagt, bis um 11. bin ich am Start. Hast du fertig gemacht, hast du gefunden? Danke, schöne süße Mäuse, vielen vielen lieben Dank, Hambudis. Dustin, grüß dich. Mein Lieber, vielen Dank für deinen Gifte Zap, oder was, oder was, wieso, Ihren Dustin, ich weiß gar nicht, warum, ich weiß gar nicht, ja, vielen Dank, Hambudis. Jeden Einzelne von euch, vielen Dank für das Zuschauen, und schön, dass ihr da seid, Freunde. Ich hab echt das gesagt, dass ich nur Corona hab, weil meine Stimme so heiser ist. Ja, äh, ich bin negativ, wie gesagt, der Test gewesen. Trotz dessen ist es irgendwie ein bisschen... Blau ist sie gelandet, ja. Blau? Blau, ja. Die ist auch ne Waffe bei mir drin gewesen, so ne, Marco. Aber irgendwie, muss ich mal das Vollständnis probieren. Hier ist ein M40. Die sind gleich hier vor uns. Lack. War rechts der Kiste geschmissen, what the fuck? Eis. Blauer M40. Wer markiert? Doch ne Kiste? Da war alles rot. Ey, was ist denn los bei dir? Ich seh keine Kiste. Ich hab hinter blau, also da hinten, da war's rohe. Achso, okay. Oh ne, da ohne auch. LKW. Der push doch gleich, der hat die die ohne safe, Ey, der kommt, Bro, der kommt. Hier, kommt man. Für sie? Ey, dicker, es ist nicht normal, dicker, ey, Chris. Dicker. Ich glaub ich muss echt feiern. Wir müssen noch zu unserer vor Wurten Fotzenwaffe mal kommen, jetzt langsam. Schau dir mal an, aus 10 Kilometern mit der Marco Brezel, der mich komplett eigentlich ohne Entschluss vermissen, alter. Guck mal, wie viel, guck mal, wie viel Damage ich ihn gemacht hab, bitte, Bro. Das war schon wieder auch für'n Arsch. Das war schon wieder auch für'n Arsch, dicker. Ja, Marco ist ja normal, gut, dicker, alter. Ich mag die auch übelts, ey. Aber trotzdem, aus der Distanz, dass der keine Schuss daneben sitzt und wieder instant lasert, man. Das war, glaub ich, genau die richtige Distanz für dir mit dem Auto, eben vom Controller, oder? Das war nicht so nah ran, nicht so weit weg. Ich will unbedingt nochmal Controller probieren. Na gut, hinter mir kam ja einer. Wobei, hier vorne reingespringen ist und hinter mir war der andere ist halt da geblieben. Es ist Zeit, Soldat. Mach sie fertig. Gehört, wo er ist, oder? Mittendrin ist. Dicker, das kann nicht sein! Ey, ich hab's doch predicted, dicker, Mann! Das kann nicht sein, Diggi! Ich wusste genau, was er da steht! Ich hab schon vorher geschossen, Bro! Das war nicht mein Headshot, Dicker! Ich hab gepre-fired, weil ich wusste, er steht da und bin tot! Was ist das denn? Ich hab doch viel früher geschossen als er! Digga, das ist wie ein Game, Mann, momentan! Daniel Schlafkuhl, mein Schucki-Putzi. Bis morgen! Egal, Ehrenfamilie Sebastian. Scheißegal, wie sieht's aus, Brudy! Einfach rauskloppen, was du fühlst, mein Junter! Ey, mein... Sprüze rein, hau ab, Dicker! Bringt sonst nix! Alles klar! Jo, macht Bock, Leute! Ja, ne, mach doch richtig Laune! Also ich... Wie's echt? Ja! Ja! Ja, Rose! Ich würd' sogar in Store Runner spielen, komm nicht mal in mein Account rein, Leute! Ich find' ich, Epic Games ist auch so der letzte Tropfen-Hopfenung, Alter! Das Account ist von mir gehackt, ja! Ich komm' mit... Meine Handynummer steht da noch beschrieben! Das reicht denen aber nicht vom Support! Dann hab' ich denen ein, äh... Paypal-Link hingeschickt, wo die sehen, ich hab' bei Epic Games Käufe durchgefühlt! Da sagen die auch noch, das reicht nicht, um den Account zurückzubekommen! Sind die behindert, oder was? Mal ganz ehrlich, Dicker! Was ist'n das für Scheiße, Mann? Was soll ich denn da noch hin schicken? Na, das ist... Witzig, ich muss so klagen, Alter! Das kann ja nicht sein, oder? Das ist echt so, Dicker! Das ist wirklich so! Was soll ich denn mehr machen, Alter? Da hab' ich mir so'n Vorgang auf der Kohle drin steckt, Junge, oder? Wie kann ich drüber reden, Alter? Fällt mich das hart ab, soweit, ehrlich, Leute! Ich weiß nicht, wie ich mein Konto mehr so rankommen soll, Alter! Ich hab' aber noch keinen Bock mehr, mit den Leuten herumzuschreiben! Was soll ich denn noch hinschicken, Alter? Schwanzfoto mit der Paypal-Rechnung, oder was? Ey, Basti, mein Lieber! Egalchen, vielen Dank mit deinem 150-Sterner-Brudichin! Vielen, vielen lieben Dank, mein Lieber! Auch bei Roger! Mir geht's ganz gut, Diggi, Dustin! Wie geht's dir, mein Guter? Danke der Nachfrage! Mann, 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 Dude! Ah, ja, das war in der... Hey, Patrick, mein Guter! Auch vielen Dank für deine 100-Sterne-Schnuckelhase! Freue ich mich sehr drüber, ihr Lieben! Schön, dass ihr da seid! Das sind mega... Zwei mega Stollenabdrücke von gestern am Knöchel! Stollenabdrücke? Was meinst du, mit einem Hacken? Oder Fußball, so! Ey, Adi, wenn ihr den nicht übrigen macht, die ich hatte immer ein schöner! Bro, ist doch gut! Ey, Digga, Slug bei mir nur noch, Chris, ich kann das Geld nicht mehr zocken, Bro, Alter! Ey, Slug bei mir nur noch, Digga, ich hab keine FPS-Boost, nix! Guck mal, wie das da lag, Digga, bei der Abschluss-Campion von dem Typen! Ich hab' beim Lack das denn so! Versteh' das nicht! Versteh's am Weg! Digga, ich hab' 170 FPS jetzt im Flugzeug drin! Eine Latent von 31, das ist, sag' ich mal, für das Game gut! Parkieren verlassen 0, und das Lack wie Scheiße, Digga! Ich weiß nicht, was los ist! Und da soll ich Turnier zocken bei dem Game? Ja, da lecken mich, ne! Never ever! Grüß' dich, grüß' dich, mein Lieber! Also, das wär' schon mal Reiz gewesen, bei so'n fetten Dollar-Turnier zu mitzumachen, aber da hab' ein übelse Profis mit dabei geführt! Das weiß ich, das wusste ich vorher schon, Digga! Was erwartest du denn da? Wenn wir normale Turniere-Spiele spielen, dann kriegen wir so welche Peaks dabei und dann noch so was! Aufgepasst, Leute! Geldlieferung im Abflug! Sichert die Frag! Da landen richtig viele, glaub' ich! Ja! Da oben rein, die Tür da! Hier das rechte Haus rein! Ich glaub' bei dir vier Kinder mit mir mit mir, oder? Da sind alle abgedreht, so'n bisschen! Ah, ja! Da oben ist nicht eine Scheißkiste, wird sie mir erzählen! Lack, das Lack, das Lack zu heftig, Bro! Ich kann so'n nicht mehr zocken gerade! Das Lackt einfach ununterbrochen! Das ist doch nicht mehr feierlich, Leute! Gasmaske drinnen noch! Nimm jemand diese Gasmaske! Ist das eine goldene, oder was? Ah, die nehm' ich mit, Alter, hä? Irgendwann die andere... Nimm jemand diese Gasmaske! ...floppt hinter dir an! Scheint ist das dann auch generell gewesen! Ach Gott, hier bist du nie, Lisebast! Ja, mein guter... Vielen lieben Dank, Schnuppi-Bussi, Alter! Na, vielen lieben Dank! Muss ich ja grad richtig schmussi! Na, KRD, Digga! Ausrüstung gekennzeichnet! Neu! Kopfgeld-Ziel bestätigt! Beeilen wir uns! Fuck ja, mitten, die von bei uns hinten, oder wo sind die andere Dekker, hä? Die beiden sich da drüben! Muni-Kiste hab' ich noch am Start! Ja, hier hat ein roten Spargo hier in blau! Hast du da drüber zu laufen, oder? Wollen wir gleich machen, ja? Ich hab' jetzt nicht die beste Close-Waffe, Digga! Ja, oder STG abwarten! Können wir auch eigentlich machen! Dann spiel' ich die heute nicht mit! Digga, bei mir lacken die Kisten schon beim Aufmachen, obwohl ich keinen Boost gehabt habe, Digga! Kann ich sein! Was ist denn das mit dem Game-Man? Mir haut alles hin, 140, 150 FPS! Keine Paketverlust sich auch nicht! Nix, ne! Ich weiß nicht, das kann ja nicht Server sein, Alter! Aber so macht's keinen Spaß, Alter! So ein Game, wo es um solche kleinen Details geht, um solche, sag' ich mal, um Performance geht ohne Ende! Kannst du das heute überhaupt nicht ertragen, Alter! Ich bin gleich hin, Sau, Digga! Wenn ich nur beim Abdicken stehe! Ach, warum müsstest du jetzt genau wieder da hin? Zwei Kisten, Bro, Alter! Ja, bestimmt bei diesem, wo der Heli mal rein! Ja, ich mach' eigentlich mal'n Cluster da drauf, Digga! Die werden nur in der Bruder hocken! Ja, da sind schon hier, der geht schon raus! Cluster drauf gemacht, Bro! Ich hab'n Cluster drauf gemacht, jetzt oder nicht, Krissi! Ich geh'n Bunker hoch! Ich kann ja nicht, Bro! Irgendwo so machen! Okay, Bro! Und du saß! Ja, hinter dir, Digga, oder? In Flugzeugen? Rotenstädter an! Ja, die schon! Du saß' die schon! Mhm! Oben drauf bei dir? Ich glaube, unten! Ich glaube, unten! Alle sind in der Sicherheitssonne! Ja, unten, unten! Beide da! Oben jetzt bei dir, oder was? Ja, oben oben! Was? 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 Von hinten beide da rauf, ja! Triss, Mann! Hm? 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 Das wollen doch ganz andere, oder nicht? Ja, entscheidend, ja! Ich gedacht, die sind hinten hochgehakt! Das sind ein, zwei Teams waren oben und zwei Teams waren oben! Ja! Ey, Digga! Ey, Junge, Alter! Nee! Du bist grad lockerbleiben, Bro, bevor ich anfange zu ficken, äh! Alter, mein kleiner fetter Wasserkorb, hier rastet dich richtig aus, ja! Boah, Scheiße! Alter! Echt'n Witz, Mann! Ey, Marcel, mein guter, vielen Dank für deine 100-Sterne-Schnuckelhase! Ich glaub's noch! Vielen Dank, Bro! Wir haben nicht mal eigene Wachen gehabt, Griffith, die haben unsere Wachen! Mir kamen unten zwei entgegen, Mann! Und auf einmal mein oben zwei, Hilder! Ja! Der kämpft! Der kämpft! Man kämpft doch, Mann! Nicht immer so viel, Mann! Du Pötze, Mann, Digga! Nur am rumschimmeln, die ganzen Leute, Mann, Digga! Ich bin der einzige Wichser, der Randbusch, Mann! Ohne Kack! Digga, ich... Nee! Einmal nur hässlich, das... Ja! Schon wieder saure aufstoßen, ja! Da war richtig... Cut hier vor heute, du! Mhm! Das fliegt mich immer richtig auf der Scheiß! Docken da zwei Wichser oben und mich pushen genau in der mittleren Tage auch zwei hoch, Alter, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Wenn's mein Finanzamt krieg ich jetzt so ne Verstreckungsankündigung! Alter, ich wiss nicht, was die eigentlich für Probleme haben, Junge! Alter, das ist ein absoluter Dreck von einem bei uns, ein ganzes Team auf Finanzamt! Letzte Woche sagen wir so noch, ich soll nicht drauf reagieren auf das Schreiben! Schicken Sie mir ne Verstreckungsankündigung, Alter! Bin hier ein Sauber, Alter! Manfred, grüß' ich! Da liegen meine Waffen, Digga! Unter dir! Da hinten vielleicht kommst du zu meinen Waffen ran! Ich weiß nicht, ob wir die mitgenommen haben! Da bin halt wieder unten drin, wie Muschis, Mann! Du brauchst für so nen Taui, Bro! Den Kopfgelast du auch noch da oben, was immer! Tu mal ran! Oh, du fliegst halt komplett nach unten weg, zu den Gängen da unten! Da ganz einfach so nen Looten noch! Schau mal rechts auf die Waffen noch! Die sind genau bei dir unten, genau, Bro! Ach, scheiß doch, wenn sie so spielen müssen! Ich mach jetzt auch erstmal Feierabend! Ja, Digga, versteh' ich doch, Bro! Absolut kein Bock mehr auf diese Scheiße hier! Absolut! Alles gut, Schnuggi! Einmal werde ich die SDGs noch testen! Jo! Wir hören uns ja, Broly, denn... Genau! Machen wir das mal mit PUBG und mit den anderen Games! Ja, ja! Erinnere mich bloß mal dran, bitte denn! Sonst vergesse ich das wieder! Am besten immer morgen nach dem Streamen, immer wenn es geht! Aber ich versuche selber dran zu denken! Darf ich dann am Nachmittag runter? Ja, wir hören uns, Broly! Schau rein, Leute! Schau, ciao, ciao! Ja, tschau, tschau! User disconnected from your channel! Ja, Tschau, tschau! G��어! Ja, ne Runde mach ich noch, Leute! Und dann bleu ich auch weg! Amo Di ist ein, zwei Runden noch. Nur, du musst einmal die Scheiße ist dir geht zocken, ja! und selber wie schwanz an schwanz die alle spielen zu zweit ist das so extrem gewesen geworden dass ich mein klar das kompetitiv ist klar geht es darum aber das war doch früher auch nicht so dass die alle hand in hand rumlaufen junge angekettet miteinander der pusht jeder mal alleine oder was so ein bisschen verstehe ich nicht verstehe ich einfach nicht man das ist ja los ey meine zirwende für mich so das namen kann euch in der sogar abgehauen schon gebot er ist doch gerade ab ja und moment und in main dude runde solo danach bin ich weg genau was das gerade ist hier was ich überhaupt esse ich weiß nicht irgendwie weg scheiß ich hab jetzt nichts anderes hier vorletzte klasse ja steht so da wo schießen du junge wir können ernst macht ihr das gesehen ich habe die granate geworfen und er so gemacht und danach geht jetzt die granate geflogen was ist mit den servern los mann ich verstehe es nicht gerade naja ja einen schönen abend einen schönen habe ich vergessen alles gut wo die genie alles gut ich weiß nicht ob die dinge hier gerade schmecken die hier rein führer oder nicht ich weiß nicht ob die schmecken aber ich esse sie trotzdem einfach wenn die packung lehrt weil ich immer noch nicht genau wissen ob die schmeckt haben oder nicht ja alles hat noch einen abend mein lieber bin ich gerade die lieben mäuse ich glaube was mache ich da bro es lag schon wieder rum jetzt lag schon wieder rum das game da sehe ich schon wieder anhand daran dass ich die dinge aufsammeln und ein paar sekunden später millisekunden später erst habe jetzt brauche ich echt ein neues game wenn irgendwas geiles draußen ist dass ich mir das auch solo zocken kann digga ich zockste gar nicht was geil ist was bock macht leute was von der engine und von der performance her passt irgendein neues game brauche ich echt wieder langsam irgendwas krasses neues wir kommen zurück mein guter schießen er noch ihn er schießt immer noch auf mich obwohl ich noch um die rand bin er ist ja auch süß angeschrieben wird eine 500 sterne mein guter mir geht es auf jeden fall besser als die letzten tage dann geht es nicht 100 prozent perfekt aber mir geht es auf jeden fall besser ich gehe ich hin vielen lieben dank für deine sterne vielen lieben dank fürs nachfragen auch bei dir geht es auch gut extrem komisch immer die dudes alter die ganze spiel ist komisch alter ich merke es beim bewegen schon beim move auch gottchen digga und feini da oben drinnen wollte ich ja nun auch nicht grüß dich christian mein guter der kiste kommt natürlich jetzt ganz woanders runter ich brauche ich bin frisch ist alter guck mal bei der xbox was da so viel games gibt ich muss die mich immer aufbauen die xbox ist auch schon so monatelang im schrank eingepackt ich finde die stg auf dem bild gerade wo die zusammengebaut haben die stg besteht ja aus gotzilla und um ist der bummsee da die tarnungen da die echt bescheiden richtig beschissen bescheiden aus aber so wenn man jetzt so spielt für die geht eigentlich vom aussehen her der mann der ding brennt doch das ziel visier ist ein bisschen zu dick drumherum ich mag das nicht das originale standard wie sie sieht besser aus mit dem ganzen fettner rahmen da doch einfach mal aus spaß an der freude die gottchen und reisen reihe das ist das denn digga die sind jetzt nur mit meins sorry ab ich hab persönlich gesterniert guck mal einen link hey wanne problem grüße bro ist ein gegner drinnen wird der mich rollen alle beide was machen die denn da alle mann der eine steht da oben der andere steht da unten egal jetzt hör zu ich komme mir gerade rein ins haus gelaufen ja ich höre der typ unter die kiste aufgemacht das habe ich von da gehört also muss der das ja auch gehört haben was machen die alle beide keiner schießt aufeinander der eine steht da unten macht die kiste auf der andere steht da oben blutet jetzt wenn ich kassiere welche abgekommt ich mal wie es lag ich renne durch die tür durch es packt rum es ist alles nur noch laggy game alter alles nur noch laggy game aber nämlich auf jeden fall auch offline leute nach der runde nach der runde bin ich offline hey grüße dich hey mein bruder wie geht's dir das klassik stehe mal rein verstehe gerade nicht was du meinst bro kann ich ihm gerade nicht folgen warum ist die kiste eigentlich nicht golden da drinne alter schönen dank marcus mein lieber vielen vielen dank von den problem mein dickerchen hat mein kleiner dass wir die dinger raus floppen guck mal hier jetzt gerade ging es gesagt ist gerade gesehen die kiste gerade eben wie die rausgefloppt sind das ist voll die leute und ich weiß nicht warum mein alter ich weiß es nicht ich weiß nicht was es liegt kann dann so viel es liegen ja auch zum seiligen alter moin timo grüß dich alter ich glaube meine brülle schneidet mir ins ohr lass uns da los junge hallo Freunde so nach der runde ist schicht im schacht wir können zum shop da laufen händler markiert ja nie machte ich dachte ich sterbe war nicht mehr mit absicht ein schuss mehr haben wir nicht haben vielleicht ja da hinten lang oder was die lieben dank schnucki ist einfach nicht so weit weg ausgestiegen die hat so einen ballon gehabt oh das ist sexy aber es lag trotzdem immer noch auf einer proppenbasis passiert sich auf den selten wo kommt denn er jetzt her mann marcus schnuckelhase vielen dank für deine stelle bro 1210 ich freue mich darauf vielen dank für die ganzen likes ich komme gerade nicht klar ich habe mich nicht gesehen ich habe nur gehört ich gucke zu viel gerade auf dem chat aber scheiße drow mann aber guck mal wie das lacht schon wenn ich drehe warum lacht das spiel denn den ganzen Tag das war ja vorher nicht so schlimm das war ja vorher nicht so schlimm der Mann verliebt oder sehr gut du hast wieder ne der Mann ja 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 danke schön jenny danke schön Meuschen lieben Dank noch nicht alles fertig aber das wird erstmal das wird das wird bro moment wir sind gestorben ganz woanders kann man gar nicht mehr hin aber hier noch luchen hier aber die goldene mitte nehmen oder wird ja kommt alles in der lupe oder doch doch hey leute ich klicke darauf scheiß drauf in die goldene mitte wenn ich nicht weg ist bei facebook die ganz normale feste ich noch mal bei instagram aber gleich noch nicht so weit davon bro wir können auch einkaufen ich habe schon ein quad da hinten dran ist ein bisschen wild da ist ja einer ich hoffe jetzt nicht ich hoffe ich habe jetzt nur 11.000 zusammen alles gut ist mir selber nicht aufgefahren ist mir selber nicht aufgefahren wollten ja die scheiß stg zocken ja von hässlich ist der bombastik wir haben kein flugzeug was hier funktioniert so funktionstüchtig ist wir sind hier mitten auf dem alten rollgelände wir haben kein funktionstüchtig ist meiner für eine schwache leistung das ist nicht bro da habe ich davon erst die sagte müde ich bin immer raus die flop hast du wahrscheinlich warst du noch nicht da oder du hast du nicht gehört aber verwahrter warum habe ich mir jetzt die spitze gar nicht fett fingervoll heute oder so sagen guten abend gewinnt grüßt die eigentliche mit kommst du nicht so hin seine einstellung genau die gar nicht im command center das ist aber nicht so wichtig sag ich mal du kannst die zwei ich kann ja meinst du kannst du auch nach einstellen und aber ich finde das holt jetzt nicht das holt jetzt die und so viel raus oder sonst irgendwann ich finde das im command natürlich kannst du die höhen und tiefen anpassen von den steps aber ich finde das ist das holt nicht so viel raus irgendwie kann ich dir nach der kunde zeigen du musst einfach bis bei google eigentlich eingeben war so ein command center einstellung maestro findest du die einstellung eigentlich die ich habe ich leckt einfach so heavy die einstellung wird das nicht so geht dass ich dann im spiel liegt das broder das war zu leise könnt ihr mich hören die stimme ist immer noch heiser vom kotzen ich weiß nicht warum das mal weg geht alter wir können uns eine drone kaufen aber jetzt ist da wieder ein gegner oben jetzt hätten wir auch noch hier kopf geld auftrag localisiert aber wir kriegen jetzt eh mit der aufträge diese weißpart aufträge leute dass man den auftrag jetzt hier holen uns eine drohne pushen nennen wir so aufklärung im anflug und bei mir unter mir über ein schwachkopf digger kommt ja darum wenn ich noch ein paar perks übergelassen oder aufdrehen kann man noch ein hier bei uns oben oben müsste ja glaube ich kann man nicht mehr raus leute jetzt aber noch nicht genau über mir oder das gas nähert sich dir das ist peinlich oder der eisdreckscamper das tut doch richtig weh die weitgrüben sind noch da die weitgrüben ist noch da ein auto von oder ohne auto nehmen wir mal die karre lieber mit die das soll wir haben ja das wird sich nicht gut an was hast du noch doll wie gestellt aber wenn du doll wie ex es anders und nach 50 auf dem kopf ist dann ist irgendwas verkehrt digger dann kann ich nicht helfen weil wenn digger die astro einstellungen die settings die wurden lange nicht so viel raus wie das dolby programm schluckehase ich bin nicht die stain ich spiele die typ pro die habe ich nicht lange gebraucht eigentlich nicht ob es gerade buggy das käme bei mir bro ziel für luftschlag markiert anfrage erhalten klaster schlag aktiv wo ist der bro hier nicht oben oder was ja woanders ich checke aber nix mehr leute dicker wo ist denn der dude kleine bitch da oben ist noch einer drin so mit dem doll wie ich nehme der herr lassen wir kurz die rohne zu ende dann und dann wird man beide aneinander macht oh digger doll digger what the hell zwei leute einer fliegt da oben stg ist schon wieder echt nicht schlecht muss ich sagen ähm mit dem doll wie knopf an sich naja gut ja schreib mir bitte mal nach der runde weil ich kann es gerade nicht gelesen wie hast du denn deine headset angeschlossen mit welchem kabel an welche konsole schreib mir das bitte noch ein paar rein in den chat ich habe es nicht gelesen gehabt falls du es gesagt hattest im schriftverkauf leute moin christoph grüß dich wie ist es brüdi wie geht es dir wie ist deine ausbildung und langsam ist man denn digger das ist nur so langsam vor erbierte gebietsaufklärung kommen wir da oben noch einen der fliegt aber auch wieder der fliegt digger leute das ist doch komplett dumm was ich hier gerade mache scheiße ja das sind von allen was digger von allen was in der turnung dabei diggi da sind drei vier turnungen mit einmal drin so ne richtige mischung die sind im mix ist das hier wo sollen wir jetzt hier hin bro ich bin ja kurz hier drin erwarten so die ein oder anderen perks ein perk das blödig hab ich ihn mal kaltbildig gefunden oder letzte runde oder letzte runde oh neben hier im haus die drohne beginnt überflug ein strich hat seine gasmuske digger ein strich hat die gasmuske nur bro ist doch scheiße da hinten ist das scheiß ding bro die brüttolung also ja hier brüttolung andreas grüß dich mein schnucki könntest du dir das schon mal nach der runde zeigen natürlich klar markus ich finde ich würde zu sind dankeschön andreas mal lieber vielen vielen dank mir geht es auf jeden Fall besser danke der nachfrage das ist gut nur die unterkunft ist scheiße und darf morgen zum arzt wehe zu hart gewesen okay krass alter und dann mal gute besserung grüß mal gar nicht so hoch ne er ist doch drauf digga digga was machst du denn kopfgeldziel identifiziert so viel money drohne kaufen ne drohne mitnehmen warte digga ich muss die holen ich muss die kisten öffnen das ist so ein zwang Junge erbierte gebietsaufklärung drohne beginnt überflug oh Alter komm ich mein scheiß jetzt hier digga geh doch an das Leih ran du Juli hello 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 mach mal nicht Leute da wollen wir jetzt sind der ist da hinten drauf der Dude markiere Sammelpunkt da läuft da unten rum der Dude Kilde no rücker nach 5 aufpassen okay hab ich noch von links weg gesniped ich werd bekloppt Leute ich werd bekloppt Manners das ist hier grad ne fiese Nummer Leute erbierte gebietsaufklärung der liegt noch da K.O. der andere oder was ist der noch nicht tot das war jetzt hier richtig fies Leute hier kann ich rollen jetzt hat der mein Kopfgeldziegel geklaut digga oder wat hier ist was los Leute hier ist doch was los hier schon wieder so einen Ballon haben die noch gehabt Bro lassen wir die nehmen wir mit dem Ballon hier feindliche Drohne ist aktiv feindliche Drohne ist aktiv sind die noch drinnen wir haben bloß kein Selfie mehr Leute ich sag mal ein Sniper fangen wir sind mal weg müssen wir aufpassen ich weiß nicht wo der andere Dude hin ist der von hier drüben gesniped vorhin der Dude fühl mich gar nicht gut hier oben in der Situation nicht ehrlich bin ach eins gegen eins ist das der Snipe doch da oder Herr Christoph Sieg was hast du denn am Wochenende gemacht dass du Blutspuckst wenn du sagst das Wochenende was sie hat wenn du sie doch machst bist du selber schuld Brudy aber Blutspucken sollte man keinen Spaß mit machen hast du auf die Lichter bekommen oder wat jetzt ist der Sniper hier ich seh ihn aber nicht habt ihr ihn schon gesehen Leute ich seh ihn nicht der bei mir am Schiff hier außen ist ich hab ja Panik ein bisschen ehrlich ich bin doch die haben kein Selfie mehr aber das ist ja noch kein Ass Hey Alexander mein Lieber vielen Dank für deine 100 Sterne Heiko schönen guten Abend Sebastian Grüße schön dass ihr da seid danke für deine Sterne Alex Digga wo ist der denn der Bro Digga ich weiß es nicht da hinten haben wir doch die abstintheit bin ich tot was verraten würde da hinten nicht raus oder wird jeder hinten auch nix leute der muss raus und ich muss raus ist so scheiße mann so können wir den abend heute beenden leute so können wir den abend heute beenden das war natürlich lucky somit beende ich heute den abend ich habe mich sehr sehr doll gefreut dass ich da gewesen sein sollte das war richtig richtig schön zusammen mit euch über den abend genießen den abend ausklingen zu lassen und hoffe das geht jetzt wieder ganz normal seinen weg im stream und das mit der gesundheit bei mir auf jeden fall auf der höhe bleibt denn ohne euch ist es echt langweilig gg du auch nicht so freunderte nacht vielen vielen dank dankeschön für den mega kranken support heute was abgerissen habt im stream war unnormal unnormal krank damit habe ich im leben nicht gerechnet leute vielen vielen dank dafür an den einzelnen von euch und ich hoffe wir uns morgen alter frische wieder 10 uhr geht der stream los und morgen gibt es dann direkt tag games ich freue mich mega auf euch ihr lieben gutes nächste vom herzen leute habe ich wirklich vom herzen aus ganz so lieb habe ich vermisst gehabt jetzt wird wieder richtig ordentlich nachgeholt die ganzen tage leute wird nachgeholt 615 tage am budi budi ist da los budi ist da los bei dir das gleicht ja schon eine hochzeit kfc budi vielen vielen dankes üben den bauplan zeigen wir noch markus so wie es doch ich bin doch vergesslich junge in noch vergesslich markus man muss aber sagen es ging wirklich gut ab wir seht ihr gerade hier so ein bisschen zusammengewürfelter behaupten wird schöneres an waffen war aber sein zweck getan ja denn sie gibt da eine budi so also bis morgen schlaf gut freuen was schönes bin das er da gewesen sei habe ich liebe sie sind bei bei du